Stani da. Ich hoffe, ihr seid ready für den heutigen Tag. Es wird auf jeden Fall nice. Mein Teammate ist Sebo. Ich persönlich kenne ihn nicht. Er wurde mir sozusagen zugeteilt, weil ich durfte nicht mit SU spielen, weil SU zu gut ist. Okay, alles klar. Aber ist egal, Leute. Ich reg mich gar nicht auf, Bro. Ich reg mich nicht auf. Also Teamverteilung leider ein bisschen schwierig, Leute. Aber ich werde natürlich trotzdem mein Bestes geben, dass wir heute gut performen, dass wir eventuell einen guten Platz abrasieren. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wo die Teams, also ich sehe hier nirgends, dass jemand die Teams gepostet hat. Ich werde mein Bestes geben, Leute. Mal gucken. Wir werden mal hier Dings einladen, ob er schon da ist. Der gute, alte... Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Sebo, da ist er da. Ich lade ihn mal ein, Bro. Ich lade ihn mal ein. Wir zocken schon mal uns ein bisschen warm. Ich glaube, Sebo hat jetzt nicht so die Fortnite-Erfahrung. Ich glaube, er ist aber ein guter Zocker. Ich rufe ihn mal an hier. Ich rufe ihn mal Discord an, Leute. Wir sind schon in Fortnite drin. Hallo? Jo, 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 was geht? Hörst du mich? Ich höre dich. Hörst du mich gut? Zu laut? Zu leise? Alles gut so? Alles gut, ich kann nicht runterpegeln. Ja, ich weiß auch nicht, wie ist mein Mikrofon mal schon so laut. Test, Test, Test hier. Test, Test, ist gut, ne? Test, Test, Test. Ja, übersteuert wahrscheinlich, wenn ich schrei, aber alles gut. Alles gut. Was schon? Geil, dann lass mal direkt reingehen hier in die Runde. Direkt rein, direkt rein. Ich war gerade schon in der Runde drin, wurde zweiter, aber die Leute sagten, erste Runde ist immer Bot-Lobby. Ich habe keine Ahnung. Ja, wenn du lange nicht gespielt hast, ist das wahrscheinlich Bot-Lobby gewesen. Ja, scheiße. Ja, aber kein Ding, die kriegen ja schon... Ich habe eigentlich eine gute Taktik, das Ding ist, ich weiß nur nicht, ob diese neuen Fähigkeiten erlaubt sind. Das ist halt das Ding, das weiß ich nicht. Wenn die erlaubt sind, habe ich echt eine Baba-Taktik. So wie ich im Discord gelesen habe, sind die erlaubt. Ah! Also noch. Oh! Ja, diese bändige Fähigkeiten, also diese Elemente, ja. Ah, okay, okay. Dann habe ich eigentlich eine stronge Taktik. Also dann habe ich wirklich eine stronge Taktik. Ich glaube, ich müsste eigentlich... Wir haben die gestern nämlich getestet schon. Da war ich eigentlich echt zufrieden gewesen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, kriegen wir es schön. Ich glaube, ein bisschen sofort erkennst du ja, ne? Ja, also scheiße bin ich nicht. Sagen wir so. Also ergibt schlechter als mich. Ja, ich glaube, wir könnten echt gut performen. Ich sage ehrlich, ich glaube, wir könnten wirklich gut performen. Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Ja, kennst du so die Waffen aktuell, die gerade so abgehen gut sind, die nicht so gut sind? Ich war gerade eine Runde drin, da hatte ich... Ja, scheiße, jetzt komme ich... Jetzt ist scheiße. So eine Einschusswaffe war da mit Thermal. Ja, Thermal, wie sie ist eigentlich Müll, aber ja, so Einschusswaffe mit Thermal. Ich überlege. DMR wahrscheinlich hattest du. DMR, ja. Ja, dies Müll, dies Müll, dies Müll. Okay. Also die kann man spielen, aber ich würde es jetzt vielleicht nicht mitnehmen. Ich würde vielleicht ja auch... Außer du bist ja wirklich krass mit der, denn okay. Sonst würde ich mich Sniper auch sehen. Hatte ich bisher auch immer... War ich eigentlich gut stabil mit. Sniper ist eigentlich immer gut. Wenn du mit Sniper gut bist, dann ist das ganz nice. Guck mal, ich hatte eine Idee gehabt, wir landen... Warte mal, was ist das hier? Guck mal, siehst du da so ein bisschen, das schimmert so ein bisschen grün. Ja. Da landen wir und zwar, das ist nämlich so ein Tempel. Ich sage dir auch immer, wenn wir aus dem Bus rausspringen. Warte mal, wir springen mal... Ja, jetzt raus. Und da ist so ein Tempel und da kriegen wir die... So eine Luftbändigerfähigkeit ist das. Da sind wir ein bisschen schneller unterwegs und wenn wir die haben, dann ist eigentlich, ich sage dir ehrlich, dann sehe ich uns eigentlich jede Runde locker Top 10. Okay, ich fliege jetzt gerade, wie der Rüste anfängt. Also du musst direkt den Schirm am besten schon aufmachen. Ja. Die wirst du gleich sehen. Da wirst du dich einfuchsen mit, damit sind wir echt flink unterwegs und ich glaube, das ist, wenn wir die beide haben, bro, ist schon echt overpowered. Das ist schon echt crazy, wenn wir die haben. Was ist denn eigentlich? Unsere Taktik verstecken? Top-Plätze holen oder... Nee, also wir spielen auf jeden Fall auf Placement, weil die Kills kommen eh im Endgame, sage ich jetzt mal. Die Kills kommen eh im Endgame und wenn wir die Fähigkeit haben, dann sind wir halt eh so mobil, dass, also ich finde es schon echt crazy. Also da müssen wir eigentlich nur ein bisschen Loot finden. Wir landen halt hier, hier ist halt sonst kein Loot, hier ist halt nur diese Fähigkeit. Oh ja. Ich hoffe, dass hier auch, ich glaube, hier müsste eigentlich jede Runde luftbändiger Fähigkeit sein. Und ich glaube auch nicht, dass das einer machen wird. Also ich glaube auch nicht, dass hier einer... Okay, jetzt kommen hier natürlich welche mit. War das eigentlich nicht schlimm. Okay, ich habe eine geklaut, er haut ab, er haut ab, er haut ab. Gut, ja easy, lass ihn weggehen. Guck mal, dann haben wir halt hier, das Gute ist halt, wir haben jetzt hier die Fähigkeit, ich gebe sie dir mal. Ja. Und rüste die mal aus, also ich spüre mal mit der. Genau, du bist halt die ganze Zeit so überfast unterwegs, du kannst auch sprinten, kannst du Double Jump machen. Alter, okay. Also mach mal so ein Double Jump. Ja, genau, 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 dann kannst du dich so hochpusten. Und damit können wir halt über die, die ganze Runde rotieren. Und hier haben wir so viele Möglichkeiten, wo wir dann looten. Ich würde sogar dann hier einfach looten gehen. Dann können wir nämlich hier looten gehen, gehen hier rüber, lass einfach mal hingehen. Geh einfach mal hin. Ja. Okay. Und das Ding ist halt, ob das drin bleibt? Ja, ich habe auch gelesen, keine Autos, ne? Deswegen ist es noch besser. Wenn wir die haben, ist halt sehr krass. Ob die halt drinne bleibt, also sonst gibt es halt gar keinen Hut mit. Weißt du, wenn wir da auch keine Autos bewegen könnten, dann müssten wir, ich habe aber noch eine andere Taktik, wo wir landen können. Deswegen, ich glaube eigentlich, dass sie das drinnen lassen. Dass sie es drinnen lassen und das was spielen können. Also am besten finde ich dieses Nemesis-Gewehr. Sag mal, ich hast du gerade, du hast gerade das, die DMR ist das gerade. Genau. Ja, die würde ich nicht mitnehmen. Die würde ich nicht mitnehmen. Also die würde ich, guck mal her, hier sind noch so nur Splashies, die würde ich mal mitnehmen. Die würde ich, also die ist, ja, die ist ein bisschen gammlig, finde ich. Hier ist noch ne, was ist denn Luftbändiger nochmal? die ist ganz gut hier, die kannst du auf jeden Fall spielen. Und die ist nochmal Luftbändiger. Perfekt, dann haben wir direkt jetzt zweimal Luftbändiger. Guck mal hier, die ist ganz nice. Und davon gibt es noch so eine andere, die heißt Nemesis. Und die ist auch noch ganz gut. Die ist auch noch ganz nice. Und hier können wir halt direkt hier oben, hier können wir alles abluten. Und können halt gut rein rotieren, weißt du, weil es ist halt äh, etschelig. Und das ist hier die beste Schrotflinte. Guck mal, die hier, das ist hier aktuell die beste Schrotflinte. Hat aber nur drei Schuss. Okay. Also da ist halt wichtig, die, die, äh, Dinger auf jeden Fall zu treffen. Aber du kannst auch die hier spielen. Die hat halt ein bisschen mehr Schuss, macht aber nicht ganz so viel Damage. die kenne ich noch. Ja, die haben so ein bisschen schlechter jetzt gerade gemacht. Die kannst du eigentlich, also kommt auch an, was auch hin, ne? Würde ich einfach so davon abhängig machen. Ja, die Munitionsfiskuss kann man eigentlich mitnehmen. Die haben ein bisschen Loot. Und hier sogar zwei Kisten. Was ist das hier? Feuerbändiger ist Müll. Die haben Pulskanaten, kennst du auch noch, oder? Genau, die kenne ich auch noch. Hier, die ist auch ganz geil. Also die fahre ich auch. Das ist so, wenn wir die anderen nicht finden, würde ich auf jeden Fall die nehmen. Ich spiele die auch ganz gerne. Die ist auch ganz, ganz nice. So, jetzt erstmal Luftbändiger nehmen und dann gehen wir mal hier gucken, was hier so abgeht. Das Gute ist, wir können mit, äh, Luftbändiger, das ist auch besonders im Endgame, ganz geil, wir können alle Wände hoch damit fahren. Guck mal hier, wir können einfach so eine Wand hochfahren. Das ist Öl's OP. Ja, okay, das ist krank, ja. Das ist wirklich OP. Deswegen, ich glaube, wenn wir halt wirklich die haben, dann Endgame kriegen wir damit locker hin. Da brauchen wir eigentlich nur noch ein paar Bunker finden, paar Schildblasen und dann ist es komplett easy. Da bin ich eigentlich zuversichtlich. Stimmt, Sprengstoffe sind auch verboten. Ich glaube, gibt ja eh nichts. Was? Ich bin ja nicht, ich bin da, Ach so, diese Pöppelgranaten. diese Abel. Okay, ich sag mal, du kannst mich ruhig anschreien, alles, ne? Also, ich bin da echt, ich bin da, ich muss lernen. ich bin, wie gesagt, ich bin eigentlich, das Gute ist halt bei Noble, das ist halt auch viel Movement, dass wir gut move'n, bisschen loot ist halt auch wichtig, dass wir, äh, diese Bunker finden, die wir dann placen können und guck mal, hier haben wir sogar ein Jump Pad und du kannst, wenn du diese Luftfähigkeit auslegst, fliegst du sogar noch höher. Okay, krass. Guck mal, dann können wir direkt hier runtergehen, hier ist auch nochmal richtig geiler OP-Loot. Guck mal, hier sind noch ein paar Fässer hier. Fässer, wir haben alles hier. wenn wir die Dinger kriegen, ich bin so zuversichtlich, das wird so geil. Aber wir bleiben auch immer zusammen. Ja, auf jeden Fall. Okay, hier sind es gerade Steps, aber das sind wahrscheinlich Bots. kommt nicht, dass sie Spieler sind, der ist ein Bot. Ja, da hinten ist noch einer. On-Bot. Okay. Weg mit dem. Easy. Ja, und hier können wir full chillig rotieren dann. Weil wir können auch immer wegkommen, die können uns gar nicht kriegen, weißt du, die können uns das unmöglich, dass sie uns kriegen können mit dem Ding hier. Stimmt schon, das ist heftig. Weil mir ist auch, ich habe ja, hier vorne ist mein Bot. Mhm. Hier, den kannst du killen. Das ist Kylo, pass auf. Lass mal Sniper gucken hier. Das Sniper haben die noch mal echt viel schlechter gemacht jetzt im letzten Update. Die haben da noch mal ein Update rausgehauen. Und ich würde auch mal hier die Dinger mitnehmen, wenn wir die finden. Das ist jetzt scheiße. Guck mal, ich habe ja jetzt ein Sturmgewehre, eine Sniper, die Sprungdinger, dann Luftbändiger und noch Mad Kit. Also ich würde, also ich würde eigentlich, sag dir ehrlich, ich würde vielleicht Sniper nicht spielen. Okay, da kommt einer. Visualisierung hast du ja auch an, ne? Habe ich. Was habe ich an? Hier diese Soundvisualisierung. Ja, ja, habe ich an, ja. Ja, ich weiß, also das Ding ist halt, wir haben halt unsere Luftbändigerfähigkeit und wenn du jetzt noch einen Sniper-Slot mit hast, dann haben wir halt drei, sag ich mal, wir brauchen mindestens noch Bunker und ein bisschen Heal. Okay. Also ich würde, also ich sage mal, wenn wir diese Luftbändigerfähigkeit nicht kriegen, dann würde ich sagen, nimm Sniper auf jeden Fall mit, aber mit Luftbändigerfähigkeit würde ich sie nicht mitnehmen, weil besonders im Endgame brauchst du die eh nicht mehr. Okay. Hier, nimm mal mein Dings hier mit, mein Flowberry, ich habe hier Bunker mitgenommen. Ich würde auch sagen, ich spiele die Bunker, du nimmst so ein bisschen Heal mit. Ja. Also das sind die hier, die Bunker hier, ich weiß, ich kenne es bestimmt auch noch. Ja, ja, kenne ich. Also wenn wir die finden, wenn wir davon vier Stück haben, ist schon mal halbe Miete, ist schon mal wirklich. Okay. Das hier Feuerbändiger, diese Erdbändigerfähigkeit, es gibt noch so eine Erdbändigerfähigkeit, die ist auch ganz nice. Die ist, boah, hier sind noch mal Bunker, aber vier reichen eigentlich. Okay. Vier reicht eigentlich, das würde gut locker gehen. Ja, Wasserbändiger, ich schreibe gerade bei mir Wasserbändiger. Ja, Wasserbändiger ist auch gut, aber ich, damit habe ich zum Beispiel gerade in der Runde, ich glaube, acht oder so, habe ich damit geholt. Ja, die ist schon wirklich krass, die Fähigkeit, aber, ja, eigentlich, wenn man die findet, würde ich sie auch, glaube ich, mitnehmen. Ja, safe, doch, die ist schon echt böse, die ist schon echt krass. Ja, dann routieren wir einfach, gucken, was abgeht, gehen vielleicht in den Bunker rein und routieren halt früh, würde ich sagen, die routieren früh, aber das ist, wenn du die ganze Zeit einfach nur hinterherkommst, ist das schon easy. Das machen wir locker. Wenn wir die haben zum rekrutieren, wenn man die finden, mitnehmen oder? Ich glaube, das wird nicht erlaubt sein. Also, ich glaube, das werden die, ich glaube, das haben die den letzten Dings auch geschwärts, Bots und okay, also, wenn wir Bots kriegen, dann auf jeden Fall mitnehmen, immer mitnehmen. Also, die haben ja schon auf der, auf der Website steht ja schon was verboten, es erschienen Autos und halt sämtliche Granaten und so. Wenn Bots erlauben, nehmen wir auf jeden Fall jede Runde Bots mit. Dann, auf jeden Fall. Das ist eigentlich auch egal, welcher, die nerven alle. es gibt zwar so okay Bots, aber da sind wir leider nicht in der Nähe. Aber ich habe zur Not, also, ich habe noch einen zweiten Spot, den können wir gleich mal danach landen. Das ist so eher so ein defensiver Spot, sag ich auch mal, wo wir jetzt eher so, also nicht auf Luftbändiger gehen, wo wir da einfach ganz normal spielen, wo wir aber echt gut Loot haben, zu zweit. Okay. Ich glaube, da wird auch keiner landen, weil das ist jetzt auch nicht so ein bekannter Spot. Mal gucken, wo hier die Gegner sind. Oh, hier ist einer, rechts zwei bei mir. Die sind wahrscheinlich hier unten im Bunker, komm mal mit. Äh, die sind hier unten drin, Die sind oben, glaube ich. da ist einfach hier oben bleiben, das ist immer hier oben bleiben. Vielleicht, wo die sind. Hier war einer. Bauer. Hier ist noch eine blaue. Scheiße. Hier war er. Oder kommt ein Auto? Okay, der, 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 auf dem pastell. Ja, der ist so lau. Komm mal mit, komm mal. Einfuss hier. hier bist du zurück, wir gehen bis zurück. Alles gut. Ja, perfekt. Das hier auf die Dings gehen auf Heidenwald direkt. Ja, die sind auch noch frei, der ist da oben drauf. Da oben. okay die waffe ist schon mal kacke die ich hab das ist auch diese wasser kriegsschmiede ja sie ist ein bisschen doll nervig komm mal her lass gehen wir da rein ich halte ich mal kurz aber er hat auch gerade diese wasserfähigkeit ein bisschen wir warten einfach erstmal hier rechts zwar noch welche links gucken jetzt erst mal was sie machen kommen mit der luftfähigkeit zu mir wie geht es hier kommt zu uns sind vor uns selbst ich glaube es sind bots hier vor uns an die anderen dass du ruhig kommen der ist der ist hier stark 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 sehr gut hinter uns auch ein anderes team mit motorrad pass auf der kommen die kommen hier das die hochkommst du hochkommst also er ist da er ist da er ist krägt er ist krägt ist down nice neben mir neben mir hier unter uns sind hier noch hier vor uns sind noch zu einer kommt noch hier einer ich komme ich komme es krägt ist krägt ist alles gut alles gut da ist da und ist doch noch welche da sind noch doch die flasche hier flowberry brauchst du oder war die pushen und war dort einer streck ich habe hier habe noch stark die eine slow der ist links 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 ja egal ich sag da war die scheiß waffe die war also die es ja aber der braucht ich wollen wir sind echt gut weggeballert er macht ja okay die nämlich ja aber du musst sie wahrscheinlich zwangsläufig mitnehmen weil wir keine andere finden werden die schon relativ sie wollen sie nehmen es ist nicht auch ein bisschen besser aber die kamen jetzt auch alle gerade auf einmal war sogar allerdings die schwarze ritter gewesen wasser bin der menschen ist einfach aufballern ja das stimmt die will dann gleich mal die andere die stammt er irgendwann 15 minuten vorher schon im call finden weil sie nicht ja 15 minuten bevor er beginnt sollen wir da schon in den korn von uns ja nur noch bild ist heute leute nur noch bild ja ich habe jetzt aber keine pumpe dabei gab die ich habe die ja weggegeben für scheiß hier ja schrot als schroten soll schon immer mitnehmen ist und zwar der andere spot wo ich überlegt bis hier das auch ganz geil okay und raus ja ich zeig dir gleich wo wir da landen am besten weil landen wir nämlich dann hier da ist nämlich ein slurp truck dann sind wir direkt full life und dann kann die party eigentlich losgehen okay ja top 10 machen wir locker meinst du ich glaube ab 7 gibt es earnings sechs oder sieben ich weiß ja gar nicht so genau wie gesagt ich spiele einfach wirklich schön konsisten so mal top 5 boom fertig dann wird es schon wie sie jetzt können wir einfach umgehen hier ist glaube ich keiner gelandet hier gibt es hier auch diese luftbändiger fähigkeit sie gibt es auch eine fähigkeit aber das glaube ich rennen das ist das hier drunter ist ich glaube die kriegt man überall oder also muss ja auch überall aber ich wundere dass hier gespawnt ist weil eigentlich ist hier nicht diese art hier diese wir haben die wieder da kommen immer zwei was für dich die ist ganz heiß ja ja da kommen immer zwei raus immer hier habe ich so ein taschenbunker ja ich habe schon ich habe schon mit alles okay ich habe direkt eins nehmen wir diese auf packs oder diese flow berry sprudel ich glaube besser finde ich also außer wir haben sechs auf packs dann bist du auf packs mit dem aber ich würde kurz wäre immer die frau bei dem ok warst du nochmals auf das habe ich nämlich noch welche hier im pool ok 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 eigentlich fertig können wir direkt weiter starten hier hier ist wasser bändiger wenn du willst kannst du mitnehmen also wir sturmgewehr liegen lassen wir sturmgewehr liegen lassen wenn du die bespielen willst und ich teste jetzt lieber mal das schumgewehr kommt ja nämlich hier vor ja nimm mal wo vor uns sind welche was sind nächstes ein bot respekt tot stark ich habe schon weiter geht's und wie sie wir halt schon gibt es noch hier diese bunker wo man sein jetzt gibt es aber die gibt es halt nur zu bestimmten zeit also die jenen erst nach zeit auf ok die schrothlinde hier habe ich zu noch mal eine blaue falls du noch mal spielen willst du hast eine graue gerade ne ne ich hatte eine blaue ah boah wie hieß die nochmal nemesis hieß sie nemesis ja komm wir gehen mal hier fatal fields da sind bestimmt welche ich hatte gerade auch irgendwie eine runde die leute hatten da irgendwelche medaillen noch die sind neu ne gab mal andere medaillen so von dem peter griffin und so da da war die zeit noch da habe ich ein bisschen länger vorhanden gespielt ja diese reich auch ganz klar und vor uns kommen ja ich bin runter hier stark ich muss gesagt ich muss gesagt alles gut als dieses zwei ist auf dach komm mal zu mir kommen zu mir der kommt der pust komm mal hier lang okay man kann die kommen die kommen aber die die schneiden aber ist egal wir können hier weiter kommen wir hier einmal kurz ja ja da waren die bis jetzt zu grünen gewesen wir kommen ich halte uns einmal hier die vor uns sind noch welche ohne visier wird ja ohne wie sie ist ein bisschen krampf da musst du bisschen rein rein fuchsen ja safe ich will dass ich weiter machen wir gehen hier kurz zum track hier von sind die da 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 ja ich weiß bunker hier da im busch dass wir jetzt zum trucking aber rostlich ganz im buch auch bleiben okay wir können ja eigentlich wieder reingehen wo die sind hier aber und sie haben auch gewunkert ich weiß auch noch mal gut einer so oben auf dem dach hier warte ich ging sie uns einmal immer die luftfähigkeit ja oder gehen wieder aufs dach die sind nämlich unter uns perfekt die sind hier die sind doch noch eins unter der kohle sind hier sind ganz unten jetzt wieder über uns ja 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 im cup würde ich auf jeden Fall nicht pushen aber jetzt mal rat public spielen ja das ist hier 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 ich bin los oh mein gott ich dürfe diese wasserwändiger fähigkeiten spielen aber der war eigentlich könntest du kriegen perfekt ja ich spiel Leute ich spiel diese wasserwändiger fähigkeiten ich das ist der größte müll im und kann sich es mal machen im Nahkampf So auf mittlerer geht die echt gut ab, aber so im Nahkampf, das ist auch nicht. Okay, leer. Kurz noch die Kiste hier mitnehmen. Boah, erdbändiger Leute, siehst du das, nimm mal mit. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Das können wir, wenn du erdbändiger hast, können wir hier so einen Ball machen. Das ist ganz geil. Oh, jo, okay. Okay, nimm mal wasserbändiger, wir gehen mal direkt hier vorne hin. Wir heilen uns mal kurz. Hier hin. Ja, wir spielen so eh viel defensiver, wir werden auch nicht so reingehen, wir werden wirklich abwarten. Und dann chillen. Guck mal, hier können wir die Fässer immer mitnehmen. Ach der Scheiße. Hier vorne müssen auch noch welche sein. Oder sind hier keiner, ne? Ja, okay, wir gehen hier einfach direkt weiter. In die Zone. Ich habe diesen Bug, dass ich dich auf der Karte nicht sehe, das ist so nervig, ey. Ist egal, ich bin eh immer hinter dir. Ja, okay, sehr gut, sehr gut. Ja, du bist ja so schön, ganz fit fordler-mäßig. Auf dem Zug zu welcher? Ich werde was? Kommst du auf dem Zug? Ich habe so einen Zug zu kommen. Ich bin drauf. Vor uns, der ist über uns. Der ist runter. Down, nice. Down, aber. Brauchst du ein Stromgewehr? Okay. Ich nehme wieder die Erdbindiger mit, da brauche ich keinen Bunker mitnehmen. Weiter. Ja, okay, einfach weiter. So, wo sind die denn alle? Da vorne sind die Medaillenträger, komm, ich gehe mal hier auf High Ground. Da können wir uns gleich holen. Ja, wo kriegt man die denn jetzt mittlerweile her? Die kriegt man auch einfach von Boss auf der Karte. Das ist so, es gibt es jetzt, Hades, Cerberus und so, aber auf die würde ich, also die sind schon gut, wenn du die hast, aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt hier unbedingt brauchen. Okay. Guck mal, die sind da. Wir gehen mal hier hin. Siehst du den hier unter mir? Ne, ja. Hit, 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 hit. Sehr gut. Oh, yo, Sniper. Ja, siehst du, da ist er wieder. Nein, ich hab... Ja, easy. Es war noch ein anderes Team. Ich würde gleich alles easy. Ja, die pushen nicht. Ah, direkt vor, ja. Ich hole ja mal ein Teuerbar. Ja. Ja, okay, die sehen mich, der ist direkt vor mir. Ja. Rooted. Ja. Ja, so werden wir es auch machen, wenn ich auch gesnipet werde oder so, gleich weg. Wir gehen gleich weg und dann gehen wir einfach auf Rebirth, weißt du? Okay. Das bringt, die pushen eh, wenn einer down ist, die pushen eh direkt. Das bringt da nichts, irgendwie gegen zwei zu fighten. Das ist eigentlich fast unmöglich. Ich hole dich gleich. Wenn wir eh, einer, die wasserbändiger Fähigkeiten hat, äh, die luftbändiger, dann ist es eh easy. Dann fährst du einmal durch, durch die Karte und dann haben wir die eh direkt. Okay. Jetzt, zack. Oh, oh, oh. Da war ich, da war ich zu gierig, da wollte ich auch schön den Loot mitnehmen. Oh. Aber ich würde sagen, lass wirklich zu, äh, Dings wieder landen bei den, bei der Luftfähigkeit. Ja, ist entspannter auf jeden Fall. Das ist gut. Soll ich mir rausgehen, aus Versehen? Oh, jo, jo, jo. Oh, jo, 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 jo. Soll ich gleich. Ja, skin-technisch können wir uns nicht anpassen. Ich hab nicht viel halt, ne. Das meiste krieg ich aus irgendein, von irgendeiner Person immer aus dem Chat, krieg ich geschenkt, so ganz komische Tänze und so. Ich hab nicht viel. Ich hab nicht viel. So, wenn wir mal einen Win-Holen jetzt hier. Ah. Wäre geil. Ja, ich bin ja safe jetzt. Ja, skin-technisch wird sich da irgendwie anpassen, oder so? Ich hab nichts. Ja, nimm was du hast. Also ich nimm was du hast. Okay. Ich hab nicht viel. Ich hab auch diesen Obdachlosen da. Aber der ist, ich will uns ungerne männliche Charaktere. Ich hab auch weibliche. Ja, nimm mal einen weiblichen. Irgendwas. Ist das scheißegal im Fortnite, ob man jetzt hier gut getan ist. Die hätte ich, siehst du die direkt, ja? Ja, ja. Ja, das ist egal. Wie heißt der, skin? Der heißt Lauf... Was? Laufstegraserin. Ja, das passt. Ich würde vielleicht das Cape als Backbring wegmachen. Jo, 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 jo. Und jetzt haben wir schon Zwerder-Skin. Meinst du, das ist er? Ja, das ist schon gut. Ja, das ist schon gut. Gibt's hier in Fortnite überhaupt so was irgendwie so... Ja, okay, ich hab jetzt so ein Glibber-Ding halt noch. Der fällt halt mehr auf, ne? Aber achtet man darauf? Ja, also man spielt halt meist so... Also die meisten spielen halt so Frauen-Skins, weil die halt dünn sind und nicht so viel blockieren. Und ja, also viele gibt's halt so die Superhelden-Skins spielen, die machen die dann irgendwie in grün oder so, dass du die ein bisschen schlechter siehst, aber... Ah, okay. Ja, das ist denn so bei FNCS und so, wenn's da wirklich um irgendwie, keine Ahnung, also ich glaub jetzt so bei so'n Turnier ist das so relativ... Okay. ...wusch, sag ich mal. Aber ist schon gut, dass wir gleich ein Skin haben, weil dann wissen wir immer nicht, wem die angehildet haben gerade, wer Lowlife ist, das ist immer ganz gut eigentlich. Mhm, okay. Weißt du so, wer alles mitmacht? Ja, Sydney macht mit, äh, Rohat, Sydney und Rohat ist auf jeden Fall ein starkes Team, das hab ich schon so ein bisschen gesehen, Maxify und Hugo sind eigentlich auch mal stabil. Ja, es gibt schon ein paar gute, aber ich sag dir ehrlich, du bist echt gut fit eigentlich, also ich bin da echt zuversichtlich, dass wir da gut performen werden, definitiv. Okay. Also wenn wir hier unseren Drop, also wenn wirklich diese Luftbändiger-Fähigkeit, wenn wir die wirklich kriegen und hier nicht 10 Leute mitkommen, dann bin ich echt, also dann glaub ich echt, dass wir mindestens Top 7 machen. Okay. Weil wir gehen ja wirklich so, nur auf Endgame, wir chillen die ganze Runde, gucken, okay, vielleicht wenn's Third Party ist oder so, gehen wir rein, aber ansonsten werden wir einfach nur chillen und werden, äh, wirklich auf Endgame gehen. Ja. Weil das reicht dann auch, weißt du, wenn wir da unsere 3, 4, 5 Kills machen, aber immer Top 5 blazen. Ja, Kill gibt, brauche ich immer 2 Punkte, pro Kill 2 Punkte. Ah, hier kommt einer mit, aber da, ich stoppe die direkt, hier nehm mit. Und lass weg hier, lass weg hier, das ist okay. Hier, wir gehen hier direkt runter, hier. Hast du ne Waffe? Ja. Okay, dann kill die. Eine liegt hier immer, ist mir grad schon aufgefallen. Hier ist noch einer. Sehr, sehr gut. Ja, ich glaub, eine Waffe ist da immer, eigentlich muss ich eigentlich echt noch auf die Waffe gehen. Wow, das war knapp. Das war zu nur, ich bin schon hier auf der Boarstation. Und hier ist auch ein Fass von Blue Life. Ja, ich würde eigentlich echt sagen, ich muss eigentlich echt auf Dings stoppen. Wo lag die Waffe? Direkt an der Treppe, letzte Runde auch schon. Man muss eigentlich echt auf Waffe gehen, aber... Nur, nur letzte Runde war dann eine Shotgun. Ich würde eigentlich sogar sagen, nee, ich glaub, ich werd, also falls uns welche Contest werden, ich werd trotzdem immer auf Dings gehen, auf die Luftbändiger-Fähigkeiten. Weil, falls du sterben solltest, ist das nicht so schlimm. Äh, ich kann dich nämlich einfach dann holen. Die Luftbändiger-Fähigkeiten sind auf jeden Fall wichtiger. Weil die können eh nicht hinterherkommen. Wenn die die Waffe haben, was wollen sie machen? Die können, so schnell können die mich gar nicht killen, dann bin ich schon wieder weg. Und da kann ich das eh holen und die haben die Fähigkeiten nicht. Und Looten haben wir dann trotzdem noch genug Zeit. Ich glaub, ich hab immer ganz guten Drop eigentlich auf die Dings, auf die Fähigkeiten. Ich schießt mit irgendwelchen, hä? Ach Gott, so. Ich schreibe mich. Hä, die hätten auch bei den Luftbändiger gesetzt. War die jetzt Gold, oder? Was war Gold? Nee, ich dachte, das ist ein Gold, der war vielleicht die Orange. Okay, dann wieder rüber zur Insel. Ja, genau, dann gehen wir hier wieder den Berg hoch. Boah, das krasse ist eigentlich, wir könnten auch wirklich hier einmal komplett durch die Map aufs Wasser einfach laufen. Weil die können ja hier wohl schon benutzt. Die, äh, das kann einfach keiner kriegen. Das ist echt so crazy. Also das, also Loot-technisch mach ich mir gar keine Sorgen, wenn wir halt die Fähigkeit haben. Weil wir können eigentlich wirklich die ganzen kleinen Spots abfahren. Und das, das, da wird keiner sein, weil das sich alleine so nicht lohnt, weißt du, wenn du nur einen Spot so mitnimmst. Aber wir können die einfach abfahren. Und dann gehen wir hier runter, obwohl hier glaub ich sogar, dass da welche landen werden. Aber das ist eigentlich auch ganz gut, falls wir hier landen werden, dann können wir nämlich einfach von oben gucken. Und wenn wir gute Hits auf die landen, dann pushen wir einfach. Okay. Oh, hier wurde auch schon geloadet. Hier ist nichts mehr. Äh, was fehlt hier gerade noch? Was hast du für ein Loot gerade? Ähm, hast du schon ein Sturmgewehr? Ich habe noch eine Kriegsschmiedesturmgewehr und eine Nemesis Blau. Oh, hier ist ein Gegner bei uns? Ja. Ja, direkt vor mir, hier. Hier, warte, ich komme zu dir. Ah, die ziehen weg. Ah, okay, ja, dann lass sie laufen. Wir gehen hier auf die, darum ist nur noch mal so eine Station. Die holen wir uns. Ja. Ja, hier ist auch ein Loot ist. Oh, fuck, okay. Die Zone ist egal, tränken wir ein bisschen. Okay. Ja, hier ist nochmal mit Thermal drauf. Ja, Thermal würde ich nicht spielen, also das ist, das ist recht, das ist überhaupt, was die drengehaunen. Aber hier mit Rotpunkter, das ist wichtig. Nee, ist gar nicht drauf, also rot, ey, wenn wir Rotpunkter haben, dann ist es halbe Miete. Ja, wenn ich Rotpunkter finde, gebe ich dir das einfach immer, weil ich kann auch Dings ohne Normal spielen. Aber Rotpunkter ist manchmal selten, ich weiß auch nicht. Okay. Guck mal, hier sind Fische, die können wir einmal essen. Hier auch nochmal. Ja. Wann ist denn Schildblase? Äh, das ist auch so ein Schutzding einfach. So ein, so ein Pläsen. Das nehme ich jetzt mit, wenn wir zum Beispiel keine Bunker finden. Dann nehme ich mit. Das ist auch ganz nice im Endgame. Ich nehme mal die Fische, dann können wir eigentlich direkt weiter rotieren. Perfekt. Ich will dich vielleicht nochmal einen Biggie suchen. Oh, da schießen welche auf mich. Jo. Mal gucken, wo die sind. Ja, die kämen da oben. Lass, wir gehen hier rechts einfach lang. Ja, da ist schon krank mit dem Überwasser. Ja, das ist überkrass. Wenn man überlegt, wahrscheinlich nur zwei, also, dass beide die Fähigkeit haben, ist sehr unrealistisch. Außer die Fühne halt ein Schrein. Wir gehen mal hier hin. Und deswegen, wenn wir wüchsen. Oh, wie viele werden das wohl machen über dem Wasser? Also, wenn die was finden, ne? Ja, ja, ich bin auch gespannt. Aber, wie gesagt, die Fähigkeit ist jetzt auch nicht so oft drin in der Runde, dass man jetzt sagen kann, okay. Jeder hat sie jetzt auf jeden Fall, ne? Ja. Guck mal, hier sind auch noch so ein Pilz. Die Pilze kannst du essen, gehen wir zum Blue Life. Hier sind auch noch Pilze. Feuerbindiger Müll. Was hast du jetzt gerade alles dabei? Gar nicht, nur Sturmgewehr. Nur Sturmgewehr, okay. Nur Sturmgewehr. Das brauchst du noch alles. Also, zwei Madpacks habe ich auch noch. Also, nach der dritten Runde, ich weiß nicht, hast du heute gelesen, ist nur mit Elementarfähigkeiten. Boah, geil. Aber das gibt noch mal, ich glaube, die Runde wertet halt nicht zu den Punkten, sondern das gibt noch mal 1000 Euro extra für den Gewinner. Ja, krass. Ja, da müssen wir eigentlich nur, da machen wir auch gleiche Taktik, gehen wir auf die Luftbändigerfähigkeit und müssen dann halt hoffen, dass wir die Wasserbändigerfähigkeit finden, zu zweit. Ja. Guck mal, hier liegt noch eine Dings. Jo. Die kannst du mitnehmen. Hier ist auch eine Pamke, eine grüne, die kannst du mitnehmen. Also, ich würde sie sogar das empfehlen, die ist halt echt einfacher zu spielen hier. Die schießt zwar ein bisschen langsamer, aber die ist deutlich einfacher zu spielen. Das ist auch meine Favorit gerade aktuell. Okay. Ja, dann nehme ich die. Alles gut. Die ist aber auch schon ewig drin, ne? Ja, ja, aber die haben die verbessert deutlich. Okay. Boah, guck mal, hier ist die sogar in lila. Die kannst du direkt mitnehmen. Okay, hier wäre zum Beispiel jetzt Wasserbändiger. Würde ich hier... Ja, also in der Avatar-Runde würde ich sie mitnehmen, weil ich fand die jetzt gerade echt Möwo-Ratte, wo ich die gespielt habe. Ne, ich sage nur gleich, wenn wir hier vorbeikommen. Okay, hier ist Rotpunkt drauf. Ah, guck mal, hier ist auch noch ein Ding. Ist aber Feuer, ja, Feuer ist der größte Ratsache. Obwohl, das ist eigentlich geil, wenn wir dann... Boah, das ist eigentlich ein guter Call. Wir könnten eigentlich echt... Wir werden dann direkt hier zum Feuer-Tempel-Routine, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Angriffsfähigkeit. Stimmt, Junge. Das Feuer ist zwar jetzt nicht so krass, aber für die Runde ist es okay, so ist es. Ja. Jetzt gehen wir... Ah, hier vor uns ist einer, hier vorne, hier. Ja. Wasser. Der ist krank. Ja, einer ist laut. Der hinter dem, sein Mate. Ja, okay, der Wasser, Zeus. Was? Er überlebt mit zwei AP. WTF, er überlebt mit zwei. Der hat mich mit dem Wasser weggelasert. Ja, ich weiß auch nicht, Wasser ist echt komisch. Er hat, warst du noch aufs Luftrad gewesen? Nee, ich bin ja runter und hab schon geballert, aber er hat mich einfach weggelasert damit. Dann, äh, äh, warte mal, ähm. Ja, er überlebt mit zwei AP, was soll ich sagen, Freunde? Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Er war der Beste. Ich glaube auch, weil das streut beim Splashen, wenn das ankommt. Ich glaube wohl, ich meine, erste Runde habe ich das gespielt und hatte die, also, sah so aus, als würde das nochmal streuen, so gefühlt. Ja, du musst ja nur in die, ungefähr in die Richtung treffen. Ja. Dann ist, dann ging es ja schon, ja. Okay, eine halbe Stunde haben wir noch. War Glück gewesen, das ist frei AP, Leute. Lass uns mal hier durchgehen. Er hat auch goldene Pump, oder soll ich da machen? Das macht halt dreimal so viel, damit ich meine Gammelpump. Ich glaube, ich verließe, dass ich in die Richtung komme, das war wirklich gut. Ich will meine Gammelpump. Ich will ihn durchgehen, undぉ- Ich will, ich erzähle dich mal wieder, Ich will, ich bin, weil es nicht mehr schadern sich, dass wir kein Mannen gibt. Ich gehe – ich bin, wenn du bevor wir zu tun. Und da ist gut. Ich bin! Ich bin, du, dass du dich an dichs. details unterstellen wie spiel zu spitz auf low oder wie sieht das alles ganz normal ich habe jetzt keine krassen ultra einstellungen ja das ganze machen aber jetzt auch ich glaube es ist schon also ich bin auch ganz normal ich habe jetzt auch nicht weil ich bin auch nicht so dass es hell so hässlich aussieht besser ja das stimmt ja da war ich lieber ein bisschen weniger kills ok wieder zum tempel let's go also ich finde die luftwendiger fähigkeit am besten ich weiß ich wasser ist so also manchmal schallert es richtig rein und manchmal auch echt komisch das problem ist halt die lustige endgames leute bunker und somit nehmen und deshalb weiß ich aber zwei wasser fähigkeiten mitnehmen sollen schwierig ja komisch oder ne diesen zu flach ich würde gerade sagen der hat der gott drop aber ich glaube er geht woanders wir kommen gut bekommen gut ich hoffe ihr kommt keiner mit doch ich höre glaube ich ein total schlecht also ich weiß nicht ob der da bis ankommt ich habe niemals würde aber hier ich bin zuerst ok siehst du direkt an der treppe vorne ist jetzt wo der gerade läuft ist die waffe theoretisch können wir es eigentlich direkt auf dem wo der ist hier ja ist egal wie je nach rechts sonst eigentlich ohne ok goldene pappen hier ist auch noch einer oben nix also ich bin echt über sich das heute lesen ich hoffe mal so anspannung ist halt wenn ich sie wir sind so sagen wir jetzt dann gibt mir der stifter ich sage ja das ist so stressig das ist auch so gesehen mein erstes fett ist okay ich habe ein pubg turnier gemacht aber das war von vornherein schon unfair weil da irgendwelche ja okay es gibt vielleicht zehn partie pros und haben mitgemacht ja ich bin hier unten auch mal die liten gehen hier das war bei der ölbohr insel machen einer und einer oben oder wirklich beide direkt zusammen nach oben das geht nicht oder sind leute und schüsse und ich schieße auf die ich komme links hoch links 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 ja im bunker der kommt hoch der ist alleine, der ist alleine, wir können pushen er haut ab der jumped back ja geht nochmal, ich push den, ich push den der ist eh down, der ist eh down der hielt sich hier oh gott, er hat nochmal 115er bekommen, stark wo bist du hinten, yo, yo, yo alles gut, ich komme runter okay ist natürlich so, dass einer tic boah, das hat ja was smart gemacht, Leute dann gibt der mir nochmal einen dicken Pampa in so einer Situation, wenn die Zone schon krasser ist, dann packe ich dich und dann ziehe ich ab, oder? ja, aber die haben die jetzt so eingestellt, dass eigentlich so fast bis zum Endgame nur einer tic sind okay okay und da geht es schon aber ich gehe jetzt mal schnell in die Zone, weil bisschen low life könnte es sein, dass du mich nochmal holen musst ja oh gott, Zone weit weg ja, du musst mich wahrscheinlich nochmal holen außer hier sind Fische ja aber alles Gute hast du jetzt Zeit NARBIT wird heute verschwitzt wir bauen zum Beispiel welcher komplett raus hätte ich mich glaube ich gar nicht für gemeldet ja, bauen wäre es auch komplett raus da muss er wirklich auch jeden Tag trainieren und so, das ist auch echt nervig ja auch hier vorne sind Gegner aber ich schießen mal nicht aber die sind unter uns, hier im links hier aber zu mir die feldweiter der feldweiter der ist direkt vor mir sein mail kommt neben mir weil ich hoffe ich komme zu dir der ankommen rechts und rechts und rechts und erdbändiger leute erdbändiger ist halt auch krass weil wir damit die bunker kaputt machen können stimmen wo ich muss unbedingt werden bändiger mitnehmen waren der andere zone was dabei nee ist noch nicht kaputt du kannst auch stimmt damit wir gehen hier direkt aufs haus einfach okay oder das war hier aufs haus geht es mir jetzt vor uns ein gegner hier unten adion ab war das das auch einer der eine ist gedauert der eine der solo da wir warten mal kurz hier weil da ist nämlich der andere typ der die gedingst hat okay warte siehst du den siehst du den ja okay 321 wo ist der hin pass auf da ist noch einer da ist noch einer komm mal hier hinter mir ich spreche immer okay die nehme ich auch nicht mehr mit der zielfernrohr ist auch scheiße die früche gleich rein jetzt rein jetzt rein jetzt direkt da vor uns ist noch nicht jetzt dahinter und jetzt weg mit luft wenn ihr geht nicht oder die ein bot dabei noch keine ahnung ich sag dir ehrlich im kapitel wie gar nicht da so reingehen wenn wir gar nicht das ist das war der ekel sind da werden wir wirklich ganz schön wenn wir damit unsere lufträdern rumfahren und wäre einfach nur wenn die feiten hier war rein und schön eigentlich deswegen glaube wenn viele so einfach so abschimmeln und warten wer ist der sniper eigentlich ja 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 vielleicht ist das zeitbar mit dem guck einfach was wir finden aber das ding ist halt wenn er hat doch eigentlich kannst du das halber mitnehmen doch geht schon wenn man eine findet man hier mit die sind ultra selten ja eh geworden erst mal oder rot post ist eigentlich relativ dann weil ich habe also mein größtes problem ist halt dieses der hat nur rein suchen und kein visier ist ja das ist auch echt nervig so mal gucken nicht dass da jetzt irgendwann neues gekommen ist ne nix neues ist das hier so ein neuer disco bin ich noch gar nicht drinnen leute bin ich lost oder ist das ne du bist drin ich bin ja ja was passiert jetzt 1 ich glaube dass diesen backer diesen buster auszeiger ne ich hatte maus ich spiel auf tastatur maus und du auf dem controller controller besser also für nobild auf jeden fall habe ich damals auch nur und dann irgendwann habe ich ein pc bekommen und dann ja mal schnell vorbei ich hatte damals auch vorzeit angefangen mit maus das natur bin aber dann auf konsole gewechselt weil die lobby sein entspannter waren okay ist ein main game oder mit 1 ja 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 dann kommt auf jeden fall einer mit aber der fliegt schlechter du hast perfekt drop hol dir direkt die waffe ja jetzt ist hier nur ein biggie doch eine pistole auch sehr gut die lag jetzt direkt hier vorn okay oder die du am besten auf ja du oben bluten ich gerne unten okay oha ist jetzt warte mal oha das ist ja übelst der op-spot komm mal her hier ist ein slurp truck wusste ich gar nicht okay dann treffen wir uns hier unten immer dann das sind track ist hier das ist kann das ja wirklich gott wo sie hier feuerbändiger schmadt ich weiß ich leute vorher frei ist gar nicht wo es echt schlecht ich habe schon ich habe auch eine blaue nemesis passt ohne schrot habe ich auch schon zwei sauf packs hier sind nochmal zwei sauf packs hier hast du alles haben das jemand da ist einer das hier kurschen wir gehen direkt rein ist alleine der haut ab kommt er ja ich habe kurz abkürzung was hat er gemacht würde er ist ja voll einmal geflogen er ist ja immer noch nicht die seilbahn zwei hits stark das war hinter dem baum direkt da lass ich mal weiter ist es alleine für mich pushen immer wasser wenn ich ja alles wie sie trifft auch ich jeden schuss leute naja es ist viel cyber tg ja hau ab schade ich habe mich schon klar gewesen dass er alleine in die richtung fliegt ich habe die karte nicht mitgenommen durchgefahren oder nicht eigentlich wohl das war die wasserwendige fliegt mit mit wem maße im letzten letzten alexis und wo war da da war ich weiß gar nicht wohl 15 da oder so ok ich glaube 15 16 also im dreh irgendwann habe ich mal geguckt habt ihr glaube ich auch den ersten geholt ich weiß nicht mehr was das war ja das war auch so ein lost legends cup war das aber mit so einem prono also da waren wir zwei noobs quasi und ein pro dann war die erste woanders guck auf für wir 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 also jan da muss doch ein bisschen besser das ist halt mein bester also das war ja hast du eigentlich auch so krank viele probleme mit also wir renkt spielen dann schon aber diese weiß alles schlecht dass wir die schulden aber hier mag sich drei max erholt nur um immer der muss hier zehn minuten die lehrung zu reinmachen sagte aber ich sage ich also ich bin ein bisschen schlimmer die leute auf zwischen auf jeden fall ein bisschen crazy unterwegs was das stream angeht ja wenn er richtiges hörbar und so auf youtube ist das immer so die was das denn hier tom trommel gewehr vielseitig hat das mal hier fliegt eine fähigkeit runter das ding ist ja das würde ich auch ich habe geschossen von über uns hier ja hier noch mal hier hier der haut noch was kaputt und die minis scheiße ja 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 wo sie die hin man gehen hier direkt bestand mir noch gut also ich denke mal die erste runde wird 90 uhr los gehen wir jetzt gleich noch regeln mäßig los sein regeln durchgehen aber wir gehen direkt zum bunker da der markiert ist ja da war noch mal gut mal auf aufmachen ja hier wird jetzt noch eine lila ja scheiße kriegsschmiede und hier kann man pimpen let's go er wartet da oben leute so ein troll leute ok das war es mit dem hast du bunker irgendwo sehen den jetzt die stehe mit scheitern verwenden sollten wir zu einem bunker kommen scheitern fast smart oder ja nicht bringt nichts also ich würde nur mal so da drauf ist es egal aber aufmachen würde ich jetzt nicht extra ok ich habe keine hier jetzt nichts hier jetzt habe ich gut brauchen nur bunker wäre ganz gut im bunker finden könntest du die deals nehmen bunker oder diese schildblasen aber wir haben sie hier kannst du minis mitnehmen post noch munnen also munitionen und wusste ja sturmgewehr noch mal reingehen hier ist nochmal ein 50er für dich sogar 250 erdwändiger fähigkeit leute aber mäßig nimm mal mit ja das wird der win jetzt hier leute ich predikt es es gibt so viele videos von meinen controller settings also wenn du die nicht findest dann über akkommiert sind sie gehen da wie immer rein und vor uns hier war da aber gehe ich direkt reingehe ich direkt rein warte noch kurz sind am auto ach der schießt die dinger ja ok da kommt näher mit der mann dann schießt die einfach kaputt dran dann kippt 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 aber wir gehen einfach auf die links hier wir gehen auf die einfach medaillenträger immer gut oder so wo die sind wir sind hier in der mitte und sein die fahren herum vor uns da kommen die in drei medaillen jetzt hier es trägt einer auf dem dach da oben hinter uns auto ja da ist einer stark ist recht sehr gut kommt mit mit links 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 aber ich muss wirklich musik ich muss genau so noch welche du bist weg müssen weg hey leute ist diese wasser insel so strong da kommen wir erst mal drinnen zurück also du bist ja nicht was ich komme so kurz einmal mit gilt wir gehen mal darauf nach bei dir insel springt krank weg die unter uns war noch aber die nehmen wir jetzt wahrscheinlich immer hier lang die rotieren ich kümmern nicht ein erlass mit bedingst in der frau gehen diese wasserfähigkeit die hatte mich ja komplett auseinander genommen versuche mal dahin zu gehen wenn da ist auch keine gegner sind okay vor uns sind welche das crackdown weiß er kommt hinter uns links links guck mal hier hinten war noch welche hier unten da ist er dass er das nicht den pulsen hat der mit rüsten er ist egal der snipe unter uns er war der gleiche ok das war das wasserrad nehmen die zone erst mal so und gute posi der zoll die das im bunker wenn welche drinnen sein aber wir gehen direkt weiter mit der zone schießt noch nicht schießt noch nicht wir müssen hier hoch müssen da hoch müssen da hoch stark stark wir haben gott wo sie da im bunker sind die drinnen hier 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 ich mache gleich ein neues dings oder hier neues dings 2 ja da wirft ihr seine steine rüber nein oh mein gott ok du musst einmal mit luftrad am besten das runterkommt ja alles easy ist keiner jetzt hast du noch green life nee gar nix oh wir hatten ja um gott posi verkackt leute ok komm wir gehen wieder hoch oh über uns ist einer zwei über uns ja die kommen duktig duktig komm luftrad macht luftrad luftrad und links lang wir gehen ohne wie jetzt ohne wie jetzt ohne wie jetzt ohne hier im busch hier im busch sorgen wir haben die gott posi komm hinterm dings hinterm stein oder einer wurde gescheit aber wir haben die gott posi gestartet ist echt gut wir chillen die also wir chillen die einfach ja die da oben rechts close wo ja da die sniped die pieken aber nicht die kommen von rechts ja es war so klar ja alles gut der pusht vor uns ah scheiße ja leute ich glaube ich sollte echt lieber einen sprunger mitnehmen oder ich weiß auch nicht diese erde oder sniper ich weiß auch nicht sniper ist eigentlich schon strong eigentlich auch ich spiele alle sniper ich glaube halt im turnier werden die nicht alle sniper schauen und da gibt es schon kies und alles lassen wir da in den disco da wurde das amazon disco heißt der hybrid lanene das andere aber einfach am hier der hier ok warte mal gehen lassen wir einen channel gehen jo zack gibt es ja schon code oder was ja steht da ist über uns dann direkt die kanäle die wir brauchen die erste runde beginnt was 50 minuten jo hä ist überhaupt schon live doch ist live ja ja ach ne der geht ja jetzt live in in 5 minuten turnier save unter sniper ja ich würde auch sagen mit bunker lieber bunker ist schon wichtig vier bunker wenn wir die haben das wäre schon echt wichtig du kennst dich da aus mit den keys und so wo man die eingeben muss und dann die laufen ja ok ja gerade auch dicker fehler ey erst ich habe erst den biggie genommen und dann habe ich mich geärgert weil ich die kleinen nicht zuerst genommen so ein scheiß ja komm ich mach nur eine runde ja auch nichts ja das ist aber nicht schlimm ja das ist halt das ding wenn die nicht einmal uns einmal headshots nehmen dann gehen die natürlich wenn die direkt pushen dann wie gesagt da hauen wir echt ab denn ich lass dich ja auch liegen da haue ich ab und dann nehmen wir lieber noch die punkte mit weißt du ja ja und ich sag dir ehrlich anstatt pumpe würde ich glaube ich wasserzeugs mitnehmen ja ne ich glaube auch ich glaube auch das ist echt schon das ist das baller schon krass rein wenn wir die finden dann mit ja ey michi dank für äh 43 monate resub error error es nobild ja das ist was meint ihr so die sniper liegen lassen so unschlüssig aber wenn die bunke haben und es ist mit seiner chance schon geil eigentlich ich würde sagen wenn du selber mit wenn wir selber finden müssen wir tauschen wir dafür jetzt ja du nimmst einfach immer hier mit also immer bedingt irgendwas mit hier minis bg ist und so und ich den bunker und bunker und links mit warte mal du nimmst links links er guck mal guck mal überlegen ja wenn man wenn wir überhaupt zeit finden das ist ja auch immer so ein ding ja das haben wir echt selten gemacht er ist eigentlich müssen wir erste runde echt wenn wir los das team sie müssen eigentlich echt pushen weil die sind ja immer schnell überfordert erste runde sind noch alle so ich bin so defensiv und rennen die ganze zeit weg und so und wenn wir da vielleicht echt nicht stark erste runde mit müssen wir gucken leute ich würde es abhängig machen wenn wir ein sehen wo wir wissen dass er lost ist können wir eh pushen so ja ich glaube sechs runden gibt es insgesamt und eine bonus runde ja das ding ist ich fühle das erste runde auf keels gehen aber was ich halt nicht fühle wo ich auch immer am besten mit abgeschlossen war wenn wir wirklich konsistent die runden einfach runter spielen freunde das war immer das beste gewesen bisher das ist auch komischer bug dass ich einfach meine teammates nicht mehr auf der karte sehe ich check's nicht neue staaten ich glaube dass von runde zu runde immer links zu ende direkt zum truck ja ach scheiße ja sie ist davon vielleicht boah so dumm ich muss da die fähigkeit mitnehmen ach so ja das wäre gut scheiße geht der jetzt schon die regeln durch leute am a oder ne der ist schon echt der macht nur seine faxen da guck mal guck mal das ist ein zeichen so war das jetzt hier feuer wieder luft wenn die jubb wir das sind ja das ist ich sch ich 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 was wir auch machen können ist dazu dann hier oben einfach lang fährst und nicht unten die dinger macht weil unten sind auch noch kisten luftwendiger ok hier war nix mehr ja leute was nämlich jetzt was jetzt liegende wenn du mal die biggys mit bunker müssen wir mit dem freundlich ohne bunker würdet nix ja was ist hier wichtiger medkit oder minis minis bin ich so wenig mit außer du hast drei medkit sind natürlich wetter ok o herr lama nehmen wir jetzt den flower wie sagt und die beiden wies was ist das banane der götter was soll das sein ja das so ne die macht green life auch und macht dich ein bisschen schneller und ein bisschen mehr boost aber die würde ich auch mitnehmen wenn wir zwei davon finden die ist echt geil also ist echt stark wir gehen wieder hier hoch wäre aber echt schön zu wissen mit denen mit den bots ob man die holen kann ich würde sagen eher so ich glaube nicht aber wenn wir gleich erfahren wir sind noch keine gegner oder aber wir gehen direkt weiter doch rechts von uns irgendwo da oh ja hier unter uns bleibt drauf bleibt drauf da sind welche da da von links auch noch ich glaube ist ein bot da oben sind welche die 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 816 auf dem dach 116 noch mal doch leute ich muss selber mit dem los links muss selber mitnehmen kommen hoch am besten zu mir ja klaus recht hier und auch welche noch welche die kommen zu dir sind unten am auto ich muss auch weg hier ich habe low life komm hier links lang cool ich muss auch weg ich muss weg easy ich bin weg ja ich habe ist das ein scheiß bist du unter vom glück radnäne ich nehme ja einfach aufhol war voll ich komme ich nicht daher wir gehen kurz hier und dann links hatten wir uns noch mal aber gut gespielt das waren wir haben jetzt alle gerade das war ich gut ja das ist doch weg sind wir gehen hier im bus ich mache einmal kurz diesen flowberry saft für uns beide ja musste gut dafür dies szenario sondern die sauf packs machen die auch nebenvoll die mara leben ja kannst du ich kann sprechen zwar war wie hast du vier ja dann auch noch mal einen rein und das reicht wir gehen richtung bunker wir können uns auch ein bisschen hier holen und so weil ich glaube dass ich ja außer die splecher noch einen sauf pack ja und halt scheiß waffen nehmen es ist noch grau ja das nö und haben wir auch dort kommt leute Kannst du hier noch den Biggie mitnehmen? Hier ist nochmal Splasher, hier sind nochmal Splasher Guck mal, hier ist nochmal ne Nemesis, ne blaue Jawohl Okay, lass mal raus hier Hey, sind da irgendwo welche? Ne Brauchst du die blauen Nemesis nicht? Sebo, brauchst du die blauen Nemesis nicht? Ach scheiße, Mann, ne, ich hab die goldene DMR Ah, okay, top, top Ne gut, hätte ich auch Fragen Boa, aber die würde ich nicht nehmen Hast du, du hast Kassel oder ein Sturmgewehr? Warum, da ist normaler Rotpunkt, ist kein Wärmeschweiß Ne, ne, aber das ist ja nur so ne Sniper, so ne Dulli-Sniper, weißt du? Okay Also wenn du kein, also, was hast du jetzt alles dabei gerade? Ja, jetzt hab ich ne grüne Nemesis und ne lila Shotgun, die drei Schuss, ne vier Schuss sind Und die restlichen Slots? Windbändiger, ein Biggie und fünf Southpacks Ja, das passt so, nimm nicht Sniper mit Also vor allem nicht die DMR vielleicht Sniper, ja, aber die DMR ist Müll Weil die machst du 86 Hits pro Hit und du hast da auch Bullet Drop und so Das ist, immer da was trifft mit Okay Und du hast ja hier E50 Overshield, das sind immer nur 20 Damage irgendwie Das lohnt sich nicht Aber wir gehen mal hier in die Richtung Ich will nicht sagen, aber die Season macht Bock irgendwie Ja, ich sag dir ehrlich, mit diesem Windbändiger Fähigkeiten und so Bock echt Beide ist auch Ich bin gerade erst wieder im RP drin Aber jetzt hab ich wieder Bock auf Fortnite Fortnite beste Wir gehen hier hoch Achso, komm mal mit runter Wir nehmen hier diese grüne Flüssigkeit mit Das sind so Dashes Wenn du da so reingehst, hast du so eine Da kannst du dich supporten Ach jo, stimmt Das ist nicht auch ganz nice Warte mal, was auch geil wäre Immer wenn du deine Dein Windbändiger upmountest Sag mal kurz Bescheid, damit wir den gleichen Timer haben Ja, 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 ja Wie oft haben wir den jetzt dreimal, oder? Ja So Gott Okay, wir moveen, wir moveen, wir moveen Warte, komm, wir gehen hinten lang Äh, dash dich, dash dich, dash dich, dash dich Der pusht Und den Windbändiger, wenn du hast Ja, hopp, 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 hopp Komm, weg hier Komm mal hier hinter Warte mal, wie gehen wir gleich Äh, wieder mit dieser Wasserscheiße Geh mal kurz mich heilen einmal Ja Weil die haben mich gesniped und dann haben sie gepusht Wir brauchen Wasser Komm mal hier Äh, gib mir mal ein Biggie Boah, wie, ach ja Rechtsklick, links werfen Ja, easy So Auf dem links Zwölf Leute Okay, wir gucken jetzt erst mal, wo die Zone ist Oha Legendary Und ne blaue Nemesis mit Ziel Das ist gut Ja, die sind jetzt auf unserer Pose da oben Ja, Wasser Der late, nein Wir müssen da oben mitnehmen Der ist ja krank Ja, das ist echt crazy, Leute Also Ja, wir sind hier eh jetzt auf Dach erst mal Ach du Scheiße Die sind vor uns auf Dach Ja, eine Push Big Hit, der ist crack, der eine Ist crack Ich auch Ja, easy, easy Hiel dich, hiel dich, hiel dich Ja, wir chillen hier kurz Wenn die pushen, dann ist gut Wenn, wenn nicht, dann Ist egal Oder hinten ist auch mal, ich glaube, der wird eh gleich gesnipt, der eine Wir warten jetzt eh Zone ab Äh, du hast kein Blutlife mehr, ne? Ja, aber drei ist auf Packs halt noch, ich Idiot Äh, ja, nimm die, nimm die, nimm die Okay Okay, von mir liegt, die sind hier Oh Gott, der ist hier direkt neben uns Warte ich Der ist alleine Wir sind da Wir können hier Okay, der haut ab 40er Wenn du Windrad hast, hinterher, hinterher Nee, pulldown, das Ja, ist sein Bot Ja, der ist da bei der Tanke Ja Immer noch Hier direkt hier, close Warte mal, ich bunker mal hier Achso, du sagst es pushen, deswegen Achso, ich Ja, der ist crack, der ist crack Einzig Was ist das denn, what der Ja, ist gut, ich hole dich gleich, das ist eh Reboot-Bender Ja Sorry, Müllkoll von mir Ja warum ist die windmanagerfähigkeit abgebrochen sauber ich muss kurz ohne, weil ich daneben wo krieg ich jetzt grünenlife her oh gott da ist einer joh ich muss mich in ruhe lassen hier benötigen ich hier du kannst ich glaube der klang hat die regeln hier ich glaube ich das mal damit liegt der stark ich kann nicht sogar ich habe den nebenbei einfach auf ton auf die 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. bots verboten durch diese gott rotation npcs kaufen ist okay aber rekrutieren also bei npcs kaufen da kannst du warten und zu kaufen ach so dann hören wir jetzt zu war ich noch eben pissen hatte leute ich gebe euch dem bild erlaubt klar aber auch da wieder verboten auch leute sind für dich persönlich verboten du bist so krass und tobi bei tobi für dich auch so als schon mal eine andere direkt von vornherein damit wir keine frage haben ich durfte mir leider keinen fall auf die glatze machen ja ich weiß es ist schon ich gucke mal kurz in mein regelwerk ob ich irgendwas vergessen habe eben sie was sagst du ich sehe nichts habe ich sehe auch nichts aber weißt was ich sehe dass diese ganzen pisser mit ihrem twitch partner zeichen keine subs hier drin sind ja jeden monat einmal 20.000 euro turnier aber dann nicht gönnen ja das ist ja gäst gestört lostig hat eine gute frau ja jenzo auch sehr gut ok freunde ey danke auch natürlich an alle die hier teilnehmen alle an die hier auch zuschauen die immer wieder das vertrauen in mich reingeben für diese geilen turniere ich denke mal alle zwei monate können wir immer so ein turnier machen circa zur neuen season und dann wünsche ich euch ganz 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 viel spaß mit den highlights natürlich sechs runden werden gespielt plus noch mal die special round das wird ein fest ach so hier die wird das punktesystem das habe ich gesagt das system 30 punkte gibt es für den sieg total zwei punkte gibt es pro eliminierung das heißt man wird auf jeden fall belohnt für beide die nächsten punkte aber sehr geil top 24 überlegt man so wenn du top 10 fährst dann heißt es zwei zwei kill ab dann heißt es wetten geht ihr early down sucht euch einen anderen landing spot teams wurden schon gezeigt ja so haben die teilnehmer schon ein key bekommen sie heute brauche ich euch auch wieder richtig laut sein ich will dass ihr am start zeit da sind locker oder nicht erster key geht jetzt aus ich bin fort und ich muss mir nebenbei mal alle ich muss immer alles teams jetzt sehen wir erstmal auf manche hat sagt da der erste key ist raus ich mache jetzt erstmal alles auf sag ich habe ich folge ich glaube ich den meisten schon ich habe ich erstmal damit ja auch noch mal wichtig an alle teilnehmer face cams nach links die regeln stehen auch alle noch mal auf und für alle die sich wundern riesen kann leider nicht der ist nämlich krank der ist leider nicht mit bei mir vor ort dabei so zack fix an farbo daniels lamp gute bessere und wiesen ja 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 einer schreibt rein junge seid ihr alle dumm was fragt ihr denn wie lange das geht bis dann wenn alle runden fertig sind weiß er doch nicht wie lange das dauert okay ich sag mal in der theorie braucht man für sieben runden dreieinhalb stunden maximal in der theorie dann haben wir noch ein bisschen gelabert dann haben wir noch ein bisschen action ich würde mal sagen so vier viereinhalb stunden wenn auch alle teilnehmer dauerhaft immer direkt in die lobby reinkommen das auch immer ein wichtiger punkt äh auch noch mal ein wichtiger punkt ich restart in der lobby erst wenn sechs leute insgesamt fehlen fehlen nicht oder waren das sechs eben sie ja ne ja sechs sechs sagt ja wenn sechs leute fehlen restart ich eine lobby wenn nicht sechs leute fehlen und es fehlt dir zum beispiel weiß ich nicht sind nicht fehlt mir in der runde dann wird nicht restartet nur dass du bescheid wisst und für alle teilnehmer ist ja ganz geil geiler content du hast mindestens bis 23 uhr geilen 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 content zieht durch habt spaß darum soll es gehen ja guck mal hier hier schreiben die leute das auch richtig nice das zu veranstalten aber das schon dully das dinge hab ich viele links auf gerade ne ist das geist ist halt echt so ein crazy kombi wenn man sich überlegt so krank so ich gehe jetzt gleich noch mal in die discords rein ja die spieler regelmäßig sag ich jetzt mal weißt du also max 2 spielt da eh daily und hugo spielt auch schon sehr oft also er hat auf jeden fall plan vom geld also auch von der aktuellen ich will jetzt hier schon mal ich will jetzt hier schon mal meinungsgut direkt hallo 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 was hallo hallo bist du y alexis besorg am stadt nicht so ganz irgendwie hat immer ihr headset abgesetzt so was geht meine lieben leute na wie ist das wie ist so die durchstimmung hier bei euch ja es ist eigentlich gut aber ich merke einfach ja irgendwie regen sich viele auf dass ich mich selbst spiele ja ich bin der größte klotz und ich habe erst vor zwei tagen mir wieder fortnite mäßig ein update gemacht ne das darfst du nicht vergessen ja also ich bin wirklich der absolut größte klotz ja und dass ich dann mit mr x spiele ist denke ich vollkommen in ordnung ja finde ich auch deswegen also mein segen hast du ja bekommen sonst wirst du ja nicht beim turnier und mr x auch nicht deswegen chat hört auf zu haten ich weiß ich weiß elie schießt da super gerne gegen deswegen mr x steig dich an steig dich nicht zu doll an weil sonst bist du das letzte mal hier mit dabei ich freue mich trotzdem dass ihr mit dabei seid aber ja ja danke weil das ist der größte klotz und das freut mich dass ich finde dass ich alle der größte klotz und das ist doch klasse deswegen lasst uns doch alle tolles spiel haben und ich mit mr x hand in hand let's go geil so wie ich das doch hin okay dann euch viel spaß beim turnier kann ich noch eine frage darf ich denn jetzt zum beispiel luftbändiger item nutzen weil das macht ja kein damage aber es ist halt nur zum rotieren dass ich weiß gerade gar nicht genau was benutzen oder soll ich einfach den maut fragen äh da wo ich gesagt hat luftbändiger dave night du landest da ich hab den wenn du nichts falsches nutzen möchtest dann benutzt einfach nur hiel items und deine pistole und deine dmr dann versuchst du nichts falsches und deine pickaxe okay ich wünsche euch viel spaß jetzt muss ich ein bisschen fit noch machen hallo franzi skyrode habib elbi salam aleikum wie läuft sie in der vorbereitung wie immer vaseline dann haben wir mit ohne ohne also auf jeden fall haben wir platz dass jeder mal reinstechen darf okay das ist schon mal sehr wichtig ich merke schon dein duomate ist gerade gemutet ja geht da die ne sub um 100 oder so ja ja sub um 100 ja okay verständlich irgendwas wieder vorlesen oh 40.000 subs bei mir auch danke für die follows ja ja sehr gut sehr gut sehr gut ja ist aber auch wichtig auch wichtig ne geerdet 95 Leute schon an der lobby geerdet bleiben wer den follow nicht ehrt ist den sub nicht wert sag ich immer wieder Willi hast du komplett recht hast du komplett recht wie war die streaming ich hab Bock jetzt ja 10 von 10 dass du sie nicht verfolgt hast ist peinlich ne äh ne ich ich arbeite nicht alles gut ja ne ne schichtarbeit ne maler lackierer äh hallo ich tisch dir doch den wei hallo Eli Mr. X wenn du es hörst ja ich bekomme Nummern raus so einfach ist es und dann gibt es ein Nummernleak sag ich du lässt deine Fickpistole bei dir und nicht in meinem Arsch du mich einmal holst rast dich aus anders nicht ich will mit Sarbex spielen ich auch aber wo landet Sarbex ja Sarbex ist unser Bro weiß ich nicht weiß ich nicht müsst ihr selber herausfinden wo die landen Sarbex weißt du uns hörst Bro lass zusammen Bro du hast doch gerade gesagt du bist käuflich ich bin auch käuflich deswegen ich seh keine SAP also Bruder jetzt ja ich hab gerade 40 Monate bei dir gelassen ich bin sonst nirgendwo 40 Monate SAP echt 40 Buletten dreieinhalb Jahre ich hab angefangen mit Twitch vor vier Jahren also das ist das ist schon ein Treue ein Treue ein Treue bist ja auch eine treue Seele ja wann kommt der hin ja der kommt bald ist das geil aber ich bin ich bin käuflich aber ja nicht mit einem ich bin ich bin ja auch Geschäftspartner ich guck ja wo man so bleibt also das muss mindestens zweistellig sein dann muss ich gucken wie das Turnier hier läuft ja ok sehr gut dann mit 40 Subs ich hab 40 Subs gewettert mit Danny wer weiterkommt wer weiterkommt von euch Danny und Jens und du und Willi das ist aber eine beschissene Wette und was sagst du wo siehst du uns ich seh euch ehrliches Feedback ehrliches Feedback ich sag euch wirklich ernst ne ihr seid so weit im unteren Drittel das ist geistesgestört machen wir eine Wette ich sag wir kommen auf die zweite Seite 50 Subs zweite Seite 50 Subs ja ok gerne lass doch 100 machen was ne 50 ich biet dir ich biet dir meinen Schoki Arsch an den nehm ich Digga warte mal zweite Seite ist das Top 20 ne ja das ist Top 20 von 33 ne warte mal von wieviel Teams von 50 Teams denk ist ein Denkfehler das ist ein kranker Denkfehler wieviel Seiten gibt es ganz kurz wieviel Seiten gibt es wieviel Seiten naja guck mal Top 20 das ist die Ansage bei mir gibts ein Schoki Arsch Top 20 ja ja ne also ich sag 20 von 50 Teams machen wir Top 25 50 Subs dann sind wir bei der Hälfte ich weiß nicht wie viele Wichser hier mitmachen ist das Problem hier Stani ist schon ein Süßer ja logisch ok lass Top 23 sagen weil es machen 46 Teams wird da haben wir genau die Hälfte ok gut ok Hanky wenn du das hörst bitte lass mich einmal befrieden ist das krank ich bin eingespeichert bei Hanky also wirklich der Typ hat mich ich bin all time bei ihm glaube ich der der den am meisten gekillt hat na ich wünsche mir gerne Medi und Sabex also ich denke realistisch ist Top 10 realistisch ist Top 10 äh ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß aber ich würde sogar sagen das bro es sind halt manche Teams echt komisch wie gesagt bro ich darf nicht mit SU spielen ich würde sagen aber Maxifa und Hugo dürfen spielen so wisst ihr euch meine also zum Beispiel Maxifa und Hugo dürfen immer zusammenspielen weil sie seit dem allerersten nein aber weil sie seit dem allerersten Lost Legends auch schon zusammengespielt haben ja aber das und das appreciate ich sobald sie aber mal Earnings holen trenne ich sie das habe ich denen auch gesagt die haben noch nie Earnings geholt die haben noch nie Earnings geholt Hugo ist ein verfickter Schwitzer und Maxifa auch Maxifa hat mich auch schon so oft auslachen genommen aber ja Willi wir machen das wir machen das ihr macht das Jungs 50 Naschis danke dass ihr alle mit am Start seid ich freue mich sehr und viel Spaß okay okay so Chad wir gehen rein wir gehen rein allererste Runde wird jetzt gleich gestartet ich hoffe ihr seid alle hyped ich bin hyped jetzt nochmal alle den Sub auspacken hier rein suben ja 20.000 Euro finanziert sich ja auch nicht von alleine ich wünsche euch allen ganz viel Spaß ich glaube Esi macht halt back to back mbk game crash okay das musst du Amsi sagen keine Ahnung warte was ist passiert Amsi hab schon geschrieben dass wir starten können jetzt aber Moment gut geh los geh los geh los geh los geh los geh los mbk hat Pech game crash selber schuld game crash kann jeden ereilen das war's boah hatte ich heute heute morgen wo ich wo ich dir gesagt habe ich gehe ein paar mal rein hatte ich auch out of memory irgendwie scheiße ich so alter ist er 40 90 wie kann die bei fortnite out of memory gehen he geile let's go leute let's go oh god wir haben sogar hotflop direkt ich bin gespannt ob ich mitkommen werden ok direkt runter wenn wenn wir raus können ja leute ich habe reingeschockt aber ich bin trotzdem glaube ich erster ich fliege hier kommt keiner mit ja doch ich höre hier ich habe aber Waffe ich habe Waffe ja der kommt der kommt da hoch der ist hier sauber ey komm her hier 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 achso komm her tanz 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 sag mal da klaut er uns die dings da wurde uns ja die luftbilliger fähigkeit klauen hier ist er hier ist er ich glaube ich flipp aus du ok easy wir gehen direkt zum truck runter ok ja 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 wer war das jetzt fenial oder so fen wer war das chat hier direkt zum truck hier ist einer um 2 ich gehe ich ziehe nach hinten durch ja hau du ab hau du ab easy 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 gut 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 ja wir gehen da hinten lang wir gehen da hinten lang sind da welche da sind keine ne bist du da ja ich glaube ich komme gut dass du wartet hast ok easy wir looten hier und dann gehen wir direkt weiter ja ich schieße auch ja aber ist gut aber man gibt mir die waffe die kommen die kommen ja kommen direkt weiter direkt weiter oh die sind schon hier die sind schon hier ich hole die gleich ich hole die gleich die sollen gleich kommen die sonne die runtersprung und piek doch nehme die kiste mit links jetzt hauen sie ab siehst du egal wir looten hier weiter wir looten hier weiter komm mal her ich splash einmal hier 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 oh mein gott joo ok weg das nämlich mit was guck mal hier ist so eine gammel pump das ist gut sieht gut aus guter start bin zufrieden wir gehen hier weiter rechts lang zone sieht auch gut aus gut erster kill haben wir auch schon die ersten zwei punkte oh das ist der lama let's go alter geil hey yo das läuft das läuft geil ich sag guck mal das ist echt wir haben jetzt diese luftbändiger fähigkeit ich bin jetzt so zuversicht oh mein gott ok beide flowberry und gehen weiter hier lang bro justin mein bester kuss ja kennst du das wenn wenn er wenn er schweiß als tropfe schon runterläuft in der achse früher hatte ich das auch ja bleibt immer hier sind welche von rechts am besten wenn wir hier zu so einen orten gehen wir gucken immer erst ob da welche sind also du gehst als letztes mal runter erst du gehst als letztes mal runter guck mal ob hier welche sind und dann hier ist oh mein gott schatzkarte hier sehr gut warte hier ist auch keiner runter guck mal schatzkarte aber jetzt haben wir auf der karte eingezeichnet oben siehst du jetzt die komm wir gehen hier auf dem moderat ey dürfen wir nicht nein 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 runter 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 oh 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 und hier vor uns haben wir jetzt so ein können wir jetzt so gleich so was ausgraben ok aber wir gucken erstmal ob da vorne ja hier ist ein medaillon ne ja guck mal hier 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 guck mal hier können wir ausgraben ne kiste ne op kiste nice oh die brauche ich auch unbedingt die brauche ich unbedingt ja nehm nehm was hast du? für waffen gerade ne grüne nemesis und ne graue schrot ok 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 äh komm mal hier weiter rechts lang wir gehen mal kurz hier guck ich weiß nicht ob da welche im haus sind wir gucken erstmal unten ob ich selbst seh wir bleiben mal kurz hier unten ich warte bis gleich luft bleibt nur auf luftbändiger ich gehe kurz hoch okay das sind zwei kommen hier links und die auf luftbändiger gleich wieder und weg und weg wir haben direkt gebunkert die war nicht die war nicht gut hier haben die wasserbändiger fähigkeit aber ist egal ist egal lasst dich nur nicht finden wir gehen hier weiter wir gehen ganz entspannt hinten so noch kisten die nehmen wir einmal mit und vielleicht ob man eine gute waffe kriegst und noch mal luftbändiger wir machen unser ding bluten so schön gut dabei ist gut aus hier noch im haus gleich dass man hier auf die tankstelle springt aber wir können die loot drop an vorne ist gut das ist gut das werden wir auch machen da liegt eine punkte für dich da oben dürfen wir automaten nutzer automaten nutzen dürfen wir benutzen wir können uns hier nämlich munition kaufen bis hier nur ein bisschen nur nicht so viel hast du gleich noch 94 so ein ja so ein trank hier man immer du bist cool also du bist hast kann sich damit nehmen ja doch 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 ein slot habe ich noch ja dann die minister mit ich markiert habe bleibt du am besten immer auf luftrad außer ich sag runter dann die runter hier warte mal hier kannst du reingeluten wasserbändigung ja soll ich mitnehmen mit damit ich glaube damit können sich gut passieren da kannst du das stromgewehr wegschmeißen dann nimmt kein stromgewehr mit und dem wasser wenn ich damit okay hier ist erdbändiger ich nehm mit ich nehm mit ich glaube das ist ich glaube das ist echt gut wir haben jetzt okay komm welche hier unter uns sind welche kurz mal gucken die sind da siehst du die ja schießt noch nicht schießt nicht schießt nicht schießt nicht schießt nicht die haben wasser ja okay easy wir rotieren wir rotieren wir rotieren erstmal in die zone und gehen vielleicht gegen bunker wir gehen auf unserem bunker und gucken ob er da vielleicht reinkommen wenn wir da reinkommen weil e gott gut okay die uns in der kiste dass wir alle liegen gegen fuhrlauf bunker jetzt ach so wenn du gleich mal beim beim welchen bunker sind da keiner sein sollte ich weiß mal eine krone weg sieht man mich auf die karte oder wenn die zone kommt dann sieht man sich kurz zu aufblitzen aber hier ist keiner perfekt 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 oh mein gott ja mit gott gut ich habe sechs minis und den saft halt sehr gut sehr gut sehr gut ja okay ziehen wir so durch er kommt wir gehen mit wasser wenn ich mit links wir gucken jetzt eigentlich nur ob die vielleicht passt hört party sehen parisie kills ansonsten über die ganze zeit erst mal unterwegs ohne weg wir gehen mal da hoch auf dem berg und das ist wirklich so smart wie das wasser luftwändiger das ist so geil ich habe wasser bändiger schrotflinte lila sechs minis und ja also wir haben auch erdbändiger für bunker und auch 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 mein gott die kämpfe nehmen wir jetzt hat man verwegt 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 immer schön jumpen und so die krisse nicht die krisse nicht die krisse nicht krisse nicht schön hinten hin hinten hin in crack wäre alles gut alles gut alles gut von hinten ja okay wir sollten echt vielleicht nicht so rumfahren die chillen alle halt im busch ne komm mal hier im busch rein boah die haben krank getrochen ne ja alter also ok komm mit komm mit die war noch mit glaube ich ja diesmal jungen noch wieder ich war ja wirklich leute das war ja crazy junge ach so gib mir mal gib mir mal den flow baby sagt es gibt immer das mit fit mein gott ja hier sind welche power 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 links lang links lang links ja das gute sagen man merkt wie stark die fähigkeit ist also die kriegen uns gar nicht mehr also das ist ich weiß nicht wann hier oben welche ja hier ist einer der ist alleine der solo der solo oh du hast du hast dich getroffen ne schade scheiße ja die rechts halt ne ne haben die gekillt ich glaub die haben nicht gekillt ne ne warte kurz pfff scheiße junge aber die haben keine Sniper oh zybert hat jemand gekillt geil schade ist ja auch schon der Freakill gewesen mhm ach da war guck mal wir sind da links gesch.. da links ist einer Wo? Alleine. Bist du alleine? Ja. Okay, warte, wir warten kurz Zone ab, dann gehen wir da hin. Ja. Ah, nee, da unten, da unten. Noch einer. Das ist wahrscheinlich sein Team-Mate. Der eine ist dann ganz oben, der andere ist hier unten. Ja, ich seh's. Oh, wir sind top hier, wir sind top hier, wir sind top hier. Ey, warte mal, warte mal, schieß noch nicht auf den da unten. Warte noch kurz. Ja. Wo ist denn der andere oben? Siehst du den? Nee. Der ist alleine da unten, ne? Wir könnten den... Alter, geht da hin. Ist der eine oben? Warte mal. Siehst du den da irgendwo oben? Ich seh den nicht mehr, ne? Ja, ich... Ungern, ich würd die Position nicht aufgeben. Warte mal. Eigentlich wär geiler, wenn wir da hingehen, weil hier würde das so safe nicht Zone sein. Komm mal mit, komm mal mit. Rotier mal, rotier mal, rotier mal. Waren da welche? Ich weiß halt nicht, ob die da mit dem Bunker... Doch, da sind welche mit dem Bunker. Ist egal, ist nicht da hoch, nicht da hoch, nicht da hoch. Wir gehen wieder zurück, wir gehen wieder zurück. Naja, die haben da oben den Bunker, das halt... Also hier vorne sind auf jeden Fall welche. Okay. Ja, rechts von uns auf dem Berg, die sind auch noch da. Ja, die können eh nix machen. Die können... Die haben kein Cyber, die haben kein Cyber. Geh mal kurz weg einmal, ich mach mal hier kurz das Ding anders. Ach, schon wieder. Ja, alles gut. Weil so haben wir jetzt, kann es gar keiner hier attacken mehr. Entweder sind die rechts weg rotiert. Ist das noch Zone? Ich seh da die... Ne, die platzieren... Ne, zwei Leute sind da. Ich glaub, das rendert einfach nicht, oder Leute? Guck mal, das rendert einfach, ich seh die einfach. Aber es rendert nicht. Hey, Asi, was geht? Okay. Okay, warte mal. Zone. Wir rotieren... Musst eigentlich früh rotieren, Leute, oder? Was ist das denn jetzt hier? Warte kurz. Ja. Okay. Soll ich dir jetzt folgen? Ne, 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 bleib oben, bleib oben, bleib oben. Sorry, sorry, sorry. Gehen wir auf Luftbändiger, gehen wir auf Luftbändiger. Ja, ja, ja. Wir gehen hier aufs Jumphead. Und geradeaus, 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 geradeaus. Oh, ja, okay. Links Bunker. Er ist alleine hier vor mir. Jetzt fliegt gerade einer weg, ja. Der hinter dir. Im Bunker. Komm mal her zu mir, komm mal hier zu mir. Ja, bin bei dir. Der kommt. Schick kurz hier, schick kurz hier. Der kommt. Der kommt. Ja, ja. Unter uns. Alles gut. Okay, komm, 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 komm. Im Busch, der wäre ich, komm, hier links, komm, hier links, komm, links. Okay, wir haben Gott, wo sie gleich, komm, 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 komm. Ja. Oh Gott, wir haben die gute Vorsicht, wir haben die gute Vorsicht, wir gehen gleich noch ein bisschen nach hinten und haben die... Bro, wir müssen da hoch, wir müssen da hoch, wir müssen da hoch, wir müssen da hoch. Okay. Ja, ich gehe schon, ich gehe schon, ich gehe schon, komm, du nach, komm, du nach. Warte, wir jumpen da nicht hoch. Oh mein Gott. Ja, okay. Da merkt man, ich komme da nicht hoch, Alter. Ja, alles gut, du kannst da auf die... Du musst da an der Seite springen, du musst da an der Seite hoch springen zuerst. Alles gut, wir haben hier so Zeit der Welt, Bro, wir haben Zeit der Welt. Boah, Junge, ich bin so nervös, ist das krank, hä? Da kommen jetzt welche rechts gleich. Ja. Jetzt war der Double Jump nicht fertig, warte. Nee, der springt da an die Kante und dann nicht mehr hoch. Du musst ja auf die Dings, auf das hier springen zuerst. Ja, ja. Ja, ist egal, dann bleib unten, dann bleib unten, bleib im Luftrad, bleib im Luftrad, bleib im Luftrad. Ja. Wir müssen ja jetzt rufen, wir müssen ja jetzt rufen. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm hier hinterher, um hinterher, um hinterher. Junge, so einfache Sprünge, Alter, das ist halt, ich bin nervös, das fang. Oh, hier im Busch, mein Stück. Ja, ja, da ist egal, ist egal, ist egal, komm, 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 komm. Hier im Busch rein, hier im Busch rein, hier im Busch rein, hier im Busch rein, hier im Busch rein. Gott, Gott, Posi, geschaffen hier. Lass dich nicht saipen, lass dich nicht saipen, lass dich nicht saipen, lass dich nicht saipen. Nee. Hier links mal auch welche, da können auch welche im Busch rein. Da kommt welche mit dem Wasser. Wo, wo, wo? Nee, vor uns. Ja, wir chillen, wir chillen hier. Ja. Ich sag, auf ihn, wir schießen, ich sag, auf ihn, wir schießen. Vor uns ist open, eigentlich. Ja, ja, schieß, 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 schieß. Strong, 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 strong. Chill, 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 chill. Ja. Ist gut, hier rechts kommen welche, rechts kommen welche, rechts kommen welche. Da, 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 rechts. Hit, 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 er ist weg. Stark, 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 stark. Dein Kollege müsste gleich kommen. Mach kaputt den Wooker da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Scheiße, da sind welche, da sind welche, da sind welche. Ja. Geht mich nicht. Der da unten, der da unten, der da unten. Hier auf den da unten. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sauber. Der darf uns nicht anschließen da. Wenn der guckt, direkt Pressure. Direkt Pressure. Ich glaube, er ist alleine. Ich glaube, er ist alleine. Ja gut, wie geht's. Warte, komm her. Jetzt komm, Luftbändiger, Luftbändiger. Komm hier, immer mir hinterher, immer mir hinterher. Jo, ich hab dich von... Da bist du, jo. Ach, die Hunde. Ja, die haben mich. Nein, nein, komm her, komm her, komm her. Ich bin so gut wie da. Nein, du musst herkommen, du musst herkommen. Komm, komm, komm. Direkt vor uns. Hol dir hinter uns, hinter uns. Wir müssen die pushen, wir müssen die pushen, wir müssen die pushen. Ey, vor uns. Ja, ich bin down. Hinter uns ist auch einer. Fuck. Ist egal, wir haben auch kill gemacht, wir haben auch kill. Alles gut. Nächster Platz ist gut, ist gut, ist gut. Gute round, gute round, gute round, gute round. Ja, wir hätten da pushen müssen, die waren, äh, vielleicht hätten wir auch nicht, aber die hatten da den Bunker, die hätten uns auf uns schießen können, aber war gut, war gut, war gut. Gute erste round, wirklich, wir haben ein paar kills gemacht. Okay. Oh, das ist geil. Oh, das ist geil. Ja, mit Dave, neid, ja. Hier lang, Eli, hier lang. Er haut sich doch seinen Döner-Teller. Scheiße. In die Richtung, da, wo ich die markiert habe, du gehst hier raus. Hier entlang. Was? Das ist die letzte Reihe, Chat, in der Schule. Top 9. Ganz late, baby. Top 9. Aber ich sag's halt, äh, Wasser-Ding is it. Warte mal. Damit kannst du halt übertrieben Druck machen. Top 9, Chat. Top 7. Guck mal da links. Kuba geht down. Fabo ist alive. Chin, chin, just chin. Und wieder gehen. Und wieder gehen. Wenn die anderen gehen, gehst du auch. Da übers Wasser, komm, baby. Und, ist einer warte kurz? Nein. Geh oben rein, oben rein, baby. Was passiert hier? Okay, chillen. Und jetzt gehst du gleich wieder mit. Minis mitnimm. Und da machst du dir ne Blase, wenn's sein muss. Luftbindigen! Du hast noch einen Bunker, chill. Chill, chill, chill. Einfach reinwerfen, Bunker. Von Bunker zu Bunker jetzt. Indem. Von Bunker zu Bunker. Oh mein Gott. Bunker zu Bunker. Oh, let's go, baby. Whip, whip. Nee, whip, whip. School, baby. School, baby. Bunker, Bunker. Aber wir sind gut, gut gedinkt, Leute. Ich glaube, er ist nicht drin. Ich glaube, er ist nicht drin. Yes, baby. Chin, na, und weg. Top 5. In situation, Philly Jello? Ch, 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 ch. Nein, das kann ich nicht. Oh, das ist... Ja, safe, 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 safe. Vielleicht bist du greedy, aber ich war mir unsicher. Hätten sie die... Die hat den Bunker da geplaced. Und, äh, ja. Oh, nein, warte. Rose, Monty und Kian. Das ist... Wer hat gewonnen, wer hat gewonnen, wer hat gewonnen. White Cat hat gewonnen, chat. White Cat hat gewonnen. Wo ist er? White Cat Uso. Digis. Ich hatte nur vier Assists. Ich hab keine Assists. Ich hatte vier Assists. Okay, nice. Alter, richtig stark. Unsere Usos-Chat. Wisst ihr, was Usos überhaupt ist? Ey, stimmt. Oh mein Gott, die haben schon 500 Euro. Ja, die machen wir ja sowieso, oder? Oh mein Gott, Digga. Mit Dings, mit Strawberry. Geht man zurück in die Lobby, oder was macht man dann jetzt? Ja, 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 ja. Okay. Der hat so einen Stift und kann so übelst krass so von links nach rechts. Ey, war erst eine gute Ravus. Ich weiß gar nicht, warum haben wir aus dem Keyboard gerade spielt. Vielleicht hätten wir echt, äh... Ja, du hast auch echt top mit neiner Wasserkraftat. Damage gemacht, so, die haben gut... Das ist eine echt gute Runde, war... Vielleicht ein bisschen Anlack zum... Dings, zum Endgame, aber vielleicht hätten wir einfach chillen sollen da, weißt du? Ja. Ey, Willi hat gerade sehr, sehr, sehr gut gecoacht. Mord, schieb mich mal einmal rüber zu Whitecat, bitte. Digga. Alter, GG's. GG, Mann. Digga, Jungs, was war das denn, bitte? Ich gucke es, ich hab... Jungs, wir sind einfach so rumgefahren die ganze Zeit, das war so geil. Das haben wir befürchtet und jetzt haben wir es auch... Scheiße. Boah, aber ich sag dir, äh, unsere Pose ist so geil. Ey, mit diesem Airbending. Feierabend. Mit dem Airbending, das ist so geil damit. Ich hab's auch... Im Endgame. Ja, Airbendinger, ich weiß nicht, ich find halt Dings immer noch besser, Freunde, immer noch. Bunker einfach immer besser. Auch das ist das Geile, der Chat wollte mir nicht glauben. Also wir fanden das nicht so geil, weil wir genau das befürchtet haben, aber... Hier, Bunker wär ja krass gewesen, ich glaub dann wär komplett easy gewesen. Das ist die erste Runde seit Ewigkeiten, das ihr mal gewonnen habt, ne? Ja, ja, genau. Ich weiß... Ja, ist schon so, muss man aber so sagen. Weil ich lade euch ja... Guck mal, ich dachte auch am Anfang, wo ich euch eigentlich gedacht hab, wann waren das jetzt? So vier Lost Legends her oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Da hab ich mir gedacht, oh okay, ich kenn die Jungs noch nicht, haben die schon mal Fortnite gespielt, bla bla bla. Dann hab ich mir gedacht, egal, komm, ich geb dir ne Chance. Und dann habt ihr ganz cool performt. Also das war so, okay, das war jetzt nicht bad, das war auch nicht schlecht, das war auch nicht gut, also nicht zu gut. Aber jetzt direkt ne Runde rauszuhauen, ist richtig, richtig geil. Das sind 500 Euro in eure Tasche. Wie viele Kills hattet ihr? Ich hatte vier, ich weiß nicht. Ja, ich hatte null, ich hatte vier. Ah, ich hatte vier, ja. Okay, das heißt vier Kill win, das schmeckt, Chat. Darf ihr nochmal alle GGs rein? Mods gerne auch nochmal ein Shoutout an White Cat. Könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Das machen wir heute nämlich so, da shoutouten wir auch nochmal immer die Gewinner. Ja, die Verlierer werden nämlich nicht geradet, äh, gedingst. Ich sag's wie es ist, wir haben enormes Potenzial, aber wir sind ein bisschen inkonsistent, aber mal schauen, wie es heute läuft. Ja, das ist auf jeden Fall ein geiler Start. Das ist ein enorm geiler Start. Das freut mich sehr. Das Gute ist, die erste gute Nachricht ist, die Leute, die auf uns gelandet sind, die sind nicht gut. Erstmal ansparen und dann gucken. Das stimmt. Die uns contestet haben, die waren, der ist, der ist wirklich, ich habe eine halbe Stunde schon vorher gedroppt, also wir haben die komplett ausgedroppt, selbst du hast die glaube ich ausgedroppt. Äh, das, also das ist, da mache ich mir jetzt keine Sorge, dass wir, also wir kriegen auf jeden Fall immer die Luftbändiger und das ist halt die Taktik, damit kommen wir immer, hast du ja gesehen, wenn wir rotieren da, das ist so geil. Okay, ich ziehe weiter. Und überlegen wir jetzt einfach vier Bunker, was sagst du? Öl-Plattform, können wir jetzt nicht mehr drauf, da waren ja gerade welche. Äh, gucken wir, ja, die werden da wahrscheinlich wieder landen. Ich würde auch, dass wir einfach links gucken, wir gucken einfach, was jetzt ist gleich und dann... So, was habe ich mir hier gerade angeschaut? Achso, du kannst Ready machen? Achso, jojojojo. Ich brauche kurz, äh, deine Meinung, Pro-Meinung. War doch gut, Chad, ich weiß gar nicht, warum der sich so ärgert. Äh, wo bin ich? Hallo, Rose! Rose ist zweiter geworden. Rose, sehr, sehr, sehr gut. Digga, aber Rose spielt immer gute Endgames. Ich glaube, da können sich viele noch eine Scheibe von abschneiden. Bei Mert hat es gerade richtig, richtig doll gekracht. Haben wir da nochmal einen Clip von Mods? Haben wir da nochmal einen kompletten Clip? Sollte mal die Situation sein, du bist tot und ich lebe, ich werde mich nur noch verstecken, ne, ich sag's dir. Ja, ich meine, ich habe eine Karte sogar mitnehmen und außerhalb der Zone Reboot, dass wir noch gehen. Aber kommen wir drauf an, wann ich halt stelle. Wenn ich halt im Endgame stelle, dann brauchst du nicht mehr auf meine Karte gehen. Dann gucken wir uns natürlich die Standings gemeinsam an. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig und sehr, sehr richtig. Warte, ich will eigentlich neben Fabo... Boah, aber das eine Team hat uns echt krass weggelesen. Also jetzt, wo die Early da waren, wo die im Busch waren, da wäre ich fast draufgegangen, das war 30 auf her. Ich glaube, oh, was? Ich muss mir auch noch Skins kaufen. Starte ich Fortnite schon? Ne, ich mache das gleich. So, hier ist ein Clip. Ich kämpfe gegen den, ich kämpfe gegen den, gegen den kein Fisch, gegen den kein Fisch. Und Maus, immer noch nicht ein Kuss. Immer noch nicht ein Kuss. Wo bist du so? Das, das ist Team-Dynamik, Leute. Ich kämpfe gegen den, ich kämpfe gegen den, gegen den kein Fisch, gegen den, gegen den, was die auf die Skins haben. Der eine spielt diesen Soßenkopf und der andere spielt Joker. Eigentlich muss man dazu so TikToks machen oder sowas. Ich kämpfe gegen den, ich kämpfe gegen den, dann kämpfe ich gegen den und gegen den. Und von Maus, immer noch nicht ein Schuss. Geil. Äh, ABC, sagst du mir Bescheid, wann die Standings ready sind? Das ist nice. Ready? Sehr gut. Okay. Freunde, der guten, gefliegten Unterhaltung. Zeit, mach. Wir gehen rein. Top 10 sind wir, Leute. Top 10 sind wir, Leute. Hey, das musst du gereicht haben. Zeig, zeig. Nach der ersten Runde, es werden ja insgesamt sechs gespielt, plus auch nochmal die Special Rounds. Und hier gibt es einige, die Erfahrung gesammelt haben. Breitberg und Reapers, null Punkte. Das können wir nach dem Turnier machen. Das ist die Idee, das ist die Idee. Einige, die Erfahrung mitgenommen haben. Luke und Laura, Daniel und Arwin, ein Holzkopf und Kent. Oh, MC, mach mal deine Musik aus. Dann haben wir Hubi und David, Noah Zett und Zabix, logisch Gomme. Breit, ah, warte mal, ich muss ja, stimmt. Das muss ich auch noch aufmachen. Gommel, verzeih mir, ich habe noch nie Minecraft geschaut. Deswegen wahrscheinlich auch kein Follower. Ja, hab ich mir gedacht. Bitte verzeih. Äh, Breitberg und Reapers early down. Okay, krass. Und Jimmy Blue, das hatte ich schon gesehen. Mit Boginato auf der 41. So. Alle anderen auch nochmal hier Erfahrung. Wirklich, alle hier auf der dritten Seite auch noch Erfahrung gesammelt. Das ist ja geistgestört. Kein einzigen Killpunkt. Okay. Gerne, weil das Winilia und Kitty kenne ich beide nicht. Haben wir gekillt. Das sind unsere Contester gewesen. Okay. Aber ich glaube, wir lassen das. Anna Garzano hat einen Killpunkt wahrscheinlich geholt. Die Twitter-Bubble mit einem Killpunkt. Nikoletta. Let's go, Max noch nur. Der ist wichtig. Vier Punkte. Julian Weyler vier Punkte. Fix und Hasi auch fünf Punkte. Dylan und Lady Diana. Auch mit dabei mit neun Punkten. Das ist immer ganz geil. Dann kann ich mir immer noch nebenbei mehr Streams aufmachen. Jimmy Blue Ochsenfest. Der ist doch so, ja. Jimmy Blue. Zack. Russack stimmt. Auch nochmal aufmachen. Oh ne. Anscheinend doch nicht. So. Ah, Ronny. Ronny ist auch noch nicht offen. Ich kann auch nicht alle gleichzeitig offen haben, aber ich versuche immer ein bisschen durchzuswitchen, Chat, an alle Teilnehmer. Ihr kennt das ja wahrscheinlich schon. Ich switche immer so hin und her. Ich switche immer ganz doll hin und her bei den Leuten. Ja, top 10. Top 10. Let's go. Ah, das ist die zweite Seite. Abwart, Leute. Warte, warte. Good around. Good around. Good around. Good around. No reaction. Philo. Casey Rebel oben mit dabei. Krass. Maxi Fall und Hugo. Das ist aber das, was ich bei Maxi Fall und Hugo immer sage, ne? Die kommen einfach nicht ins Late Game. Einmal kommen sie immer ins Late Game, ansonsten kommen sie nicht ins Late Game, Chat. Und die erste Seite bitte. Oh, Digga, da darf ich mir wieder was anhören von Eli. Aber, Eli, du weißt es auch. Zum Schluss, am Ende der Jagd, werden die Hasen gezählt. Immer. Peter, ja. Alles offen nach oben. Digga, und Kian hört dort auf, wo er letztes Mal angefangen hatte, Chat. Alles offen, wie dich. Das ist eine gute Runde noch. Top 5, Chat. White Cat auch auf der 2, obwohl sie den Sieg geholt haben. Fabo und Merle-Pelle auf der 3. Crazy. Kuba und Bleach. Die Valorant Krieger. Solution und Jens. Sehr gute Performance. Ryricks und Maury, auch sehr gute Performance. Baby, Bouget, Dave, auch sehr gute Performance. Mach schon mal aufmachen. Dave Knight sogar vor uns, die haben wir gekillt. Den Dave Knight. Was haben wir noch? Hanky und Bigspin. Alter, geile Kombi. Sehr, sehr geile Kombi. Sehr, sehr nice. Und Standardskill und Sabo. Sehr, 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 sehr nice standings bis jetzt. Aber da wird sich noch einiges ändern, Chat. Da wird sich noch einiges ändern. Rose Mondi war letztes Mal auch Top 3, ja? Rose Mondi super dabei. Kian super dabei. Ja, ich weiß auch nicht, woher die immer der zweite B nehmen ist. Okay, wie sieht's aus mit der nächsten Runde? Bekommt man auch Placement Points, ja? Können wir das einmal kurz einplennen, bitte? Nächstes Mal muss ich, glaube ich, Rose Mondi nerven. Ja, Bro, das ist das Ding. Konstanz einfach spielen. Konstant in der Endzone kommen, killt man. Chat, ganz kurze Frage. Jetzt mal rein objektiv gesprochen. Was denkt ihr, wer holt? Okay. Oh, fuck. Jetzt. Okay. Jetzt muss ich noch ein bisschen weiter fliegen. Ja, passt schon. Das passt. Bro, wer spielt denn bitte den Skin, Leute? Ja, Bro, meinst du wirklich die ganze Zeit Windrad fahren, Pharao? Also ich würde, obwohl eigentlich auch nicht schlecht, aber wir haben es gerade echt gut gemacht. Das war gerade, hast recht, ja, vielleicht mehr Windrad, aber das war gerade, wir haben jetzt echt gut, wir müssen ja auch Kills machen, ne? Also ein paar Kills würde ich schon machen. Besonders wenn wir gut rotieren und ja eh eine gute Pose haben, da können wir ruhig auch uns hinstellen, wenn wir Bunker haben oder Erdfähigkeit und Kills machen. Aber wenn wir jetzt keine Bunker haben, safe würde ich auch rotieren, äh, mit Luftrad-Safe, hast recht, ja. Achso, raus, ne? Sorry. Ja, ja. Ah, zwei fliegen gerade unter mir auch in die Richtung. Ja, wir haben auch gerade Fehler gemacht, die werden wir jetzt gleich eh nicht mehr machen, mit denen wir suchen uns früh eine Position, gucken, wo wir sind und werden gar nicht mehr so viel rumfahren. Das war, ich wusste, hab nicht gedacht, dass die jetzt alle direkt so früh schon am Schimmeln sind. Aber die haben alle early ihre Position gesucht und haben da erstmal gechillt. Ja, klar, ja, wenn du, äh, nur noch du lebst, fährst du die ganze Zeit nur Windrad. Links vor mir direkt, ja. Da fährst du nur Windrad. Links Avatar, ich glaub, das sind die wieder. Ja, ich hab aber guten Drop, ich hab wirklich guten Drop. Also ich glaube nicht, dass die vor mir sind. Ja, ja, die wollen da auch wieder hin. Ja, doch, einer ist vor. Da. Er kann ja noch gar nicht pingen. Oh. Alles gut, alles gut. Er ist jetzt gleich unten, der andere, mate. Ja, die sind vor uns da. Ich seh's, ja. Geh, 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 geh. Ich komm direkt rüber zu dir. Ich hab zwei Waffen direkt. Geh zum, äh, Slope Truck. Slope Truck. Ja. Der kommt, ja, ich seh ihn. Der wird jetzt hier rechts hochkommen. Wir holen die, wir holen die, chill, chill, chill. Ich glaub, die sind unten. Ja. Hast du ne Waffe? Ja. Ich geh hoch, ich geh hoch. Wir müssen da einkillen. Wir müssen da runter, wir müssen da runter. Wir müssen hier runter. Springen direkt runter, ne? Springen direkt runter. Ja, ja, ja. Ja, aber über uns. Ja, 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 ja. Let's go. War noch einer, komm mal, ich glaub, da war noch welche. War nur noch welche? Nee. Nee, 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 nee. Easy, easy, easy. Bro, stark. Maschine, bro. Was? Maschine. Ich hör nicht. Mein Headset ist aus. Ich hab kein Sound. Das ist schlecht. Ich glaub, du hast da jetzt nicht aufgeladen. Fuck, ich hab keinen Sound. Das war stark. Das war übel stark. Ich hör dich nicht. Ich hör gar nichts. Stark. Und ich bin low, warte. Scheiße. Wann ist denn jetzt los? Ich dachte, die haben da gegen andere feiert. No output selected. Heizmaul, ich hab ein Headset drin. Boah, wie wir die Outfit haben gerade crazy, bro. Scheiße, ich kenne das Headset nicht. Warte mal. Mach irgendwas. Bro, wie wir die Outfit haben. Ja, 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 hallo, hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, ja. Boah. Ja, nein, 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 nein. Sorry. Ey, das haben wir echt gut gemacht. Die waren überhaupt, die wusste nicht, dass wir von oben kommen. Boah. Ey, das haben wir auch nicht. Nee, ich wusste auch nicht. Die waren verwirrt. Die waren übelst verwirrt. Aber da haben wir direkt nochmal Dominanz. Ja, ich hab nur gerade oben. Da haben wir direkt nochmal Dominanz bewiesen. Das gut, das ist gut. Da komm mit, äh, nimm die Fähigkeit, bitte hier weiter. Nee, nee, komm zurück, komm zurück. Du bist nicht slutt, ne, flutt, 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 flutt. Ja. Boah, Junge, ey. Faro und Rohak. Darin kann er nicht paljon. Nee, nee, das waren die Leichen. Das waren die gleiche, von jedem, glaub ich. was ist das nimm die nimm die dinger hier mit die softpacks wenn du kannst ja wie viel glück haben wir direkt noch mal erdbändiger ja okay das ist schon mal echt jetzt also jetzt ist krass jetzt schon durch das kommt hier ja alles gut so alles gut hier ist nichts los ich rein um bisschen rum wieder da waren das jetzt gewesen freunde farbe und merle und die waren platz drei grad recht und ich bin über uns bei uns wie welche ja war der war doch rechts und rechts und rechts und rechts und rechts und links 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 da hast du was du hast du live und was ja zweis auf pegs okay okay aber wir gucken aber sonst wohl nicht die immer vielleicht kurz einmal zu wenn da keine sind das ist keiner zu nein hier ist noch mal bin ich noch mal sehr gut ich habe ein slot frei denn nimm die beginne mit wasserbändiger nimmt wasserbändiger auf jeden fall wir gucken ob wir hier oben vielleicht eine gute posi uns holen okay sag mal kurz sein gut den du alles hast jetzt ich habe wasser dann eine shotgun 16 schuss dann wind ein biggie und zwei pegs okay sehr gut sehr gut also links werden welche sein dass man links 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 ich habe auch minis vielleicht noch ein bisschen blu life wäre geil aber ist okay ist okay also ist okay wir können vielleicht noch mal bunkern leicht fahren direkt wo wir schon gelootet ja aber wir können eigentlich hoch gehen wir chillen hier oben jetzt alter ich scheiß mir in die hose ich sag's dir so top 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 alles richtig gut gespielt weil mal kurz weil du mal hier oben lebt da oben ja 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 wenn du welche siehst sagt direkt bescheiden ja ja kein glück leute kein heal drinne kein blue life ja ich sehe ein und zwar hier zwei stück okay ich komme mit einem kleinen häuschen okay nice und lasst immer nur zusammenschießen das immer nur zusammenschießen wir sind immer noch da die bleiben da auch aber wir haben noch mal pro sie haben und ich glaube die haben uns noch nicht gesehen komm mal mit ja oh hier ist noch eine gottschess die müssen wir mitnehmen bleib du auf rad bleib du auf rad bleib du auf rad ja oh sniper kann ich hier noch mal saufpacks für dich ja ich kann die sniper nicht mitnehmen ne leute wir scheißen auf sniper oder ja wir scheiß drauf wir haben gerade so gut so fahren wir gut ja wir gehen jetzt hier guck mal vor uns ist einer ein einzelner ja 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 ist alleine der ist alleine nein ich bin runter gefallen fuck fach hab ja hab ja hab ja er hat mich er hat mich er so mehr so hau du ab hau du ab hau du ab hau du ab geht nicht ich habe auf kommen hier unter und am baum kannst du mich holen und am baum kannst du mich holen hole mich hol mich hol mich die wohnige finde ich gerade ok weg zurück zu unserer position ich hole mir das medkitter oder habe ich ja es war dumm ich dachte er wäre allein aber noch mal gut ich hab dir auch nicht gesehen es war echt um liegt hier man die in den meisten häuschen so weg glaube ich sehe nichts mehr aber da war auch dumm dadurch abgerutscht bin ich habe zu früh geswitcht ja aber war links war links ja wir gehen auf jeden fall im bunker gleich wenn die kommen hinter uns hinter uns fliegt einer zwei leute hinter uns aber lass dich schießen nicht schießen dass sie fliegen da wir werden gleich punkte einmal fahren und dann hoffentlich noch mal gut auf decken können den hier vor uns bunker haben die gerade geworfen ja 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 aber die chill ja muss man nicht gesehen ja muss noch nicht gesehen okay dann ist ich glaube ich habe es noch nicht gesehen die guten da unten nämlich ganz normal das stimmt ein slot hätte ich noch frei gleich okay weil jetzt der biggie weg ist ist hinter uns irgendwas boah leute sollen wir insel gehen so insel gehen boah guck mal neben uns ist ein bunker da könnten wir rein hier kommen wir mit wir brauchen halt unbedingt das wäre noch mal wir brauchen halt unbedingt noch mal blue life das wäre echt wichtig aber ich glaube im bunker sind welche gegangen das ist das ding wir gucken wir gehen wieder zurück wir gehen wieder zurück wir gehen wieder zurück wir sind da im bunker schon drin ok vom berg hinter uns hier auf dem berg werden wir drin ja wir gehen hier im bunker rein rechts von uns feiern irgendwo kommt die sind aber an die falten links halten hier links einer streck ich will reingehen aber ja mit luftbändiger rein ich gehe mit luftbändiger ein wir müssen rein muss rein sind laut sie beide jetzt springen die weg alles gut alles gut der eine ist hier ja das sind auch zwei ne wir gehen zurück auf posi wir gehen zurück auf unsere posi ja schade 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 aber dann haben die gut gemacht ist egal wir gehen zurück der das gleiche klappen wir haben auch gut damage gemacht wir gehen im bunker rein und ich mache davor aber das gute ist zone ist echt gut ich kann mir vorstellen dass sie vielleicht noch ein bisschen auf wasser ist dann können wir einfach rum chillen das ist auch nicht boah junge boah wir könnten vielleicht sogar auf die statue gehen das wäre auch crazy ich sag dir ehrlich wir routieren jetzt da kommen wir routieren jetzt wir routieren jetzt hast du noch so hast du noch frei ne ja ist egal ist egal wir gehen jetzt nicht zurück hier war ich noch nicht sehr gut links rum sind welche und wenn wir da hochkommen ok das sind welche sind welche ok ja wir kommen links hier lang links lang hier hier im busch könnten welche sein hier vor uns spüren wir rüber ja hier sind safe welche hast du noch ein bg hast du nicht mehr ne du hast keinen doch hier liegt ein bg oh mein gott wichtig werft die mal rüber wichtig ist so wichtig ok wir chillen jetzt erstmal kurz nimm die minis mit wir gehen jetzt gleich hier hoch aufs links hier also hier hoch ich hab die minis auch mitgenommen so weiter komm mal hinter mir hinter mir hinter mir ach so ja da funktioniert der nicht geht der nicht so ist aber egal ist egal du hast kein slot mehr frei ne wie viel minis hast du ein mini denn nimm mal die banane hier lieber mit ok warte jo gut 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 waren da oben auf dem berg welche oder was da weiß ich nicht also da vor der berg ja boah wenn wir warte da ist einer da ist einer da ist einer 26 ok warte 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 wir gucken auf die zone wir rotieren wir rotieren auch direkt komm 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 wir rotieren direkt ich nehme mir noch die kiste hier unten mit ja du nicht vom rad du nicht vom rad du nicht vom rad oh mein gott wir haben vier bunker sauber warte mal soll ich die minis liegen lassen leute wie viel minis hast du nimm mal hier die minis mit du die minis mit banane weg banane weg banane weg ok 13 sekunden cooldown ok komm jetzt komm jetzt komm jetzt komm jetzt ach so ja ja warte 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 kommt links zu gehen ok ohne vom rad zu gehen kommen wir da hoch hier links hier links hier links hier links immer schön links immer schön links wir gehen hier auf wir gehen hier auf die musste darauf hier sind folgen folgen folge ich weiß ich bin hinter dir sehr gut sehr gut hier ist ja jetzt hier das stammt nehmen hier hier auf sagt man sorry alles gut was auch da sind welche dahin sind welche da sind welche du musst auch sachen wie kommen du musst auch sachen wie hier weil ich sage ich die rotieren leicht bleibt auf rad bleibt auf rad blabber fliege aber so rum fliege immer so okay kommt die routine direkt weiter die rutschen direkt weiter da hoch da hoch ist hier sind welche und ich komme hier rechts lang auf dem wasser auf dem wasser schön auf dem wasser hier ist einer der ist aber alleine wir gehen gleich hier hoch wir gehen euch da hoch immer auf rad bleiben bloß nicht runter gehen muss nicht runter gehen oh mein gott okay das wird jetzt gott froh sie darum dass du das ist gott froh sie darum ja das wird gott froh sie darum alle auf dem wasser da wir lassen sich runter beten wir lassen sich runter beten von denen aber jetzt zu mir kommen jetzt zu mir ja okay pass auf wir gehen jetzt gleich von den dingern runter und sie sei mal hoch okay und hier können wir gucken ob die kills kriegen hier links auf dem dach hier drinnen sind welche bei mir unter mir kommen hier hoch ich versuche wieder hoch zu kommen unter mir hier ist aber nur einer ist aber nur einer glaube ich er ist nur einer ist nur einer okay der wurde gesnipet jetzt nein bro die haben mir die kill geklaut wohin er bleibt auf rad er bleibt auf rad muss 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 hier links lang links lang wieder links lang links lang links lang sind viele alleine viele alleine wir sind da noch gut schön hier wir müssen hier auch wir müssen hier auch wir müssen hier auch wir müssen hier auch okay allein da sind 2002 warte 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 ein blick hinter uns chill dir macht die tüte und schilderinnen schilderinnen da sind welche den lesern den lesern den lesern damit noch auf lesern ja ja warte 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 Okay, easy, easy. Geh weg, geh weg. Die Hand ist durchschießen. Nee, nee, mach nicht. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Mach nix, Mann. Okay, okay, okay. Okay, mach gleich wasserbändiger bereit. Ja. Chill noch, chill noch. Wir move'n spät. Wir move'n spät. Yo! Nehm' uns! Hab' ich, hab' ich! Let's go! Easy, easy. Ja! Geh, ruhig jetzt, ruhig jetzt, ruhig jetzt. Ja, ja, ja. Chill, 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 chill. Hier move'n spät. Hier move'n spät. Und jetzt move'n, jetzt move'n, jetzt move'n, jetzt move'n, jetzt move'n. Oh, fuck, okay. Bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf. Ja. Hoch, hoch wieder, hoch, 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 hoch. Bleib auf Luftrad, bleib auf Luftrad, bleib auf Luftrad. Ja. Ich habe hier im Bunker geplaced. Ja. Bleib auf Luftrad, bleib auf Luftrad. Ja. Rechts unten einer, kill die, kill die, kill die. Der geht nicht. Ist egal, bleib Luftrad, bleib Luftrad, bleib Luftrad, bleib Luftrad. Ey, 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 was ist das? Ist egal, ist egal, ist egal. Ich habe dich, du wurdest, glaube ich, hochgeboost, weil ich über dir war. Alter, yo. Nein, aber egal, dritter, bro, dritter. Scheiße, was war das, Junge, ich wurde teleportiert. So ein Scheiß. War aber dritter Platz, top, 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 geil, wer spielt, man? Das war Gott, oh, ist das geil, ey. Echt die Rotierungsmeister, Leute, oder? Boah. Das war Gott, rund. Junge, ich habe Fieber, leckt mich. Junge, geil, geil, geil. Gute round, good round, good round, good round, good round, good round. Boah, das ist halt, bei Nobel ist halt echt viel Rotation, ne? Wir sind aber auch wirklich wie Guter rotiert. Aber ich habe auch gesehen, Hugo, du bist ein bisschen gepanickt, oder? Was wolltest du? Naja, du warst ein bisschen panisch. Scheiße, Alter, warum bin ich geflogen? Ich glaube, weil du, das ist immer schon so komisch, wenn ich dann auch Gintrat mache und du genau meiner irgendwie über mir bist oder so. Das war so anlackig gewesen, glaube ich. Okay, scheiße, ey. Ist das geistesgestimmt? Ah, das ist geistesgestimmt. Okay. Warum kennt jeder dieses scheiß Intro? Was ist denn das für eine Kacke? Warum kennt das jeder? Und von welchem Channel ist das? Hä, von dir, Bro, das ist dein erstes Video. Ja, aber von... Ach, Digger, ach, scheiße. Oh nein. Wir haben wieder vier Kids, ne? Oh mein Gott, ich das so. Ey, Maxi hat doch anonym drin. Achso, alle Zuschauer. Ich habe rausgemacht. Bitte anonym ausnehmen. Nochmal nachschauen, jetzt nochmal alle doppelchecken, ob ihr anonym drin habt oder nicht. Ich denke jetzt mal auch. Amma ist... Back. Und ich darf... Egal. Soll ich dir mal sagen, woran das lag, warum ich das damals mal gemacht habe? Ich wollte nämlich... Es gab ja so viele YouTuber mit... Ne, wir waren dritter leider, Leute. Sechs Kills hatten wir. Boah, Bro. Und ich habe mir gedacht... Sechs? Ich hätte da noch ein paar mitgenommen, weil... Ich wollte... Ich hätte auch defensiver spielen können, Leute, aber ich wollte die Kills mitnehmen. Weil es sind auch immer zwei Punkte, wir waren eh schon entgegen, da müssen wir ein bisschen auf Kills gehen. Das ist ja für KS-Freak jetzt, oder? Das ist das für KS-Freak, ja. Und ich habe noch 10, 20 andere Videos, wo ich andere Videos habe, aber die sind alle offline genommen. Warum offline genommen? Ja, zu wenig Klicks. Aber auch deine Calls und so sind aber auch mal anders krank, Alter. Immer so on-point, Alter. So geil. Die ersten 500 Euro sind in eurer Teil. Ich sage dir, mit dieser Luftfähigkeit, das ist... Da liegt ihr jetzt wirklich bei einer... Ja, ihr habt 10. Das ist krank. Ach, als Null. 500 Euro, Junge. Ich komme noch von Porsche, Digga, Alter. Gut. Ein Fortnite-Porsche, wahrscheinlich. Ja, ja. Okay, sehr gut. Was wird eure Taktik jetzt sein? Weil ich habe euch ja davor geflamed, dass ihr nicht ins Late Game kommt. Jetzt habt ihr weniger Kills am Early Game gemacht, was auch gut ist, damit mich die anderen nicht verlabern. Und dann seid ihr aber ins Late Game gekommen. Das heißt, was wird eure nächste Taktik sein? Early Sterbenheit, das hat man noch nicht. Gut, Alter, sehr gut. Sabrina, Kuss, Kuss, danke für 2 Euro. Kuss, Kuss. Kuss, danke für die Verschenken, Zapps, ich habe das gesehen. Willst du mir auf den Sack gehen? Was? Oh, nächste Runde. Was? Was habe ich noch? Hast du noch einen Product Place mit dem Bein? Nein, 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 nein. Ich mache nur Wuffits in den Zwischenrunden, da muss ich nicht warten. Ja. Checkst du? Ja, ich check. Okay. Okay, dann viel Spaß. Danke. Bitte. Bye, bye. Bye, bye. Nee, Motz, ich wollte nicht raus, alles gut. Nö, ho, ho. Nein, nein, bleib noch, alles gut. Nö, ich bleib sonst. Ja, nee. Ja, und ihr wollt ein Mod-Team haben, ne? Also wirklich das Einzige, was ihr drauf habt, gerade die Diskurs-Mods, Zahnbelag. Ganz viel Zahnbelag. Ja, ja. Standings ready. Standings ready, okay, sehr geil. So, wir gehen in die Standings-Chat. Hast du Musik oder soll ich? Oh, jetzt bin ich gespannt, Leute. Komm, können, ey. Das ist so krass. Wirklich. Wir wollen das. Oh. Hier gibt es ja echt einige, die wirklich nur Erfahrung sammeln, ne? Chat, das ist die Ehrenseite. Können wir das als Ehrenseite nennen? Ja, ne? Guck mal, wie viele Mods am Arbeiten sind. Ja. Na. Egal. Max, immer noch null, let's go. Wir scheiße, Max. Wir scheiße. Der arme Chef Strobel, der wird heulen. Okay, okay. Der wird heulen. Chef Strobel gebrochen. Ihr könnt ihr natürlich nochmal nachschauen, eure Lieblings-Streamer. Robin, ich küsse mein Besser. Ich küsse deine Augen. Ich will es jetzt hier bei mir riechen. Ey, Justin, auch vielen Dank für deine ganzen Donis, ne? Bro, Justin, du brauchst das dir während der Round raus. Ich bin auch full Fokus, ne? Justin, ich küsse deine Augen. Alter, vielen Dank für das Wort. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Wir gucken nachher nochmal alles durch. Okay, jetzt. So. Anführen, Medi. Äh, stimmt, wir müssen die Situation noch klären, ne? Oh, Breitgeber, Medi, was aber auch gut ist. Sorry, dafür, ne? Oh, ja, stimmt. Breitgeber ist gut dabei. Mert dabei. Willi, Eli, gut auf die zweite Seite gerutscht. Sehr gut, macht weiter so. Geil. So seid ihr mein Pferd. Drexie Solution, Sydney, Tobi, Kuba und Drexie User. Wie sieht die erste Seite aus, Chat? Top 7 kriegt Preisgeld. Stand jetzt... Let's go! 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 Oh, ich bin auch sehr, 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 sehr cool. So. Lofty hatte auch Eli und Willi geholt. Ach, du Scheiße. Ey, Chat, lass Dings, lass, äh, lass eine Regel finden. Wie viele Punkte haben die denn? Kannst du mich da hinbringen, MC? sie im end ist schon eine seite waren die kollegen sollten wir das nutzen auch mal dürfen hier die leute die da oben mit dabei sind die kriegen alle gleichen der von mir nach der dritten runde keine sorge so wo ist er denn lofty und mbk 19 punkte haben sie 19 punkte ist schon relativ viel die haben mit chat für alle die nicht wissen was passiert ist sie sind mit auto rumgefahren haben dadurch kills gemacht weil sie mit dem auto umgefahren sind ich habe extra noch am anfang gesagt keine fahrzeuge es gibt sogar eine extra seite wo alle regeln drin sind dann die runde ach so warte mal hast du die runde schon mit reingetan also mit reingewertet die von gerade ist die mit drin gewertet eben sie weiß nicht muss man nachfragen moment weil die runde von gerade zählt schon mal nicht von denen also nicht von allen haben sie dann jetzt sehen wir jetzt gleich wenn das licht angeht ist trotzdem unfair für die die gestorben sind ja was ich machen also die kriegen die anderen kriegen keine punkte dazu das ist ja ganz klar das geht leider nicht der andere seite wer jetzt punkte gemacht und verloren ich habe nicht ja ich bin immer noch so darf weil wir vierter sind ich komme ich habe ich höre nur so halb zu 0 punkte da kriegen sie gleich minus punkte aber wie viele bei prozentual kann werde ich machen das ist eine gute frage hannah hat code liegt perfekt zwischen 9 und 15 gesagt das muss ja auch wehtun chat weil das ist ja scheiße sagt ihm loch die ist auto gefahren und dann auch noch kürzer das ist ja es ist auch für die leute die gerade gestorben sind ist auch gut ist schade meint und ihr meine regeln minus 10 und 5 abgift ja genauso ja sehr gut ja sehr gut naja da freue ich mich über fünf abgift was ist doch gar nicht also ich will schon mal vorbezahlen sehr gut so muten roschi hat gesprochen schnauze okay dann haben wir die standings dann ist schon die nächste ohne offen ich will hier noch ein duo fehlt noch ich kann ja mal ganz kurz hier noch ein clip schauen vielleicht sollten wir das nutzen so sein hahn passiert ich glaube der hat einen sabbaton am laufen das sind also sein mikro in den mund zu nehmen ist krass alleine durchstehen glaube ich oder ich werde mir was einfallen lassen das waren sogar loft in mbk boah zamex wie sauer bist du gerade wie sauer bist du gerade die haben die haben dich geholt aber die haben keinen einzigen punkt dadurch bekommen und du bist einfach nur so gestorben ist das doof ne okay so chat ein team fehlt noch danach können wir in die nächste runde gehen hugo auch mal wieder zurück auf auf anfangen startet leute ich bin von einigen ein bisschen enttäuscht tatsächlich ich hoffe dass wir jetzt jetzt bessere droppkriege leute ich hätte mir droppen vorher für die location holen sollen aber ich glaube da gibt es doch nicht meine droppen für ich werde keine runde mehr ohne luftbändiger fähigkeit spielen das ist ja wirklich zu game changer hier wieder so ein eklig weiter drop lobby leckt bei mir zumindest bin heftig am robbern euch auch so okay wir haben weinen weg los ist kaputt wo hat der ost die lobby gestartet junge das sollte anders rein ist bei vielen ja mal gucken ob farbo jetzt wieder mitkommt war das farbo gewesen ja ja die sind der erste runde auch nicht gelandet ich weiß gar nicht was die landen wollen ja dann waren hat die bestimmt schon auf der ölplattform weißt du ja ja könnte sein könnte sein oh was ist das für eine runde die können die eigentlich neu starten leute der server ist broke der server ist broke neu start ja ich warte noch bis die leute rausgehen aber das ist ja das ist ja komplett die komische runde wir sind aktuell vieler vieler platz so hallo 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 was geht was geht der bello was geht hat bei dir alter ich finde das so geil bist du jetzt in der sucht in ford ne gar nicht weiß wann ich das letzte mal fort mit gespielt hat nein sagt mir nicht mal beim turnier bei dir ehrlich jetzt ja ja und gestern und heute ich habe so ein bisschen trainiert um ehrlich zu sein naja ok also bis ein bisschen bisschen chillen wir waren zu sehr am w key in den ersten zwei runden ok wer ist dein mate hier meister meister du hast schon mal ein fordnet profil bild hier auf das gott ja das ist geistesgestört wie vorteil spielt so und sechs jahre lang gezockt hat auch mal gehabt frager waren fast meter 2 fncs aber dann haben wir geküttet was warum guckst du so ist das krass aber sag mal also es war kurz davor danach haben wir geküttet weil kann man ja alles gut ich gucke mir das gleich mal bei euch ja mal ein bisschen alles gut was warum warum speziell mit rebellowitsch wen holst du mir hier ran oder herz du sagst mir was er geredet hat mit major major league bladis da ich habe keine ahnung von mir sagt dass er der absolute froh ist er hat mal zwei crashes gehabt deswegen wir wären eigentlich drin gewesen aber 40 punkte haben gefehlt also guck mal casey also damit alle wissen was was sache ist casey meinte doch ich spiel mit dem mate von letztes mal das war ganz gut weil casey ist schon echt also es das ist eine legende und der mate von letztes mal ist nicht bekannt aber ist sein kollege die haben zusammen gespielt aber er hat heute tatsächlich switch müssen weil sein kollege irgendwie finger gebrochen hat oder so ja er hat seinen finger gebrochen was kennst du für leute du kennst nur sweater oder was bro maestro ist bei mir im stream mod weißt du dann haben wir auch schnell einfach umgeswitch haben wir ihn genommen und was du jetzt gerade gesagt hast davon weiß ich gar nichts also ich weiß gar nicht wie heftig das möglich ist das richtig helfen das schon das schon sehr sehr heftig ich gucke mir das einfach ein bisschen unter der lupe an wenn hier nicht wenn hier keine scheiße passiert dann werdet ihr auch nicht genervt werden hier scheiße passiert dann ist instant nerve und nerve bedeutet dein mate wird restricted also der kriegt ein paar gewichte auf die beine ja natürlich richtig weißt du weißt du was die vier leute mit die haben die spielen mit auf dem kontroller ja ja habe ich schon gesehen wie läuft alles gut läuft auch alles gut ja alles gut alles gut wir ziehen durch wir machen zweimal die woche sind wir auf tisch manchmal auch dreimal ist gell macht bock macht spaß ok sehr gut ich habe gesehen dort ist mit willie stream gemacht glaube ich sein mit willie habe ich ein stream gemacht nee wer war das denn mit wem mit kurzem gerade letzte woche oder sowas ich weiß gar nicht letzte woche war denn es bei mir denn so und darf da hast du mich da hast du mich geredet dankeschön übrigens das ist doch kein thema das ist doch kein thema ich freue mich sehr dass ihr mit am start ist casey absolute rap legende chat bisher selber mit hamel auch im summer ja ok 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 ich check schon ok jungs ich wünsche euch weiterhin viel erfolg dankeschön dankeschön einfach fncs leute spiel ich bin einfach gegen fncs leute vor allem das lustige ist einfach wie stolz er das auch erzählt dann so weißt du ja wenn sie erst schon gewonnen drei mal vier mal da muss man doch low key bleiben er hätte so sagen zwei jahre fort der gespielt jetzt ein jahr pause jetzt wieder weg das ist krass ich geld gibt es ja irgendwie so danke mein schatz jetzt kriegt er gleich spielt ja 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 wenn er jetzt abgeht die kriegen die nerven das wasser wollte nämlich sagen weil du bist schon also ihr seid schon echt schlecht dabei gerade ja geht war ein bisschen unlucky so aber wenn wir geil hätten wir 500 euro save und ich würde schon sagen wir sind gerade solid unterwegs ok ok solid muss man auch versteuern ich weiß ja ja ok ok aber muss keine umsatzsteuer darauf zahlen weil es aus ausland kommen wir sind bereit ok bei daniel das gerade gesehen sein mate ist nicht gereddigt deswegen können wir auch die lobby nicht starten der anker chat ihr müsst es euch immer so merken jeder streamer der nicht ready up doch da darf man schon ein bisschen ein beleidigen ja also ein bisschen rein beleidigen darf man dann auf jeden fall was machst du denn schön ist ronnie denn da wo ich bisschen couchsurf ein bisschen hier ein bisschen da ich bin seit repul gamble real nicht nach hause gefahren na sehr gut natürlich auf auf sofa und mach mein ding weißt du naja das ist schon mal sehr nice wie sieht es bei dir aus philo wie meinst du ja ich glaube die leute werden gecheckt hat dass die luftwendiger fähigkeit echt crazy ist dass alle leute uns contesten werden aber wir müssen halt dieses das gute sie haben jetzt schon praktisch ein bisschen da drauf bist du leute wir sind ja und jetzt da gelandet es war jetzt ein bisschen anlag das direkt out drop worden bin ja soll er dann ich glaube nicht dass er so der landungsprofi ist guck mal gerade wo wir auch out drop und die haben wir trotzdem geholt freunde also von daher easy das können wir noch mal machen hey ich habe blau mit so ist ja einfach okay ich habe wieder diesen back leute warum kriegt man den back überhaupt ja super das ist was raus ich habe wieder ich bin am raubern ab und zu ja 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 das ist schon ich komme mal gut leute ne ich komme gut oder ich guck mal ob hier wer ist sieht dies war nicht so aus ich sehe keinen gleiter weit und breit warum macht ihr nicht mit baumodus einmal baumodus zu spielen muss man schon ein bisschen fort spielen brauche ich komme sogar echt gut okay doch hinter mir oder bin ich komme wenn ich vorne ja ja noch ich komme ich habe ich habe gott drauf ich habe gott drauf also wenn mich jetzt einer out drop dann fress ich drei besen das geht gar nicht leute das geht gar nicht ich habe gott ich habe gott drauf hier ist keiner niemand doch 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 dings die welche die gehen wieder auf die links aber ist egal ist egal wir gehen da gar nicht hin aber wir haben direkt unter kommen direkt mit von direkt wird ja ist ja nur einer gelandet nee zwei ja wir gehen da gar nicht hin wir gehen wir gehen direkt links ich glaube ich check noch nicht dass da ein slow truck ist wir gehen direkt hier wir müssen gucken wenn die von oben kommen da werden die stellen machen und dann auch zu fressen ja ja ach ich hatte mich das leckt wie es auch hier ist ein bunker und ich sei einfach schon viel oder ich habe keine ahnung was damit die noch zwei los ist ihr ook weiter der ok jetzt habe ich gesehen wie so was passiert hier kommen allerdings für dich wasserbindigungen let's go dass ich das ist dass wir es wirklich jede runde kriegen er warte mal warte mal komm mit der erste kommen mit komm mit ah nee die sind dabei das ist egal die gehen wir nicht hin es ist egal brauchen wir die kills brauchen wir nicht wir verstecken uns mal kurz hier verstecken uns mal kurz vielleicht routieren die hierhin die erdbindigungen hinter uns ich nehme die mit nehm du mal die minis mit nehm du mal die minis mit okay chill mal kurz hier schimmer lass dich nicht sehen dass ich nicht zeigen zeigt sich bloß ich zeig ich habe oben das internet x ja ich auch ab und zu nicht zeigen bleibt schön dahinter schon dahinter komm mit das klo die kommt mit dem klo dahin boxer das wusste ich gar nicht ja okay dass mal das hier sind welche rechts 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 schön unten hier unten beim machen ich habe noch mini 2 für uns junge mit dem klo das war ja unnormal smart junge das sind wo ich spiele jeden tag fortleid und weiß das nicht die wissen dass das man das klo benutzen kann ja ich habe erdbändiger leute ich habe erdbändiger ich glaube hier was drin ist in der dings ansonsten jetzt nicht rechts wieder weil das glaube ich dann noch mal keiner auf luft wenn ich erst mal bleiben ja immer hier die dinger schnell mit hier die ja ja fack ja ist hier noch gut oder so wir gehen da hin aber da waren glaube ich auch welche ja die gehen darüber warte mal wenn wir kommen bei der links von der links beginn bei der links hier die hier wäre gut wenn hier noch keiner war aber hinter uns gefahren weiter hier war glaube ich auch keiner letztes doch hier waren welche hier kommen wir mit immer schön hinterher wir brauchen unbedingt noch ein bisschen loot freunde da waren auch welche aber wir können immer noch im bunker fahren das ist das gute hier rechts oben ist ein bunker gefäßt ich fahre weiter auch wir können auf dem zug da war keiner da können wir auch noch mal die kiste mit und ja ja wir gehen auf den zug genau zu oder die haben nur aufgemacht es könnte sein dass nur aufgemacht habe ich glaube sie sind wieder runter ok ja ja die sind wir auch nein ist das durchgedingt hier ist hier wo ich habe zwei bg ist oh mein gott ist drunter das ist runtergepackt ist egal nimm das hier war da kurz die ministen hatten die minis mit und ich gebe dir ja 50er und hier in 50 ich werde angeschossen ja auch aus der abbrechen ja alles gut und hier mit von mir von mir von hier links 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 rechts und welche hier sind auch welche hier links 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 rechts aber schlecht glaube ich ist egal ist egal ist egal wir wollen leute wie ich mit konsistenz ist egal wir müssen jetzt hier nicht auf krampfhaft auf eigentlich gehen wenn ihr euch selbst und mit mir mit ihr ist wie kann man hier vorne kurz einmal hier in abstecher machen aber bleibt erst mal auf rad ok ist hier war keiner hier runter hier sind noch mal hast du minis ja sechs stück ok gut 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 kommen wir mit hier vorne hier kann man sich noch hochheilen kommen hier das dinge aber ich mal kurz zum tempel damit hier ist auch gar keiner hier kann sich auch noch mal heilen erbändiger fähigkeit lol leute sollen wir die mal zu zweit glaube ich bringt nichts bringt nichts ich weiß nicht wie man die hände ich gucke euch das an die kündig ist so crazy mit der wasserbändiger noch mal er müsste ich eigentlich hart auf hart eigentlich auch mitnehmen aber ich habe eine gute ich habe eine gute waffe oder soll ich nicht nehmen aber ständig system wir gehen zum bunker dahin wir gehen zum bunker vielleicht kann man den bunker rein ansonsten wir nehmen wir noch ich nehme kurz die kiste mit du kannst oben bleiben kannst wo ich dann auch bis flächen bg und so ein bisschen hier sagt man den du den du grad hast wasser shotgun luft sechs minis und zwei medkits ok gut ist gut wie es ja noch ganz weiß vielleicht in die medkits weg und die bg ist mitnehmen wir gucken mal hier im bunker ich hoffe dass es keine leute aber das ist eigentlich so ein bunker da gehen echt alle rein was sind auch kaum welche tot bisher wer sind welche da sind welche die recht lang gestern ist egal guck mal da ist einer alleine vor uns siehst du den jetzt alleine ja jetzt beide kommst du kommst du kommst du kommst du kommst zurück ab cool down wenn ich meine hier zu mir zu mir zu mir wir gehen hier weg nein 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 hinter uns ja wir müssen nicht sagen wir müssen nicht sagen hier links an wir sind hinter mir mit luft ja ja komm mal hier jetzt hier kommt oh gott sorry er ist kriegt er ist kriegt er kommt nicht er hat respekt er hat respekt er hat respekt komm mit komm mit komm mit wir müssen weg ist egal wir haben ja ich muss die banane mitnehmen ich muss die banane mitnehmen tschuld 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 ja alles ist alles entspannt und so leute von kommen mit luft hat unter 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 vom zug und davon zug mit luft hat die chili kurz wir müssen ich glaube wir gehen in die insel hier wir müssen oder was wir brauchen halt komm mal hier erstmal in die richtung oder wir können mal hier runter ich glaube die sind eh weg hier wir hatten Respekt bekommen dann können wir hier nochmal die Splashys nehmen na jo warte 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 ok easy gut 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 ok wir gehen jetzt hier rein hier könnten aber welche campen ok weg 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 ich hab's noch gesagt ich hab's noch gesagt Junge was wir spielen die bitte bro wie spielen die das ist ja absolut krank ich mach die Tür auf ok komm hier links darf halten welche ist das krank das ist wirklich crazy also das hatte mal vor uns ist noch ein Bunker da waren welche drinne nee brauchen wir nicht hier links sind wir wir gehen links wir gehen links du bleibst auf Rad du bleibst auf Rad du bleibst auf Rad komm her bleib du auf Rad bleib du auf Rad du bleibst auf Rad du bleibst auf Rad du bleibst auf Rad ok hier geht auf Rad oh mein Gott guck mal hier ist noch übelst viel Loot da ist noch ein Biggie let's go kannst du den Biggie mitnehmen für die Dings Mad Kids weg ja da ist noch ein Biggie da ist noch ein Biggie Mad Kids weg oh wichtig bro das war jetzt doch wirklich nochmal wichtig gewesen ok ich komm hier nicht hoch Leute ja bro die Kiste lassen wir da das ist ja absolut frech hast du die ja hier ist noch ein Biggie Junge ok Leute wie sind wir aufgestackt jetzt gerade also das ist ja crazy nimm den Biggie noch mit dann haben wir drei Biggies ich hab wenn du noch Minis siehst ich bräuchte nochmal Minis Minis ich hab sechs Minis ja ich hab auch Minis sehr gut oh Gott wir haben Gottloot ok jetzt sind wir wirklich gut dabei jetzt spielen wir einfach nur noch auf Placement jetzt ok ab mit den Dings stark nochmal wichtig gewesen das ist halt das geile mit den Lufträdern wir können wirklich noch auch wenn wir schlechten Anfangloot haben ja wir nehmen die Reste mit die die lehnen wir sind ja wir sind die Reste wir nehmen die Reste mit wir gehen mal hier hoch links links sind welche ich komm rechts links lang links lang links lang sorry links lang es gibt noch übelst viele hinter uns spring 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 hier in Busch rein hier nimm die Minis oh boah was Sturmflut wir sind auch mit Schaden drüber das wundert mich gerade crazy wir müssen jetzt Kills machen heißt das hat sich gerade einer angeschossen weiter hier rechts links hier links oh Gott das ist jetzt schlecht wir warten jetzt nächste Zone erstmal dann müssen wir ein bisschen Schaden auf die Gegner machen weil sonst kriegen wir extra Schaden weil wir aber ah Sterben sind genug tot ok rechts lang rechts lang links sind welche ich sage die ganze Zeit links aber mein rechts ok da sind welche auf dem baum auf dem ding fahr weiter geradeaus fahr heute geradeaus er hat mir nach Schrot flint von da hoch geschossen ja ok ok wir haben hier sind die gute gute pose jetzt wir haben hier eine gute pose wir müssen hier auf den Berg hoch nehmen wir uns sind dauernd da sind welche Ja, ich komm. Komm hier ins Haus rein, komm hier ins Haus rein. Ich glaub, hier ist keiner drin, ne. Komm hier rein, komm hier rein. Hier dich erstmal, hier dich jetzt erstmal wieder. Du hast ja Minis, ne? Ja. Wir chillen jetzt hier drin. Komm hier, komm zu mir hier. Und wenn die kommen, wir schießen die einfach ab. Müssen nur aufpassen, müssen sie hinter uns. Nicht, dass sie durch Fenster schießen. Ja. Oder obwohl, warte mal, wir rotieren gleich nochmal, wir rotieren gleich nochmal, aber wir warten noch. Hier kommt einer. Lass mal nehmen, nehmen nur Fähigkeit, nur Fähigkeit. Ja, habe ich. Und raus, 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 raus. Und mitkommt, kommt, kommt. Wir haben Gott, wo sie gleich, wir haben gleich dort, wo sie. Ja, wir haben Gott, wo sie gehen hier hoch, die gehen hier hoch. Rechts von uns im Bunker, ne? Ich glaube, das ist aber keiner drinne. Da kann keiner drinne sein. Die kommen, die kommen. Gegenüber vom Aufruf. Ja, chill, chill, chill. In dem Bunker kann keiner drinne sein. Wir sind hier noch in der nächsten Zone. Okay. Wir müssen eigentlich den Bunker pushen. Nee. Nee, da kann keiner drinne sein, da kann keiner drinne sein. Niemals. Ist egal, wir bleiben jetzt erstmal hier. Guck mal, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hint, hint, hint. Hier, kommt zurück. Die dürfen sich hier nur hinter uns nicht aufbauen. Also im Bunker ist safe, keiner drinne. Hast du noch ein Biggie? Äh, einen, ja. Äh, nee, droppen wir noch nicht. Droppen wir noch nicht. Gut, da ist keiner drinne. Ist keiner, die haben direkt den Bunker aufgeschossen. Aber wir chillen hier, wir chillen hier, wir machen Kaffee, trinkt hier. Direkt unter uns im Bunker. Ja, äh, ja. Aber rechts, guck zu uns, Vorsicht. Ja, die dürfen nur nicht pushen, die dürfen nur nicht pushen. Du musst den Bunker hier aufschießen, schießt den Bunker auf. Ja. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, du musst nicht runterfallen. Kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück. Kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück. Ah, die haben noch einen gemacht. Wir bleiben hier. Wir bleiben noch einen gemacht. Wir haben hier jetzt draußen. Okay. Bloß nicht runterfallen, wir dürfen nicht runterfallen hier. Da kommt einer, der jetzt hier hochkommt, aber der, die. Kommt hier. Kommt hier. Wann sind sie selbst? rechts von uns ist stark 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 vor uns vor uns was auch wirklich hochkommen hier wird schon vor uns ja steps ja die sind die direkte und hause mal da kann man da sohn ist hinter uns zurück das gut jetzt machen die kills wenn jetzt nun jetzt machen die kills gleich oh mein gott du bist der beste du bist der beste wir stehen die wir stehen hier hinter uns ja jetzt kriegt jetzt kriegt wir müssen die hier pushen hier kommen wir müssen jetzt die 50er geben ja kommen wir kommen hier kann man einen kompletten cool down der biege ja ich würde sagen vor uns hinter uns sind auch so oft du bist 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 du hast auch hinter uns ist einer hinter uns ist einer kommt kommt okay sie sind unter und sich runter nicht wir bleiben hier wir bleiben hier kommen hier hinter unser gebautes hier hinter uns gebautes was auf dem bunker sind die ja das recht die müssen kommen die müssen kommen die müssen kommen hier sind die warte warte und muss okay chill erstmal schläft und links und dann buchte erstmal auf links auch nur 3 auf luftreiter ja pfp wir warten 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 der ein ist alleine hier der eine ist alleine die sind noch für mich angegeben okay hat sich zu mir kommt ja nein oh gott das nicht mehr so die sind bei so wollen die auf luftreiter gehe auf luftreiter macht lester macht lester die waren so beide so die waren beide solo ich habe den angeschossen aber egal wie viel hatten war drei kills wieder ist top 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 consistence leute das ding ich wollte darauf ich habe ich habe dachte das wäre ein millimeter weil ich hinten gewesen freunde ja ja so jetzt kommt nur bändiger runde offizielle earnings jede runde bis jetzt anderer sieger ist top bislang er hat das hallo wie war das gerade kuba soll deine schuhe binden gehen der kuba land an unserem spot er darf jetzt von riepers die schuhe binden ab jetzt er darf seine schuhe putzen ja wir haben wir haben ein bisschen streit mit kuba ok 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 der weiß dass wir da landen und wir machen so biefen uns die ganze zeit griefen uns ok finde ich gut finde ich gut wollt ihr den neue ansage drücken oder so ja wir sind doch alle freunde oder das ist das ist keine freunde da ist keiner von uns befreundet ich bin ja gut okay dann eine runde win erster platz das ist so geil das war ein bisschen pech bro die beiden die runter kamen die hatten wirklich 200 nebger das war so schade ich wollte die beiden kills noch bekommen und ich habe ja big damage gedrückt big big damage ja schade 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 marmelade aber egal das ist sehr gut ok jungs die special round kommt jetzt gleich die special wird richtig richtig geil freue ich mich schon sehr drauf viel erfolg weiterhin ich gehe die standings du kannst ready machen die standings sind soweit und danach auch die special round standings ist es wieder gebrochen oder was pharao was war es los knallt das da wieder kracht das da wieder warum wird mir sowas empfohlen jetzt hier gerade aber nur ganz kurz so eine kleine frage bei der special und da steht ja nur die links sind auch die medaillen nicht nicht erlaubt von den charaktern die man die gedroppt werden und 0 helings also wenn ich zum bot töte und der droht man da dir das ist zählt das als healing oder zählt das als extra gegenstand das darf sie usen das darf sie usen ok danke medaillons sind immer erlaubt ok ok medaillons sind immer erlaubt wir dürfen jetzt keine healings nehmen oder was ging so standings wir gehen rein standings sind ready digga noah z und zabex die haben ja also was ist heute für ein tag montag digga ihr könntet gar nicht gesoffen haben oder eigentlich geht gar nicht dass ihr getrunken habt max stark ich hab vorhin auch bei dir 72 gerüstet glaube ich ne wir sind einfach gleich langes hab schon 6 jahre wo wäre ich das ist krank damals hast du mich noch kommentiert jetzt kommentiere ich euch hier alle weil damals waren es halt keine loss legends seifen medaillon ist auch erlaubt klar natürlich ist erlaubt äh so sehr viele leute mit erfahrung wir gehen auf die zweite seite oder auf die dritte seite hätte er gesagt nur schriftrollen healing und pickaxe erlaubt hier ist nichts wo ich sage bin ich extremst enttäuscht von auch wobei es hier und russack da wobei aber ich finde es korrekt ich finde ich finde korrekt ich mag die beiden jungs sogar fenelia und kitty muss ich sagen bin ich extremst positiv überrascht von kati und samyu auch die lexer und spark auch weil die haben gleich viele punkte wie trimex und strom und zwei punkte was sehr krass kommer hd alter 23 punkte das ist nice ja das ist nice nur ein bisschen downgrade muss ich sagen ich dachte diesen deutlich besser dabei aber man kann sich auch irren ronnie berger auch sehr sehr gut mit dabei mit joshie war ich gut und jetzt wann kommt der alles kommt jetzt so in dieser und nächste das ist farb und merle merle perle ja aber performen ja auch nicht rein top 19 tobi und space mit dem kam und letztes mal gewonnen solution und jens auf der 17 war auch ein bisschen enttäuschend farbe und merle perle spielen eigentlich ganz gut mert und maus hätte ich nicht gedacht dass die so gut spielen hast du lustiger sowie immer sehr gut mit am start rex ist sehr gut mit dabei fix und hasi sehr gut mit dabei ja auch ich glaube ich bin ja das ist das die war ich will ich habe sich verletzt bis zu 20 selbst gleich ausgibt das ist die aber krass der kian und rose chat die spiel einfach konstant gut ins late game das checken immer die ganzen leute hier nicht die spiel einfach vielleicht nicht die krassesten die kreis aber die schwein die ganze zeit und bereiten sich ist das vorgehen ins late game das leiten jedes mal punkte ohne ende chat geht sie dir aus ok jetzt aus ok chat die special und jetzt gleich die wird jetzt geistesgestört was habe ich denn jetzt gemacht chat ich sage jetzt eins ich muss einmal bevor wir in die special round gehen ich muss jetzt einmal meinen special gast holen ok wir brauchen die erdfähigkeit und wasser geht ich muss jetzt einmal meinen special gast holen weil wir sind ja hier natürlich bei ford lost legends und ich habe heute gedacht hier sind ja vier elemente die man bändigen muss ja ich bin gleich wieder da ja ich bin gleich wieder da geil Leute zweiter platz aber wir haben Leute das ist die threat das ist die threat glaubt mir trust das ist die threat die ist bro die haben wir mit Dave Knight ausgearbeitet äh am samstag wer war am samstag dabei gewesen es war einfach die gods threat gewesen ganz einfache geschichte die haben wir ausgearbeitet hausaufgaben gemacht easy und ich wusste das Junge das ist kranker spot das wird auch gar nicht so krass kontestet werden ist eigentlich über heftig ne das war wirklich also das ist wirklich äh glaubt mir das ist wirklich äh die threat zweiter platz solide bros alles offen für den ersten noch alles offen für den ersten jetzt war eine gute runde gewinnen vielleicht sogar geil und hätten wir jetzt noch die zwei kills bekommen und noch ein punkt mehr bro dann wäre vielleicht sogar erster gewesen ne krass vor maxify und hugo das ist auch crazy brauche sehr geil also ich also kianis oder wenn äh wenn kianis gewinnt wäre ich übelst zufrieden mit da wäre ich übelst zufrieden mit würde ich übelst feiern ja jetzt kommt special road new avatar fähigkeiten es fehlen noch ein paar leute geil 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 und seht ihr ohne win das ist geil ey ein win ein win und wir sind erst und wir sind da oben alter scheiße ey ist das krank ey ich hab mit allem gerechnet heute aber nicht damit Alter ich hätte auch so locker Top 10 gesehen aber gut wir haben ja noch 3 Runden vor uns wie gesagt wenn wir jetzt wirklich noch die 3 Runden also wenn wir uns da keiner auf den Sack großartig geht dann sag ich dir ehrlich dann nehmen wir hier auf jeden Fall Dick Earnings heute mit ok das sind halt jetzt auch 3 Runden da kann alles passieren noch das ist das aber ich sag dir wenn wir unsere luftbändiger Fähigkeit kriegen dann ist das schon krass das ist schon dann richtig lecker mir reicht nur dann einer uns da gleich auf den Sack geht das ist das ja aber guck mal ich bin nochmal so eigentlich wäre es auch gar nicht so schlecht wenn die uns auf den Sack gehen weil wir haben eigentlich schon jetzt immer perfekte Drops gehabt weißt du ja das stimmt also dass die jetzt auf Anhieb das erste Mal da landen und direkt den God Drop haben kann ich mir nicht vorstellen vielleicht haben wir dann sogar noch ein paar Free Kills ok 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 Z ich bin gleich soweit ich bin gleich soweit oh das krass das habe ich bei mir auch noch nie so gemacht es kommt Cristiano Ronaldo wahrscheinlich ja ich hoffe die lobby schon mal weil das können wir auf jeden fall schon mal vorbereiten aber für alle teilnehmer da draußen wir kriegen gleich was geboten was wir glaube ich auf tisch so noch nicht gesehen haben nach der scheiße ich weiß nicht ob wir sowas auf twitter gesehen haben aber ihr wisst ja ich werde immer verrückte sachen machen es wird ein pol stream chat ja das ist geil wir können uns ja noch mal kurz ein clip reinziehen da müsste ich losgehexen leute wo haben die denn daher das ist eine posi so spielen die alle freunde und da kommen wir mit unseren luftwerdiger und dann schießen erstmal halbe stunde auf uns rauf das tut dann da an der stelle aber auch wir haben gebrochen aber sehr cooles trikot ich glaube sehr gutes trikot er hat 130er puls rose mondi geht ins ins mit game rein wo man eigentlich den meisten ruhe puls hat mit 180 das ist auch nicht gesund das war gott klipp krank ist eben ich glaube da war noch welche das ist crazy maschine endlich sehen wir mal ein paar fights alter meine headset ist aus die gute besserung mein sohn ich hoffe es geht ja bald wieder besser ja ja moment ja doch ich bin ich springe runter zum wasser ich bin down vom fallschaden ich dumme ich dumme warte warte ich springe ins wasser ist crazy das ist gut das ist gut ich hoffe ihr seid alle ready ich hoffe ihr seid alle ready chat denn es ist soweit heute ist ein ganz besonderer tag wir haben nämlich das avatar theme wir haben luft nebeling was macht der da wir haben wasser aber eine sache fehlt chat nein nicht starten eine sache fehlt chat und zwar ist es Bernd die schlafstörungen chat der kommt jetzt rein was woher oh mein gott hä wo 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 ok 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 im Mund im Mund im Mund das ist crazy was jetzt los weißt ich das ist verstörend bro was geht denn jetzt ab was häe hä hä quetså er packt nicht ich mag gar krascher die ganze bude brennt leicht die ganze bude brennt leicht jetzt flippt der arm raus bro Das geht nicht mehr aus. Was? Was? Scheiße, Alter. Junge. Hey, der packt da einfach rein. Was ist mit dem? Das hat doch etwas gebracht. Warte, ich hab auch noch einen. Junge, was passiert hier? Oh, der hat geknistert. Ja, brazilian waxing. Genau. Oh, was geht ab? Alter. Boah, was? Digga, einfach so runtergeschluckt. Ja, okay. Alter, what the fuck? Normal? Ja, okay. Einmal normal. Einmal normal, okay? Junge! Hör auf! Oh mein Gott, Digga. Junge, ich verbrenne mich einfach an der Suppe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, 50.000 Leute ablautieren, aber ich tue es schon, Chad. Der Typ ist ja komplett angeregt. Der holt hier einfach ganz entspannte Roni. Der flippt aus, Alter. Das ist krank. Das ist krank. Alter, Bernd, vielen, vielen Dank. War meine Freude. Es war mir eine Freude. Es war mir eine Ehre. Ey, ich hatte Gott sei Dank einen Feuerlöscher mit dabei. Holy Shit. Ey, das war... Ich dachte wirklich, das brennt das dann nicht alles. Boah! Ey, mega geil, dankeschön, Chad. Musik hat doch gefehlt. Dann wäre krass. Ja, ja. Wir gehen rein, Chad. Wir haben jetzt Feuer, Wasser, Luft und Erde mit dabei gehabt. Holy Shit. Was war das denn, Digga? Das... Ich dachte kurz, Bude-Band, wirklich. Seven hat schon... Äh, Seven, Feuer wäre schon gestanden. Das war Seven? Bro, der sah echt aus wie Seven, ne? Lol. Seven... Leute, wir haben Seven so oft im Tycoon abgezogen, dass er jetzt einfach sich einen zweiten Job gesucht hat. Krank, Alter. Heftig. So, ich glaube, jetzt werden mehr da landen bei unserer Location. Da können wir direkt nochmal unseren Job üben. Das ist gut. Ja, das ist gut, gut, gut. Oh, sogar Hot Drop, ist sogar Hot Drop. Hey, schubst nicht, Mann. Hey, schubst nicht. Okay. Oh, da werden viele mitkommen, Bro. Ja, ja. Wenn du willst, viele mitkommen jetzt. Ja, ja. Hacken oder wegrennen. Wir holen uns die und dann... ...hauen wir direkt ab. Ich habe Hot Drop. Ich habe wirklich Hot Drop. Oh mein Gott, Hot Drop, Leute. Ja, das sind hinter dir. Ich habe Beine. Aaaaah! Haaaah! Aaaaaah! Komm hier, komm hier, komm hier, komm hier! Ja, nix, nix. Ich habe keinen. Ich habe keinen! komm direkt mit wir müssen direkt zum nächsten zettel und dann suchen wir dann suchen wir hier wir holen uns erstmal fähigkeiten suchen wir gleich hier ja ja jogi ich hab dir abgezogen einfach das ist das war nicht kriminell leute das war nicht kriminell ach du grünen okay direkt da zum dingsmussiv wenn wir glück haben ist da noch eine fähigkeit ansonsten suchen wir die einfach gleich ja weil wir müssen früh schaden machen das ding ist nämlich es wird so sturm schaden geben wenn wir keinen damage machen dann haben wir nämlich ein problem hier ist gar keine die wir haben so also ich sag dir ich bin die runde wieder gewinnen also wenn wir jetzt noch eine fähigkeit haben die tausend euro schon mal safe das ist auch egal was mit den anderen links wird weißt du ja wenn da keiner ist gehen wir gleich guten ok nein hier ist nichts okay ist egal ist egal wir gehen zurück in die stadt wo wir gerade waren und da lud wir und dann müssen wir einfach gucken dass wir da hoffentlich noch eine fähigkeit kriegen denkt an die dürfen eh nur pick echsen jo also wenn die kommen wir hauen einfach ab wir hauen einfach ab wir machen einfach chillig hin die brauchen nur erdbändiger ok hier sind gegner hier sind gegner aber ist egal dass ich nur nicht pick du kannst die kisten aufmachen im wasserdingsbändiger ne im bändiger ja ja die haben die kiste schon aufgemacht ja hier sind aber noch kisten hier sind aber noch kisten das ist eine fähigkeit warte 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 oh mein gott ich kill die und nee das ist eine banane banane ist aber überhaupt scheiße na hier ist alles geöffnet guck mal hier im haus im haus auch geöffnet okay egal wir gehen weiter wir gehen weiter ich hab zwei bis gut ist gut ist gut hier links die tauschen gleich aus muss aber jetzt erst mal gucken dass wir wirklich blut noch kriegen also wenig so eine fähigkeit kriegen die damit macht hier verboten hier ist nicht verboten nein doch hier verboten weiß nicht ob das stimmt regeln nein nur schriftreuen healing und pickaxe erlaubt nein das ist nicht verboten amma meinte grad ist verboten aber regeln nur schriftreuen healing und pickaxe erlaubt steht nein das steht im disco drinnen ok es steht im disco auf so panik zu machen es steht im disco drinnen und ich hab das doch hier nebenbei offen und danke mann mein gott und wir tauschen wir haben die mini und gibt mir ein biggi soll ich jetzt den biggi schon zünden ja 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 nimm direkt hier wurde nicht gelootet doch hier wurde gelootet ja wir können gleich weiter wenn ihr schon gelootet worden ist brauche ich das nicht haben das ist ein gegner hier links aber hier ist ein bot herber können wir nicht theoretisch beim bot auch kaufen ne achso aber hier waren auch schon welche das direkt weiter hier ich hab noch ein biggi bekommen ne das zeigt nicht in die gesamtwertung da geht jetzt gerade um 1000 euro so gesehen wenn wir gewinnen wenn wir gewinnen ja hier ist eine kiste hier auch jetzt muss man halt glück haben jetzt muss man Glück haben zwei kisten nichts ich hab erdbändiger let's go sauber oh mein gott das ist so big okay jetzt wenn wir jetzt noch wasserbändiger kriegen das wäre krank das wäre wirklich krank okay komm hier mit komm hier mit erdbändiger ist schon mal gut weil wir müssen wenn wir gegner sehen dann sag auch bescheid wir müssen damage machen wir müssen wirklich gucken dass wir schaden auf die kriegen wir suchen uns einfach welche die keine fähigkeiten haben weißt du ja ja hier ist nix hier kommen wir hier links nochmal lang oder könnten wir vielleicht nochmal paar dinge aus ey wie viel glück können wir haben das leute ah die haben ja auch aufgemacht hier sind welche ohne also jedoch windbändiger nur einer der andere teleportiert sich geil 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 ja 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 okay die sind weg komm wir suchen noch weiter wir suchen noch weiter ist egal noch brauchen wir keinen damage machen also die einen den einen grad da oben beim windbändiger habe ich mit der pickaxe glaube ich zwei mal ah sehr gut sehr gut das ist stark ja das ist sehr gut schon mal 40 damage hier ist noch eine gott chest bitte 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 gott chest bitte 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 ah schade aber ist egal wir haben so viele biggies jetzt hier komm mal hier nimm mal die hier ja ob hier noch eine kiste drin ist schade mal die jetzt hier ja ich gehe da hier der stanz der tanz doch gott ein hat big damage bekommen sie haben guter mit bekommen das wichtig das wichtig das sind die doof die wissen nicht was das hier ist leute oh mein gott wir haben noch die können jetzt schlecht ausgaben auf der karte sind die markiert die müssen wir ausgaben da könnte auch noch eine dicke fähigkeit sein und wir haben einmal damit auch hinbekommen die fähigkeit müssen auf die chest ausgaben die wusste chest und müsse wir haben einmal damit rauf gekriegt ist gut ist gut bitte wasserbändiger nix nehmen wir hier mit einem saufpack somit komm mal mit auf dem zug ja ne der fährt in die zone ist egal wie runter wie runter aber das gute ist wir haben luftwendiger das heißt wenn gleich welche sterben sammeln wir einfach auf wenn wir was finden weißt du wir gucken ob hier noch vielleicht eine kiste ist oder so wir brauchen medkits auch noch medkits stimmt obwohl ich glaube hier ist einer aber der feuerbändiger den stellen wenig da hinten ist noch die andere chest oh mein gott bitte da könnte jetzt echt noch das könnte mal das ist hohe wahrscheinlich dass da eine fähigkeit drin ist können doch james denn ja denn da muss ich bin wenn 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 leute wo ist hier die dings musst du irgendwo in dem bereich sein wo ist die chest leute unten drunter und immer hier vielleicht wo ist die chest leute und da schießt jemand einfach aus welcher aus welchen hier aber nicht schlimm nicht schön hier so eine kiste wir kriegen die krassen waffen leute aber keine keine wir hätten da wo wir vorher waren bei dieser ölplattform dahinter am strand weißt du nachdem wir diese windräder waren da war auch immer so viel aber ich glaube da sind auch welche gelandet aber ne oder sind das ach keine ahnung ja ist egal hätten wir stimmt hier oben ist aber oh hier sind noch viele kisten das ist auch noch mal eine kiste okay ich guck mal hier unten wird schon gelootet glaube ich ja ist schon gelootet hier ja ja das gute ist wir haben ja eine fähigkeit ja und damit können wir auch echt krass kills machen wir brauchen aber unbedingt eine wasserbändiger unbedingt aber die werden wir einsammeln die werden wir einsammeln solange bleiben wir einfach auf dem rad weil das ist fast schwierig auch für die zu treffen Bunker guck mal hier Bunker ah der ist zu hier da kommen wir doch noch hin oder an oder ne ne doch nicht der ist hier guck mal hier die sieht noch ziemlich anlootet aus ne ne ist das der hier ne vigi nochmal für mich Leute aber ich frag mich wie die 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 boss gekillt haben wenn die wenn die ja kein waffen benutzen dürfen wir haben jetzt gemacht mit wasserbändiger oder auch jemand die haben beide erde hier vor uns oh mein gott das ist egal ich suche mal noch welche wo hier vielleicht oh gott hier unten guck mal oh mein gott zwei chests noch bitte nein oh das kann doch nicht sein leute ich habe sechs biggies leute scheiße ich habe drei minis zwei solche früchte diese sehr gut sehr gut sechs packs ok das recht dann recht dann recht dann ja die am wasser weniger ist aber schon echt nicht gedacht stimmt aber ist egal wir haben eine fähigkeit und da muss man nur einfach ein killen warte mal wir könnten aber gibt es hier noch was wir könnten eigentlich auf die insel gehen da werden wahrscheinlich darauf gehen da sind diese jungen sind auch kisten guckt euch das an leute wie viele kisten wir auch noch finden wir brauchen halt glück haben wir kein glück da gegenüber ja da sitzt einer hinter der zieht durch ja das war über der links hier ist auch noch eine kiste da oben drauf ja warte mal gucken ob der botte vielleicht verkauft ich weiß nicht ob die auch avatar fähigkeiten verkaufen ich glaube nicht nix ich müsste eigentlich ein medkits mitnehmen freunde fürs endgame vielleicht wenn du medkits noch siehst aber bescheid das gibt es hier nicht sonst special raum ja hier aber hier sind nur waffen als nix links hoch gegen den berg hoch ich bin zuversichtlich und zuversichtlich dass wir noch was gutes kriegen das ist natürlich krass wenn er sich zum team beide wasserbändiger haben das wird ballern da oben auf dem turm ist noch eine kiste sehe ich da das sein das sein das war aufgemacht glaube ich immer hier auch ich sag ehrlich das blöd leute allerdings ist leider echt ein bisschen Bluff die Erdbeer-Liga-Fähigkeit wir müssen da wirklich schon in kleiner Zone wenn die in kleiner Zone sind irgendwie raufballern aber das macht ja 85 Schadeneinschuss das ist ganz cool also Feuer ist eher so ein Shotgun nur close aber wir gehen mal hier kurz in ja ja Feuer ist so Sturmgewettel warte mal ne wir haben das aufgemacht schade da ist jemand tot auf dem Boden also da liegt los guck mal was hier mal kommt oha doch Luft 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 und Erde Erde hier ist noch Erde Feuer Feuer hier ist noch oh Gott ich habe wasserbändiger ich habe wasserbändiger ok dann nehme ich Erde oder was oh Gott oh Gott oh Gott warte 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 ich werde gerade pool gelasert von zwei Leuten hier warte kurz warte kurz warte kurz ich muss hier kurz in den Dings rein ne Busch du kannst Feuer nehmen ich habe noch Feuer ich habe noch Feuer für dich ok ja ich muss da unten auch hier mitnehmen ich muss hier noch unbedingt hier einsammeln ok ich hab noch mal gut hier ok ok brauchen wir dich unbedingt noch Wasser wir müssen noch einen killen der Wasser hat oder ist egal wir finden das noch wir finden das noch äh ja ich habe jetzt so ein Trank ein Biggie und vier Packs äh kannst du hier noch die Minis mitnehmen hier die Minis was soll ich denn weglegen äh was hast du Trank ja luft und feuerbändiger und dann einmal Trank und dann einmal Trank hast du ein Medikid Medikid ne habe ich nicht ein Biggie und vier Packs äh dann äh 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 lass liegen das liegen oh fuck okay ist egal einmal gucken was das macht der feuer muss auf jeden Fall mitnehmen dass du ein bisschen damage hast ja ja der eine ist da wo los wir holen hier links ganz viele da unten einer zwei stark hier auf den linken ok easy easy wir laufen wir laufen wir laufen mit erstmal in die zone sieht gut aus sieht gut aus wir haben Luftbändiger wir haben alle Fähigkeiten wir haben alle Fähigkeiten wir haben alle Fähigkeiten wir brauchen nur für dich wasserbändiger dann ist Jackpot dann haben wir Jackpot komm wir fahren direkt weiter wir fahren direkt weiter wir fahren direkt weiter wir brauchen uns nämlich jetzt die leichten schöne Dings ah hier oben gehen wir schön hin schön hier auf dem Berg hier hier rechts auf dem Berg und den lassen wir uns auch nicht nehmen ok wir müssen eh gleich ich guck mal kurz hier ob wir vielleicht noch ein paar wegkriegen der Feuer ist für Endzone kranken der stimmt schon warte mal hier waren welche zwei hat mit oben aber die sind dings wir ist auch noch einer wir können auch chillen wir können echt chillen wir haben guten damage gemacht ok haben wir auch schon wir gucken jetzt was hier so kommt du bist die ganze zeit erstmal auf dem Luftrad und äh nachher hat der überhaupt irgendwas der ist lauter neben uns der ist lauter hier der hier wir können mal pushen let's go scheiße er ist wohnt hab ihn hab ihn hab ihn ja sauber sauber hat der wasser ne luft oder was ist der andere hat der ein Wettkipp ne ne er hat er da hast du ja ne ne hab ich nicht ne ne nimm Feuer, nimm Feuer, nimm Feuer, nimm Feuer hier ist einer mit Wasserwäldiger greift hier an kill den, kill den, kill den Nein das wurde gar nicht gar nicht ich muss eigentlich muss ich hätte die fähigkeit hat die fähigkeit ich habe luft genommen nein dann geht zurück geht zurück geht zurück geht zurück geht zurück du musst die fähigkeit nehmen feuer wasser ja okay nein ich bin low also es kommt zu mir kommt zu mir ja da muss ich nicht nur sag ich muss eigentlich ist egal ist egal er war wieder die scheiße zu gierig ja wir mussten wir mussten kill dass du die fähigkeit kriegst ja scheiße ja Das war's. Nein, ich hätte nicht runtergehen sollen, ich hätte auf Luftrad bleiben sollen. Warum mache ich da einen Kill? Ich hätte einfach Luftrad bleiben sollen, ich hätte so viel Mad Kids, ich hätte gewinnen können. Nein, ich hätte gewinnen können Leute. Ah, Bro, ich hätte auf Luftrad bleiben sollen, nein, ich hätte auf Luftrad bleiben sollen. Ich hätte gewinnen können. Ich hätte gewinnen können. Ich hätte gewinnen können. Aber es sind nur zwei hier mit Wasserfähigkeiten, das ist echt krass. Feiertrieben. Ich glaube, die machen das auch, die machen das auch. Ich glaube ehrlich, die machen das. Ja, aber ich hätte auch nicht so lange oft hier lachen, dann seht ihr ja Freunde. Das ist ja, du triffst ja schon mit der Fähigkeit. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja, die haben gewonnen. Oh mein Gott. Der killt mit Feuer. Alter. Was? Semio hat gewonnen. Geil, Alter. Geil, 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 geil. Gönne ich ihn, gönne ich ihn. Geil. Das hat Bock gemacht, Freunde. Ja, ja, das stimmt. Das hat wirklich Bock gemacht. Das war geil. War aber gut gewesen, weil vielleicht hättest du das Wasser da bekommen, weißt du. Aber das war echt, wenn du da in den Fokus bist und gelasert wirst. Ja, das dumme ist, ich hatte das, aber mein Luft war auch cool da. Und vor mir stand einer und da habe ich gerade auch schon wegzurennen, aber egal. Okay. Okay. Das ist okay. Warte mit, weil die sind abgelenkt. Warte, warte. Warte, warte. Das krasse, wie er die da geholt hat. Ja. Ja. 200 Leben. Let's go, let's go. Oh mein. Oh mein Gott. Der überlebt mit fröhlichen Chapeet. Sehr gut. Ja. Ja. Ich war doch ein Highman. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Julian. Oh mein Gott. Fick mich Drechsler. Fick mich. Ja. Mit Condis in den Chat. Mit Condis. Digga. Einmal zu Drechsler bitte rüber. Mods, ihr könnt schon mal die nächste Lobby aufmachen. Die nächste Lobby ist die gewertete Lobby. Einmal bitte ganz kurz zu Drechsler. Ist das geistesgestört. Oh mein Gott. So. Ich lad schon mal alles Streams neu. Oh nice. Ne. Ich wollte eh nicht mods. Alles gut, Digga. Ne. Passt. Ich mach das selber einfach. Selbst ist der Mann. Drechsler. Hallo. Hallo. Fehler. Ihr wurdet geschittet. Nein. Top 2. Wie fühlst du das an für dich? Ich hab 6 Kills gemacht. Drechsler hat nix im Endfight gemacht. Er hat keinen Hit gemacht. Ich bin so klar. So brutal. Wir hatten so gute Rotations. Wirklich. Wir haben zwei gegen eins. Zweimal zweiter. Schon so viel Geld heute gefrowt. Tja Drechsler. Das tut echt weh. Das tut weh. Guck mal. Für Vaila hätt ich mich sehr gefreut. Bei Vaila. Guck mal Vaila. Ich hätte dir einfach komplett 1000 ausgeschüttet. Und Drechsler einfach gar nichts. Geil. Das wär der Deal gewesen. Das war meine ersten Fortnite-Turnier-Earnings gewesen. Du hast noch nie Earnings gewonnen. Oder da. Ja. So Twitch-Rivals. Aber da kriegst du ja irgendwie das. Ja. Aber keine Amma offiziellen Earnings. Ne. Leider nicht. Das hast du mal gewesen. Ich hab wirklich mich so angestrengt. Ich hab alles gecalloutet. Wie ich alles. Das tut mir sehr leid. Aber egal. Dann gehen wir mal rüber zum Gewinner-Team. Yay. So. Warte mal. So. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ne. Wir sind sieben gerade geworden. Wir sind hier wieder Amma. Oh. Das hat ihr nicht gezählt, Leute. Für Overall-Ranking. Ja. Das ist richtig. Das könnte alles so sein, dass wir zusammen in die Duo sind. Hallo. Guten Abend. Amma. Herzlichen Glückwunsch. Der 36-Jährige. Und Cake. Hey Amma. Und die 18-Jährige. Dankeschön. Danke. Das ist zu crazy. Am Ende war es schon Free gegen Drexler. Ja. Und liebe Grüße aus Salzburg, mein Freund. Drexler. Liebe Grüße. Drexler, wie abgefuckt ist. Ey, das ist so krank. Das ist so krank. Oh Mann. Ich sage ehrlich, ich persönlich fand das, diese ganze Special-Round richtig und also ich hätte gefühlt ein ganzes Turnier daraus machen können. So eine geile Idee. Es hat auch so Spaß gemacht. Es war echt geil. Richtig cool, ja. Das ist schon sehr, sehr nice. Richtig gute Idee. Ah, 1000 Euro. Eure ersten offiziellen Fortnite. Ich habe Fortnite? Oh mein Gott. Also es ist nie zu spät. Auch mit 36 kann man hier komplett klatsch gehen. Mhm. Super gemacht. Vorausgesetzt man spielt gegen einen Drexler im Late Game. Ja, echt. Sehr, sehr wichtig. Geil. Echt sehr geil. Spannung 10 von 10, ich sage euch ehrlich. Oh mein Gott. Ja, das war echt ein bisschen hektisch. Aber ganz fast. 1000 Euro haben die bekommen. Ich fand es sehr, sehr nice. Also die Special-Round-Idee ist 10 von 10, Chat. Die ist nice. Wirklich? Armah, der Pfeil auf dem... Ich vermisse den Pfeil auf deinem Kopf. Das wäre für mich ein Traum. Ja. Ich verstehe es nicht. Epic Games hat es nicht erlaubt. Scheiße. Na gut. Oh Mann ey. Okay, GG's. Was macht ihr mit den Earnings? Dankeschön. Dankeschön. Bei dir haben wir ein paar Sachen draus hauen. Ja. Ja. Mal sehen. Den richtigen. Ich weiß noch nicht. Ich komme noch nicht drauf klar. Sowieso. Alter geil. Danke nochmal einmal für die Einladung, für den kleinen Cup. Und ja, dass das... Wie gesagt, das ist dein Cup, deine Regeln und... Danke, ja. Auch die meisten sind happy, dass sie hier mitmachen können. Die Runde ist so geil. Das war 26 Monate. Das war wirklich die beste von all den Legends calling. Wirklich. So geil. Ich sag die und Megacity, dass alle in einer Stadt gelandet sind, nur in Megacity. Ah ok, ja das stimmt. Das war auch sehr sehr. Das war auch sehr. Ja Megacity war auch crazy. Das war auch sehr nice. Ey, danke, dass ihr mit am Start seid. Immer wieder sehr, 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 sehr geil. Da freue ich mich immer drüber. Und dann viel Spaß in der nächste Runde. Ab jetzt wird der für die Punkte. Gut. Mach mal. Gruß, Leute. Tschö. So. Ok, Chat. Ach, was ist das? Was ist das? Was ist das? Gruß, Leute. Tschö. So. Ok, Chat. Ah, Sammy. Was ist das? Oh, Rohatz. Ich hab doch alles im Blick. Ist das krank? Das ist doch krank. Ok. 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 An alle Teams, bitte Ready-Up. Oh, bitte vergess das. Bro, wie sieht's aus? Es sieht sehr gut aus. Also die hinteren Plätze werden wieder gut belegt von mir. Bro, aber ich sag mal, was sagst du dazu? Team YouTube, Bro? Team YouTube. Das ist das hier grad... Also ich sag die ganze Zeit. Digga, du und Kian, ihr müsst was hier tun. Wirklich. Ja, ich hoffe, also ich sag auch, also mir ist es egal. Ich sag dir, ich sag dir, es ist mir auch egal, wer was dazu sagt. Rustik und ich können theoretisch den Platz wechseln, weil bei uns gerade, es macht ja keinen Sinn, dass wir die ganze Zeit weiter spielen, obwohl wir da gar keine Chance haben, wo wir da landen. Aber das Ding ist, ich bin mir sicher, wenn wir jetzt unseren Platz ändern, dann kann es sein, dass wir quasi euch gefährden. Und das will ich nicht. Checkst du das? Ja, 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 check ich, check ich. Ja, also ich hoffe auch, dass Kian und äh... Wo landest du überhaupt, Bro? Wo landest du überhaupt? Bro, ich lande in der Mitte. Aber du musst mir nicht sagen, wo du landest, alles gut, sonst gibt es wieder hier Beef von anderen, keine Ahnung. Aber es geht mir einfach nur darum, ich weiß noch nicht, wo ihr seid, aber wenn ich jetzt den Platz wechseln und irgendwo anders hingehe, dann, keine Ahnung, greife ich euch auf einmal an und dann verreckt ihr auf einmal und zack, euer Platz ist weg. Willst du, Sue, oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Ja. Geht die Runde gleich los? Ich glaube ja, ich glaube ja, ich glaube ja. Ich habe gehört, schon wieder du bist Minecraft-mäßig unterwegs. Äh, ich habe nebenbei ein bisschen PvP Minecraft gemacht, ja, dort habe ich alle besiegt, aber Fortnite kritische Asse, ne? Ja, was liegt es an, was liegt es an, was würdest du sagen? Ähm, erste Runde, leider durch Zone down gegangen. Mhm. Wir sind aus Zone raus, haben dann ein paar Hits abbekommen. Zweite Runde, ähm, ja, Rüssig ist in einen Busch reingefallen und dann wurde er direkt geholt. Bro, wir müssen auch so, Bro, es sind wirklich so, die campen alles, Bro, du kannst wirklich nicht in den Busch reingehen, wir wollten da in so einen Tunnel, in so eine, in so eine Ding, Junge, da sitzen direkt zwei mit Schrotflinte und Ballern uns ab, also, du kannst nirgends wo reingehen. Safe, safe. Also, Rüssig, was ist in der dritten Runde nochmal passiert? Äh, dritte Runde? Ach so, dritte Runde, Bro, das war auch richtig dumm. Wir haben einen Bunker bekommen, so einen OP-Bunker, wir sind da reingegangen, haben alles gelootet, gehen raus, wussten aber nicht, dass man upgraden kann, ne? Ganz der Chat schreibt, Upgrade, Upgrade, Dreh dann und so aus, so, ich hab... Ah, oh. Und dann, paar Minuten später, waren da zwei Leute und wir denken uns, boah, Jackpot, die sind dort. Bro, die kommen raus und gefühlt zwei Hitze waren tot. Wahrscheinlich haben die dann alles abgedreht. Ah, ja, 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 wenn du da guten Upgrades hast und so. Ja, vierte Runde, Rüssig und ich bekommen relativ schnell diese Fähigkeiten, ne? Bro, das war direkt am Anfang. Rüssig hat schon direkt drei Stücke gefunden, hat mir eins abgegeben, ich hab dann auch nochmal eins gefunden. Ich so, Bro, lass jemanden rushen gehen. Weil wir dachten, okay, die haben bestimmt keine Dinger, ne? Ich dachte, ja, ich dachte auch, wir müssen Damage machen und so, die Leute sind umgekippt wie warme Semmel, Alter. Ja, genau. Ich bin dann direkt den ersten Gegner, bin ich gerusht, auf einmal der Cop mit Feuer, ich hiebe eine andere als Wasser und dann kam erst ruhig an mich. Wasser ist OP, Bro, Wasser ist OP. Wenn du einmal mit Wasser da Dings hast, ist das eh over, ist das eh over. Ja, ich hätte die Runde vielleicht, ich war siebter geworden, aber ich war dann zu gierig, ich bin da auf Kill gegangen, ich hätte einfach auf Luftrad bleiben sollen. Wir hatten Luftrad, Wasserbändiger und Erde sogar. Alles hatten wir. Erde war aber unnötig vielleicht. Ja, Erde, ich dachte, Erde ist sinnvoller, aber wirklich unnötig. Man hat eigentlich echt nur Wasser gebraucht und Luftbändiger. Und Feuer für Late Game, der andere hat ja auch Feuer benutzt, am Ende für Flächen, der Mensch, und Tag hat einfach alles passiert. Ja. Ja, Blau. Dann viel Glück jetzt in der Runde, ne? Geht los. Geht los, geht los. Geil, ich freue mich richtig, wie das KIA auch erster ist. Runde ging um 1000 Euro für den ersten. Ach, so. Gucken wir mal. Okay, ich glaube es gut. Bro, ich höre das krass, dass ich gerade outdropped worden bin. Ich bin echt kein Drop-Profi mehr. Das ist schlimm. Das schaffen wir jetzt. Und aus. Ich konzentriere mich immer so, Leute, dass ich gut fliege. Es kommen auf jeden Fall wieder welche mit, glaube ich. Also es kommen auf jeden Fall wieder welche mit. Ich komme aber gut, Leute. Ich komme aber echt gut. Ich komme echt gut. Ja, ich auch. Ja, direkt neben uns. Ich bin aber erster, ich bin erster. Jo. Okay, sauber. Die sind auch abgezogen. Ja, wir haben ja alles, wir haben ja alles. Okay, easy, easy, easy. Guck mal, ob die auf dem Dings sind. Sind die ja wieder gelandet auf dem... Ich sehe nichts. Ne? Wir gehen mal kurz unten hin. Wir gehen mal kurz unten hin. Ich will mal kurz gucken. Komm mal schnell zum Truck. Ich bin direkt hinter dir. Truck, truck, truck. Ich glaube, die sind hier nicht. Ich glaube, hier sind keiner gelandet. Scheiße. Haben wir. Goldene Pump, aber eine Scheiß Pump. Welche Pump? Die alte Einschuss. Aber nimm trotzdem mit. Nimm trotzdem mit. Nimm trotzdem mit. Das ist jetzt nix. Oh Gott, jetzt bitte was Gutes. Komm mal, hier ist ein Flow, Baby, für dich. Wie kannst du mitnehmen? Ach so, ja. Oh, fuck. Pack ich mit Kit weg, ne? Weil ich habe einen Biggie schon mit. Äh, ja, ja, mit. Und runtergefallen, sauber. Ja, du kannst ja auch auf dir. Ja. Na, zwei Mad Packs oder einen Flawberry? Nimm Flawberry mit, ne Flawberry mit. Okay. Bro, warum kriege ich kein Visier hier rauf, Leute? Mann, gönn doch das Visier wenigstens. Ja, okay. Ach, da war die Toilette, wo die durchgehen. Ja, 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 das wusste ich aber auch nicht, dass das geht. Oh, jetzt sind wir sogar drei Mad Packs, aber ist egal. Eigentlich Mad Packs brauchen wir fast gar nicht. Mini? Kann ich ja jetzt nicht mitnehmen. Ja, ist egal, ist egal. Nimm hier Splashes mit, ich ne Bunker mit. Weil wir haben jetzt noch keine erdwändige Fähigkeit. Ja, Biggie weg oder was? Ne, was hast du jetzt dabei? Ich hab jetzt ein Sturmgewehr, Schrot, Flinte, BG, los. Achso, ja, Biggie weg, Biggie weg, Biggie weg, Biggie weg. Du hast ja, äh, Dings, ne, du hast ja, warte mal, äh, sind sogar vier Bunkerleute, geil. Äh, du hast ja, Pumpkan? Ja. Sturmgewehr? Sturmgewehr. Okay. Sturmgewehr tausche ich ja, sobald wir Wasser, Dings haben, wieder. Wasserelement. Die sind rechts, 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 rechts. Schon wieder, da. Oh, nein, 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 nein. Spring, 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 spring. Alles gut, die kriegen ich es. Wir sind weit weg, wir sind weit weg. Okay, wieů Komm mir runter. und hier rechts runter kommen rechts runter wie weiter weiter wir gehen das weiter ok heil dich mal hier nimm die beiden bg's in die beiden bg's gibt dir ein splash gibt dir ein splash ja doch hat wir gucken dass sie sind eigentlich noch so fässer hier ist immer schatz noch hier sind noch drei fässer die ganze nehmen gibst du mir mal die gold kampf immer die gold kampf und du mal die mit hier siehst du vor uns wieder die markierung auch mal die gott das sind die gottes wieder bleib du auf grad lebt du auf grad lebt ok nimm du die gott nimm du die dings wieder die die gold und die wasserbänden ja wichtig 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 ist noch ein bisschen blut und also ich habe zwar ein drei splash ist und den sagst du hast den saft noch cool ich habe auch gesagt immer cool also wir haben 200 blue life für beide ist schon echt gut hier vorne bleibt du auf rad mein guten ist in die epische nimm die epische ok oh mein gott epische ist so wichtig freunde ja geil 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 das ist gut ja alles gut ich habe cool dann oder kennt ihr kennt einer der ist aber alleine hier ist aber schlecht ist ist egal ist egal wie gehen hier links wegen links von links ja muss ich halt immer noch hier ja vielleicht diese pilz wie gucken ob hier welche sind wo wanderer bächer hier war hier war ist hier ich habe ich gefunden hier bei mir die pilze genau ich glaube hier sind keine mehr aber da vorne ist noch eine chest ich hole die mal schnell boah hier die kannst du noch nehmen hier diese bäden hier diese zwei stück und dann immer weiter sehr gut hier ist noch ein bg den kannst du nehmen direkt also direkt trinken ja so angespannte ja ganz entspannt wir haben läuft alles gut weißt du ja oh hier ist auch noch mal ein bg oh gott zwei bananen hier auch ich bin auch im bunker gehen aber das oh gott sind hier zwei bg ist warte mal war da oben noch ein bg gewesen der ist ja getrunken ne ja der habe ich getrunken ok welche ich habe drei drei splashies und trank habe ich nimm mal die banane drei splashies für die splashies und die banane da oben ok warte und die banane da oben außer wir finden jetzt noch mal splashies dann müssen wir mal zurück aber wenn wir jetzt keine finden dann bananen sind auch übelst geil eigentlich hier 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 wir gucken erstmal Wir warten erstmal die Zone ab. Oh fuck Leon. Hoffentlich beeinträchtigt dich nicht das AIM. Nein, nein, nein. Nicht, dass hier einer quer sitzt, Leute, und dann fliegen auch die Kugeln quer. Nein, nein, nein. Warte mal, ich stehe die Kiste damit. Okay, chill kurz. Immer noch 69. Ich glaube, jetzt haben sie alle so langsam den Dreh raus. Könnte auch sein, dass wir gleich echt Schaden machen müssen. Und? Pi nochmal. Ja, ist egal, ist egal, ist egal. Nimm die Bananen. Ja, das Ding ist, es wird gleich Stormshirts geben, Leute. Und wir müssen ein bisschen Damage machen vielleicht gleich. Rechts waren Steps bei uns. Die waren wahrscheinlich hier drin, ne? Ja. Ja, wir gucken, hier fighten wir mal nicht, weil hier sind so viele Büsche. Ja. Wenn da irgendjemand im Busch schimmelt. Ein bisschen Damage wäre wichtig. Okay, wir gucken mal, wie wir hier so sehen. Wenn wir welche sehen, dann können wir die nämlich anschießen. Ja. Da fighten wir welche vor uns. Oh Gott, im Busch, links, 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 links. Ja. Runter, direkt runter hier. Ja. Guck mal, hier ist wasserbändiger vor uns. Ja. Ist ja alleine, der ist alleine. Oder? Weiß ich nicht, sehe gerade nichts anderes. Warte, 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 hinterher, hinterher, hinterher. Nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht runter, lass ihn, lass ihn, lass ihn, komm her, komm her, komm her. Ja, ne, ne, ist egal, wir haben Damage gemacht, wir haben Damage gemacht. Ich gucke mal, wo der lang geht, ob wir vielleicht hier rechts lang gehen, aber da waren eh welche im Busch, wenn wir da jetzt runtergegangen wärst, dann... Ich re-rig. Gucken wir mal, ob wir vielleicht noch Finnen hier. Ich glaube, der ist weg. Splash in das End? Ne, hast du... Ne, hab ich nicht mehr. Ist gut, ja. Ja, ist egal, wir haben ein bisschen Damage gemacht. Ist gut, ist gut. Hat ich jetzt nachgeladen gehabt? Warte mal, ich weiß nicht, ob ich nachgeladen hab. Ich gucke mal hier kurz in den Busch rein. Hier. Ich geh mal hier ins Haus hier. Doch, ein bisschen. Ja. Oh, und weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Oh, hier fliegen zwei vor uns. Warte mal, die fliegen zu dem mit dem... Warte mal. Die sind da bei dem in... Fliegen der zum... Da vorne siehst du die, ne? Ja, ja. Ja, ja. Da sind doch welche im Busch gewesen. Ja, die haben Wasser. Ah, okay, okay. Und jetzt sind die im Busch. Ja, ja, die sind da im Busch. Hä? Da müssen die ja grad gemoved haben oder so. Hinter uns sind irgendwelche Fights. Wir können mal gucken, was da abgeht. Ah, die feiten da... Da, wo ich grade sagte. Ja, ja, die feiten da drinnen. Aber wir gehen nicht hin, wir gehen nicht hin, wir gehen nicht hin. Mal schießen auf mich. Hier oben ist einer, hier oben ist einer. Er ist alleine, er ist alleine. Nee, beide. Nee, beide hier. Komm in den Busch, komm in den Busch, komm in den Busch. Okay, die auch noch. Wir warten hier kurz so nach. Boah, bisschen Damage gemacht. Guck mal, der ist da unten. Siehst du den? Warte, warte, warte. Noch nicht, noch nicht, noch nicht schießen. Noch nicht schießen. Oh nein, 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 nein. Oh nein, war das dumm. Ja, ich wollte... Ist egal, ist egal. Geh mal hinter, geh mal hinter, der ist alleine. Oh, Big Damage, er ist cracked. Ja, cracked. Oh mein Gott, wichtig, 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 wichtig. Stark, wichtig, wichtig, wichtig. Big. Boah. Yeah. God aim, God aim, God aim, God aim. Junge, mir läuft der Schweiß aus den Achsen, tropfenförmig raus. Okay, wir gehen wieder hoch zum Busch. Wir gehen wieder hoch zum Busch. Das war echt strong. Richtiger Kill ja auch noch mal. Aber ich check auch nicht, warum der wieder zurückgekommen ist. Keine Ahnung. Also das war irgendwie... Aber gut. Nimm mal gerne mit. Boah, wir haben hier wirklich Gottmose. Wir gehen jetzt hier, wir gehen jetzt hier in. Lass mich erstmal durchfahren, wir gucken, ob da welche drinnen sind, aber ich glaube nicht, dass da welche drinnen sind. Ne. Okay, wir können hier runter. Wir chillen hier erstmal. Wir chillen hier erstmal. Wir chillen hier erstmal. Weil wir echt immer gut rotieren. Ja, wir campen jetzt auch hier. Wir warten, wir gucken, wo die Zone ist und dann... Vielleicht kriegen wir hier nochmal free kill, wenn hier welche reinkommen. Ja. Ja. Boah, wasserbändiger ist aber deine Fähigkeit, ne? Ja, hinter uns ist einer. Ich glaube auch. Oh, nein, nein. Wenn der jetzt herkommt. Zwei. Oder? Ne, einer. Oder? Oder ist es da kommen andere? Ja, drei, ja. Oh, warte, warte. Wir warten hier, wir warten hier. Da kommt einer. Hier, hier. Hier, 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 hier. Hit. Hit. Er ist cracked, er ist cracked. Ja, fast. ist egal ich hab den auch noch mal was auf die zeit kommenter kommenter die movie war gut gewesen oder fahrrad das haben wir gut gemacht ich liebe die leute das ist schön hier hoch gleich da schön hoch da sind wir direkt adventures events ist das schön da kann gar keiner sein ich muss hier ich muss hier musst du gleich die banane geben ja komm hierhin kommen hier runter kommen runter und job eine banane habe ich ok und jetzt warten wir bis things vier sekunden doch mir mal ein flowerberry in die zonen schwimmer war schon mal oder nicht auf luft alles Alles easy, alles easy. Komm mit, komm mit, komm mit. Wir gehen direkt in die nächste Zone, wir gehen direkt in die nächste Zone. Ja, wir gehen direkt oben, das ist gut, hier ist gut. Links von uns, einer auf Wind, wir chillen hier, hier einer ist links unten, unter uns zwei sogar, wir chillen hier erstmal, wir chillen hier erstmal, im Bunker, warte mal, warte noch, warte noch, warte hier, warte hier, wir müssen hier verstecken, wir dürfen uns nicht seiten, wir verstecken uns erstmal hier, ich will jetzt noch keinen Bunker usen, oder doch eigentlich muss ich bunkern, eigentlich muss ich bunkern, Leute. Wir sind direkt unter uns. Ja, 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 wir gucken, wenn welche kommen, dann bunkern wir. Wir haben hier gut, wir haben hier Gottprose, wir haben hier Gottprose, wir haben hier chillen hier, wir chillen hier. Guck mal, der da, der da hinten? Ja. Ist egal, ist egal, immer bewegen, immer bewegen, wir warten hier, wir warten hier, okay, vor uns ist ein Bunker, komm her, komm her, komm her, komm her. In den Bunker rein, in den Bunker rein. Und jetzt können wir hier hinten ein bisschen gucken, jetzt können wir hier hinten ein bisschen gucken. Wir können halt hochsippen, da müssen wir aufpassen. Ja, sollen die machen, sollen die machen. Da ist Zona, kriegen wir auch ein bisschen Damage, sollen die machen. Wir warten hier, wir warten hier. Guck mal, da, 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 da. Guck mal, da, 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 da. Hit. Ja. Shit, crack. Komm, 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 komm. Okay, easy. Wir können spätmogen, wir können spätmogen. Lass dich nicht von den Treffen bitte da vorne, wenn die Piken, dann geh runter, dann geh runter. Der ist long. Ist der Lone drin? Ja, gestreckt. Ja, ja, ja. Warum kaputt? Ja. Keine Ahnung, wo die sind. Ist egal. Wir warten hier. Guck jetzt da unten, guck jetzt da unten. Da oben drauf. Wir können hier alle killen. Wir können jetzt hier alle killen. Vorsicht. Guck mal da, 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 da. Okay, wir haben zwei, easy, wir haben. Wir warten hier, wir warten hier, wir warten hier. Wir müssen auf die hier, auf die hier. Komm jetzt zu mir, komm jetzt zu mir. Ich geh in den Bunker rein, in den Bunker rein. Wir sind direkt über, uns sagen. Ich geh in den Bunker, an die Seite, 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 wir muss andere Seite. Hast du ein Splashie noch? Nee, ne? Gib mal eine Banane. Drop mal Banane. Stark. Gut, gut, gut. Wir warten hier, nimm die Dings raus, Pumpkaner und wir warten hier. Viel Christiane. Viele'. Viel Christiane. Viel Christiane. wird schön hier okay was ich bereit wasser luftbändiger ja okay mach luftbändiger und raus hier raus hier raus hier ja ich hänge 28 leben oder das war dumm das war dumm von mir kommt mir einer trägt habe ich mich nicht bei der krieg sauber oder so was habt ihr gemacht juli juli bei seile bei seile ja noch die ausrasten ausrasten das haben wir so das war fncs ich sag ehrlich das habe ich so smart gespielt ich spiele einfach zu schlau ich sag's ehrlich jungen der wasserbändiger wo der wasser wenn ihr das wasser abgeht sebo ist der der mit dem wasser tanzt der das wasser beherrscht und dann wo unsere stunde kam kam die raus wie eine schlange alter aber klinge gespielt am ende von den jungen das war mir wirklich gut du hast ja auch crack gemacht da muss direkt oben rein der andere auch low easy gg das ist natürlich gg jetzt ist mein nacken wieder schweiß ich war jetzt letzte woche hatte ich so nackenschmerzen alter geil scheiße ich bin so nass ich habe in der bude 30 grad jetzt auf live gehen wie das gemacht haben wir die nächste runde ist schon drinnen rein bitte hallo was geht hallo hey herzlichen glück ein digger ich guck euch dort live nicht zu ich denke mir so eher ich ich denke mir so du bist schon tot und guckst mir zu der ist wie dumm ach du scheiße aber herzlichen glückwunsch digger du hast auch essio geholt ne ich weiß nicht wie ich geholt habe einfach rein da einfach rein krank ich bin einfach der wasserbändiger ich sag's dir gib mir die rolle und ich zerberste ich sag's dir das ist crazy wie gut ist die rolle ist geil ne die ist krank ist ey raw ich sag dir ehrlich wir performen grad nur so gut weil wir wirklich krasse technics haben sag mal ne technik kann ich nicht sagen nee gar nix das ist hier so bald masterclass irgendwie sowas ja ja kannst ja mit reason gemeinsam so ne masterclass ausbringen für wasserbändigen und so für wasserbändiger ja 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 das ist ja nice eigentlich krank ja geil bockt 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 echt das freut mich sehr ey danke auch für die einladung alter vielen lieben dank ey super gerne ja standi ist manchmal natürlich zu stark alleine aber dann mit dir als klotz am bein ist super ja ich sag er macht's gut also ich sag dir ehrlich ist dir bewusst doch ich sag er hat wasserbändiger fähigkeit für sich entdeckt das ist ganz verrückt ich spiele sturmgewinn er macht wasserbändiger ja das ist das geile wie ist dein neues auto ich hab ich hab da was gesehen ja also so einen kleinen ja guck mal ich kann's dir auch zeigen ich hab grad bilder hier bro warte 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 mach auf hier ist er einfach ha jetzt komm mal her hier ach Digga jetzt in fortnite oder das ja ja er ist in fortnite da ist er genau so sieht er aus genau so sieht er aus ist genau so ja genau so passt genau so also hier ist schwarz aber ansonsten ist er genau so was hast du mit dem grün gemacht ja weg 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 ja weg 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 nur noch für fortnite weißt du nur noch bro ich werd mich bald auch in den skin verwandeln und alles sowas dann ist eh over ja herzlichen Glückwunsch Digga hast du dir verdient danke bist du auch am grinden das stimmt das stimmt kuss ja was macht ihr jetzt mit den 500 Euro ja die 500 Euro 500 Euro Alter hab ich vergessen Alter 500 Lappen crazy let's go ich hab's gar nicht auf dem Schirm ja ihr habt die schon mal saved ihr habt die schon mal saved alter was ein Knochen ich weiß davon Alter ich hab vergessen geil let's go das sind Earnings Digga das sind Earnings Digga du hattest ja ein ein Lost Legends oder ich weiß gar nicht welchen Cup den hast du mal gewonnen ne ich hab auch mal einen Cup gewonnen ja war auch mal hier mit Mignob war das noch gewesen dieser Provo 3 Trio Bauen Nobilt Nobilt und dann ein Trio stimmt aber das war nicht am AXE das war irgendwas anderes ich weiß es gar nicht mehr ja so viele Turniere schon gehostet wie dem auch sei geil dass ihr mit am Start seid danke dass ihr immer wieder hier das Vertrauen reingebt sehr nice geil und ich wünsch euch viel Spaß in der nächsten Runde zwei Runden leider nur noch zu spielen ja wir werden Consistence das ist das unser Ziel wir wollen nicht mal gewinnen wir wollen nur Consistence das ist unsere unsere Philosophie sag ich mal okay danke guten Menners damit wieder zurück ins Studio auf meinem Ohr ins so welcher Skill warst du ich war hier ein letzter Schiedsrichter der Schiedsrichter achso der warst du ah krass ja ich war aber full live ich war full live ich war full live ja das meine ich ja ich hatte auch fast full live achso ja 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 aber ist gut wir waren halt zu zweit auch ne ich wusste halt okay irgendwo ist er und dann kamst du wieder aus dem Loch ja aus dem Loch aus dem Loch aus dem Loch der ewige Zeitplatz kam wieder aus dem Loch aus ja schade aber was war da los mit Russack was war da was war äh Russack hat wenn ihr noch ne krasse Runde macht ich glaub ey ihr könnt sogar Earnings mitnehmen 5 sind da ja guck mal wie dicht das alles beisammen ist hm die sind echt alle nah bei uns wenn wir jetzt noch so ne ich glaub Top 7 gibt Earnings bro ja wir müssen eigentlich für YouTube alles belegen bro das war wichtig geil wir sind Platz 1 ist geil Digga das kann doch nicht sein geil das heißt das war ich hab ne Wette mit Elie 50 wenn sie nicht Top 20 kommen oder so was sagst du die sind einfach Top 9 ich hab gesagt Team YouTube macht weiter so rustig und ich komm auch gleich ja ich hoffe auch bro wenn ihr jetzt so ne Strong Wunder habt ihr seid direkt Top 5 ne vielleicht ist der auch für den Dortmund World kriegst du das Doppelte an Geld vielleicht guck mal bro die haben ja eigentlich noch 10 Punkte mehr als 4 ja 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 deswegen bro ein Win jetzt doch ihr seid auch Top 5 das wäre so geil bro Team YouTube 1 2 3 da seh ich uns 5.000 Euro wie machen wir aber wir spielen normal weiter ich mach jetzt keine verrückten Sachen ich mach jetzt mal normal weiter bro wir auch normal weiter ich hab gerade auch hier an und Brust Money geholt ah krass ja krass ja gut wir sehen uns gleich ne wir haben jetzt im Chat gesagt so war ok bro mach's gut tschau 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 Ja, auf jeden Fall. Ah, ist ein guter Call. Können wir vielleicht die letzte Runde machen, noch mal Skin wechseln. Ja. Aber das ist alles nah beieinander. Ich bezweifle, dass jetzt irgendjemand da jetzt noch groß Action macht. Und jetzt irgendwie was riskiert, um uns zu holen oder so, weißt du? Also das ist zweifelig, ja. Ja, meinst du nicht die auf den Zweiten jetzt? Oh, ey, geht schon los? Ja, ja, geht los, geht los. Du musst doch raus. Alter, fuck. Oh, ja, ich hab noch Dings geguckt. Oh. Ja, ist egal, ich bin pünktlich raus, ich bin pünktlich raus. Es gibt die Runde jetzt noch und nächste Runde. Noch eine, ja. Ich hab richtig gepennt, Alter, scheiße. Ja, ja, alles entspannt. Nee, ich komm gut, Leute. Ich komm gottmäßig. Ich komm gottmäßig. Ich komm wirklich gut. Ich komm wirklich gut. Ich in der Nähe sich. Also bei mir hier in der Ecke gar nichts. Ich seh auch nichts bei mir mitkommen. Ich seh auch nichts mitkommen. Aber ich komm doch gar nicht so spät an. Ah, ich komm, ich hab gott drauf. Ich hab gott drauf. Da kommt keiner mehr hin. Guck mal, Leute, hier. Das ist am smartesten. Hier runter und dann grinden. Oh, no, oder? Was ist passiert? Möchtest du kurz berichten? Nee, komm, komm, stellst du mir. Ja, ich komm. Hol dir aber erstmal die Fähigkeiten. Hol dir erstmal die Fähigkeiten. Ja, ja. Bro, hier waren gerade drei Gegner. Ich hab zwei geholt, aber... Ja, ey, aber egal. Ja, es sind schon mal vier Punkte. Alles gut, alles gut. Nee, Kills haben nicht gezählt. Ich weiß nicht, warum. Ach so. Scheißegal. Okay, droppen wir mal die Fähigkeiten. Danke. Okay, warte mal. Wir nehmen noch die Splasher noch mit. Wir gehen gleich zum Truck auch. Aber wir müssen oben einmal die Splasher für mich mitnehmen, dass ich 200 Leben auf hier habe. Oder wir gehen direkt... Nee, lass direkt zum Truck. Ist egal, wir werden das eh... Nee, wir gehen doch nach oben. Wir gehen nach oben. Yo, yo, yo. Wir gehen doch nach oben. Hier. Bitte Seilbahn. Okay. Okay, hier. Du brauchst eh nicht. Wenn du Matkit oder so siehst, sag mir Bescheid. Ja. Oder Minis. Wenn du Minis siehst, wäre auch wichtig. Nee, hier sind solche Fässer zwei Stück. Ah, okay. Sehr gut, perfekt. Ja, dann können wir gleich runter zum Truck gehen, da habe ich ihn mir aufruhen. Ja. Okay, nice. Weg, 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 weg. Daulich die mal. Okay. Hier ist ein B. Ich gebe mir immer die Bigis, alle Bigis. Ich habe es schon ein. Nice. Ich habe noch keine Waffe, ne? Ja, alles gut. Ich gehe schon mal rüber unten. Splashies. Ich habe hier nur Pumpkin noch für dich. Wenn du keine findest, können wir die gleich holen. Aber ich würde jetzt erstmal gucken, was hier ist. Ich gehe oben lang. Ja. Kriegssturmgewehr, ein Grün, passt dann erstmal. Ja, Pumpkin braucht es heute unbedingt noch. Ja. Pumpe habe ich grau, aber auch die schlechte. Ja, okay, graus. Jetzt habe ich eine andere in Grau. Wir bleiben noch kurz ohne, wir bleiben noch kurz ohne. Ja. Kannst du, hast du noch Platz bei dir? Ja, ein Slot. Hier ist ein Bunker. Hier ist eine blaue Dings, ne? Wo ist ein Bunker? Ja, ich kann keine Bunker mehr mitnehmen. Dann nimm dir mal die Pumpkin mit. Die hier unten lag, das war eine grüne, diese Dings, diese eine. Eine, eine Gammelpumpgun. Eine grüne Pumpgun. Ja, wir müssen langsam leider Richtung Zone, weil die Zone ist anscheinend echt weit weg gerade. Aber ich habe zwei Madkis, also alles entspannt. Okay, wo war jetzt die Pumpe ungefähr? Die lag beim Truck, beim Truck, beim Truck. Oder, oder ist auch egal, du kannst auch mitkommen in die Zone, wir finden eh eine, wir finden eh noch eine. Wir finden eh noch eine. Na, wir spielen gerade ein anderes System, merkst du selber, ne? Das ist... Ja, wir hatten halt auch ein bisschen Pech, weil die Zone halt echt... Ja. Also, jetzt gerade doof ist, aber das ist nicht schlimm. Kannst du Minis noch mitnehmen? Jetzt, ja. Ja, ich habe halt nur noch 40 Leben, ne? Ja, nimm hier, nimm hier Madkit gleich. Hier, nimm hier, komm mal her. Nein, oh Mann. Was ist los? Hab vorher abgeseilt. Ist egal, ist egal, ist egal. Hier nimmst du Madkit und dann nimm mal hier die Minis mit. Jetzt, äh, was tue ich denn, wenn ich habe hier Splashies. Ne, du nimmst jetzt das Madkit, du nimmst jetzt das Madkit. Ja. Und, äh, warte, ich nehme auch das Madkit jetzt, du nimmst die Bunker mit. Ich kriege eh nur eins an Ticks. Okay. Okay, haben wir. Okay, ohne Zone, ohne Zone. Hier sind eh noch Splashies gleich, alles gut. Deswegen, das ist wirklich. Okay. Gute, 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 gute. Okay, wir gucken mal hier. Ich weiß nicht, ob hier gelootet worden ist, aber ich glaube, hier waren safe welche. Ja, hier waren welche. Wir gehen weiter links lang. Ah, da oben wurde nicht gelootet, bei dem Friedhof, das ist wichtig. Ja. Aber bleib du erstmal auf dem Rad noch, ich gucke noch einmal kurz. Hier wurde, hier ist nochmal Biggie wichtig. Kannst du, brauchen wir nicht, okay. Okay, also ich glaube, hier oben waren welche, aber unten haben die irgendwie nicht gelootet. Ich weiß auch nicht, warum. Kannst du hier mitnehmen, dein Zeug, was du brauchst. Hier, da, Pampka, neue Pampka für dich. Ah, fuck, ja. Hä, hier sind auch welche gewesen, oder nicht? Freunde. Hier waren noch welche? Geh mich ins Haus rein, hier sind welche, hier sind welche? Okay, wir gehen weg, wir gehen weg, wir gehen weg, wir gehen weg. Nein. Oh Gott, das war dumm. Egal. Warte, ich gehe hier kurz, Busch. Ja. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab, nein, 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 nein. Nein. Ja, war dumm, ich weiß. Nein. Ja. Das war dumm von mir. Sorry, das war scheiße. Das war dumm. Aber das war klar, es war klar. Irgendwas dummes passiert. Shit, 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 ist egal, ist egal, ist egal. Ja, ich hab dich da gesehen, du warst am Schießen und ich dachte, ach komm. Ey, wie dumm ist das, Leute? Genau da, ich maunte ab und dann sitzt da wirklich noch zwei Leute im Busch. Ist das crazy, bro. Ja, deswegen, ich sag immer, wenn du Dings, du dürfst, nicht abmachen, immer wirklich auf Dings bleiben einfach. Immer auf Dings bleiben. Shit, Leute, das war bad, ist egal. Das war dumm. Scheiße. Das war bad. Ja. Deswegen immer wirklich drauf bleiben, aber ist egal, ist noch ein... Wir haben noch eine Runde. Easy. Fuck. Easy. Ach, du Scheiße. Da kracht's. Boah, ich komme gerade mit den Tabs durcheinander. Das war... Ja, Sio, sehr gut. Das war echt crazy, Leute. Das war bitter. Jetzt müssen wir einfach... Ja, aber das war Ulf, der Fächer war auch gewesen, ne? Das war wirklich... Das sieht aus wie so ein Cousin von mir oder so. Oder... Wie viel Heilung hast du? Was hast du noch an Heilung? Einfach hoffen jetzt. Dann mach die Banane für mich für den Zweck. Der Taschenbunker. Ich hab schon gesagt, die Anfangenstunde war schon komisch. Das ist krass, Chat. Das Ding ist halt, ich sag's euch so, wie es ist, ne? Ähm... Wir haben richtig Probleme. Wir haben richtig Probleme, Stani. Du bist erster Platz gerade, ne? Du wirst komplett eingeholt von Rose Monty jetzt. Wir können die zusammenhüsen, ne? Aber ich könnte's dir. Wenn die gewinnt... Ja. Ich würde sie sind. Das gleiche Prinzip. Links lang? Richtig Probleme. Hast du meinen Chat gefrischt? Hast du den Minis, Minis, irgendwas so? Nee, nur ne Banane. Boah, Gott sei Dank hab ich zwei Shopgames gerade gefrischt. Chat, die Frau ist gerade Top 2, ne? In unserem Lost Legends Tournament. Ich muss kurz hier rüber. Alles gut. Und es gibt nur noch zwei Runden. Also die und noch eine. Wie bitte? Ja, ihm hat das auch gemacht. Das war wirklich so ne Augenmach-Runde, Bro. Ich komm zu spät getrocknt. Wir finden nur Scheiße. Die Frau weiß ja immer, dass es Fische gibt in dieser Season. Rotiert ganz anders als davor. Die anderen zehn Runden. Doch, ich kann das alles nicht machen. Scheiße. Ey, Gegner! Komm zu mir! Oder damit zu dir. Weg, 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 weg. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Kommst du weg? Ruhepuls von 120, Zit. Es ist wirklich so, so, nee. Du bist tot, du warst tot. Ja, komm, wir können skinchainschen. Schäger, wir müssen noch mal zurück. Ach so, ja. Ich habe viele Zubauen. Alles gut. Phoebe und irgendwas. Oh nein, Chloe, du! War er das? Keine Ahnung, man. Irgendwelche Schwänze. Was? Ich habe einfach Schwänze, Chat. so wen habe ich denn noch weibliches antonia aber immer es haben mir so viele geschrieben creator zuschauer alles mögliche sind die werden das doch easy gewinnen die hat machen 50 bombs in diesen lobbies die sind alle so scheiße so ich sag nur ich sag nur was jetzt hier passiert ich sag nur was hier gerade passiert so irgendwann hat er gerade geschrieben da kracht bei danny glaube ich nein er holt sich seine krawalldose hat ihn auf madeira wird sich jetzt erstmal schönen jack daniels cola reingesöffelt um 22 uhr ich will den fight sehen warum spielt ihr nicht mit bilds weil ich sagte mindestens zwei drittel der ganzen lobby dann nicht mehr mitspielen würde weil bild ist einfach viel zu sweaty da ist der unterschied vom skill her viel zu toll kann jeder so tendenziell ist ja auch geil guck mal überleg mal chat früher epic games wollte ich habe ich habe lost legends gestartet epic games wollte eigentlich nobild irgendwie so fokussieren und so sagen die damit die leute das mal irgendwie kennenlernen und so jetzt ist es mein lieblingsformat geworden für creator viel besser das ist ja krass das ist ja krass wer war das wer ist das das ist hoch und maxi ich liebe alles an diesem clip das bricht so auseinander wir hätten einfach gehen sollen oder so zeig mal her mert mula abi drei medikir haben alles 6 5 kills was Oh, er hat die mythische DMR-Chat. Findet ihr die mythische DMR gut, ja oder nein? Würde mich mal interessieren. Ich finde sie nicht so gut. Aber ich bin auch nicht gut. Ich finde auch, die schießt viel zu lange. Da waren einfach zu viele Sachen, die nicht gestimmt haben. Ich maunte genau da ab aus Versehen. Wo die im Busch campen. Crazy. Ich gehe nicht mehr zum Busch, Leute. Was? Dreier und Vierer sind tot? Oh, wichtig. Das ist drei und vier im Tod. Das ist gut. Das ist wichtig. Oh, Junge, meine Stimme ist jetzt schon, ich schrei einmal in meinem Leben und die Stimme ist direkt weg. Was soll ich? Sie könnte eigentlich für die Karte gehen. Also, das sieht übel spaßig aus, dann mit dem Luftwending. Letzte Runde würde alles entscheiden. Letzte Runde. Wenn wir letzte Runde nochmal Top 5 machen, Freunde, können wir echt den Sieg haben. Aber ich spiele einfach so, wie ich immer. Ja, ja, ja. Also, nicht so wie die letzte Runde, sondern die anderen drei Runde. Und ich kann die nicht hernehmen. Da sind Biggies und MadKids. Oh, mein Gott. Da sind Biggies und MadKids. Bitte. Warum steppt sie? Warum holt sie die Karte? Ich weiß sie nicht. Okay, krass. Warum leben noch so viele, Amina Krö? Gerade hoch. Einfach links weiter, links weiter halten. So, Gomma HD. Fabos am Chillen. Norex schon wieder tot. Das ist ja krass. Daniel. Oh, du warst gerade so gut dabei. Du warst Top 20, Bro. Oh, Angelina Feith. Ninja gegen Paulchen. Was? Boah. Oh, no. Das ist Maxi. Ja, das ist ein GG. Ja, hau ab. Ja, die machen wir mal. Was sind die? Oh, nee, doch nicht. Das ist ein GG. Loslassen. Das ist GG. Digga, bei Bigspin war ich noch gar nicht drauf. Da will ich auch noch mal kurz hin. Also, wenn Kian erster ist, Leute, das ist für mich so, als wäre ich auch erster. Wie viele Games noch? Zwei Jett. Diese Runde und noch eine danach. Bigspin Top 10 gerade. Ja, er spielt aber auch mit Hanky, ne? Hanky ist auch sehr, 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 sehr gut. Muss ich immer sagen. Ich habe diesmal verboten, dass Hanky mit seinem Bruder spielt, weil das sind so zwei War Legends, nee, wie heißt es? Warzone Sweater. Aber, die Kombi gefällt mir sehr gut. Bigspin spielt auf 80 FPS. Er ist Apex, genau. Sein Bruder ist Apex, aber er ist halt komplett krass auch in Apex. Ist halt ein Sweater-Bruder-Duo. So. Wo hat's denn jetzt los? Second Hour, danke dir! Oh, ich will lieber hören, dass die Leute in meinem Chat schreiben, Eli und Willi tot. Wo bist denn du? Ja, okay, jetzt. Vielleicht. Wo bist du? Bleib da, wo du bist, Bruder. Ich bin einfach nur auf Playmates. Ich bin jetzt einmal, dann gehen wir hoch und auf Schempo, okay? Direkt auf dem Schempo hier, Seilbahn. Boah, die haben eine legendäre Sturmgewehr. Oh. Wir hätten auch einmal eine legendäre Waffe gewonnen, das war die Runde, wo wir gewonnen haben. Really? Legendär, schon klasse. Flieg in die Zone. Ja, ja, flieg in Zone, flieg in Zone. Der gab minus 50 Saps, das ist krass, Fett. Ah, das ist wirklich krass. Hab mich gewichst, perfekt. Das ist sehr krass. Eli hier irgendwo an den Rand. Markier, markier. Magst du Eli nicht, aber... Ja, ich such nach dem Busch, ich seh keinen Busch, aber... Was ist das krass? Wohin? Rechts, weiter, rechts, weiter, rechts, weiter. Ja, deswegen spiel ich dabei zu dir. Wir hassen uns jetzt. Der Busch hier. Ja. Der Busch, der Busch! Gut gemacht, Eli. Komm hier rein. Geht's? Ja, ich weiß. Bro, er steht schon vor dem Bus und Puls. Nein. Ich wollte sogar 100 Subs machen, ne? Bin ich dumm. Boah, über die Brücke. Guck mal, Leute, was das für ein Krampf ist, wenn man nicht diese Winddinger hat. Ja, ja. Bro, was das für ein Krampf ist. Ich brauch deine... Du musst die ganze Zeit nur am Dingchen... Du bist die ganze Zeit nur am Dingchen. Finger, was ist das für ein Buckel? Du bist ganz tot, du musst rein. Ja, komm her. Hier rein. Komm runter. Hast du Greenlife? Nein. Hast du Greenlife? Perfekt, ich auch nicht. Ich f*** ein paar. Nee, musst du nicht unbedingt. Boah, zeig doch mal, zeig doch mal, zeig doch mal. Ja, nein, zeig doch mal. Warum? Wir müssen noch nicht, wir müssen noch nicht. Gott, ey. Sag mal her, jetzt. Ich weiß, ich darf nicht mehr peaken. Ja, ich darf nicht mehr. Du darfst doch nicht mehr in die Zone. Ja, ja, warte, wir können aber... Hast du Green? Nee, ich auch nicht perfekt. Ja, sei Gott. Wenn du kannst, pass auf. Weiter vor. Chat, die müssen gleich rotieren, da bleib ich noch drauf. Dann tue ich gleich. Okay, wir gehen dann hier entlang. Maus und mehr Doppelkill. Du hast keinen Bunker mehr, ne? Nein, was ist hier? Ich hab noch ne Schildblase, aber... Ja, du playst die Schildblase hier vorne gleich. Oder wir müssen jetzt die ganze Zeit zusammenbleiben. Ich wichse einmal und wir gehen jetzt gleich zu unserem nächsten... zu unserem alten Bunker einmal. Gleich so. Warte, 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 warte. Komm jetzt. Boah. Ja, so wollen. Zum Bunker, zum Bunker wechseln und vor. Bereitheiten? Hier, Rundenlang. Oh, die Routine war gut, Leute. Macht der damit sein Rad? Oh, weiter. Weiter, 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 schnell. Nimm die einen Puls damit. Oh Gott, das ist noch ein Bunker. Nimm die Bunker. Oh, drei Bunker haben die nochmal. Die haben nichts, ne? Die haben so schlechte Waffen eigentlich auch. Bro, die dürfen nicht ins Late Game kommen. Ja, ich wick's jetzt. Ja, gib her. Ich hab drei Stück. Gib ein Mediket. Ich wick's jetzt einmal und dann place ich Bunker. Nein, 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 nein. Okay, mach. Und folgen. Folgen. Er hat seine Sachen liegen lassen. Ja. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Sie pushen dich, will ich? Lass dich los. Ja. Da oben Bunker. Da oben Bunker, wer Gott. Oh Gott, der hat ja keinen Bunker mehr mit. Oh no. Das ist Maxify. Das ist Maxify. Oh, Eli wird sich so aufregen, wenn Maxify ihn holt, ne? Du hast keine Bunker mehr, ne? Noch einen. Aber die schauen auf dich. Die schauen auf dich. Ja. Ich kann jetzt nicht coachen. Du musst den Busch oder so finden. Was macht er da? Was macht er da? Warum ist er so nervös? Warum läuft er weg? Er läuft komplett out of zone. Ich kann nicht coachen. Probier mit der zone jetzt zu gehen. Mit der zone. Ist das Geist? Ich brauche es wohl. Top 12. Matchstress schon wieder mit Maus. Sehr gut. Oh. So will ich das doch hören. Ja, wir hatten einfach zone, Digga. Ja. Wieder Top 20. Das ist scheiße für mich, Chat. Der Lotti. Wenn du es irgendwie noch mal zu mir... Ich sollte es. Wenn du es zu mir reinschaffst. Wenn du es zu mir reinschaffst. Hier ist Medikit. Ja, Hugo und Maxify sind halt noch drin. Genau auf meiner Marke. Die rotieren alle. Ich habe den Kill. Nein. Du musst laufen. Laufen. Keine Zone mehr tanken. Du kannst einmal zu mir und Medikit direkt nehmen. Direkt Medikit dann. Bei mir. Auf meiner Marke direkt. 50 Subsec. Wir lassen los, Chat. Fse, Chat. Du musst, Eli. Du musst laufen, mein Herr. Laufen und in den Bunker. Da, wo meine Marke ist. Da hoch. Ja! Oh mein Gott, die gewinnen die Runde. Ich sage sogar, Mams Life, die gewinnen die Runde, glaube ich. Chat. Oder willst du es bitten? Ich würde sogar sagen, Mams Life, die gewinnen die Runde. Kann sein, dass es das letzte Tour ist, was wir von denen zusammen sehen. Kann wirklich sein, Chat. Alles klar, alles klar. Wir müssen laufen, wir müssen laufen. Ich schieße uns und dann schieße ich mich schocken. Ja, okay, okay. Und dann mache ich beim Bunker, okay? Ja. Digger, sweaty Rotation. Oh mein Gott, ist das eine sweaty Rotation. Kannst du da rein? Geh in den Bunker. Was? Guck mal. Selber einen. Wo bist du? Wo bist du? Nimm dir, nimm dir einen. Komm rein, komm rein. Ich geh in den Bunker hier rein. Okay, ich komm auch. Anfänger noch geholt, keine Ahnung wie. Und dann gleich weiter. Dann gleich runter. Die können runter. Alter. Ey, ich würde so gerne mein eigenes Lost Legends mal mitspielen, Chat, ne? Wow. Ich hab ja so Bock. Komm mit, komm mit, komm mit. Hugo, komm. Ja, ja, ja. Hab Bunker? Weißt du was? Ist weggegangen? Scheiße. Oh mein Gott, wer ist das? Oh, das kann unser potenzieller erster Platz sein. Bleiben, nachladen, alles. Ja, ja, nachladen. Hier, hier, hier. Ich leck dein Schwanz, weißt du was? Und er ist wichtig. Was hat er gesagt? Also, ist okay, ne? Kann er machen. Zehn Kills, Chat. Zehn Kills, zehn Leute alive. Vielleicht hat jemand abfangen. Ey, nächstes Lost Legends. Reason castet das für mich. Und ich, und ich spiel mit. Scheiß drauf. Ja, die gehen jetzt auf den ersten. Ich spiel mit Breitenberg oder so. Oh, hinter den. Oh, wie lost. Oh, wie lost. Fixed, wie lost war das. Oh, Mexi und Hugo im Entgern. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Ja, oder ich spiel mit Eli. Digga. Dann kann Eli auch mal Ernix holen. Ja! Nein, doch nicht, doch nicht. Ich hab Mams getoppt. Scheiße, wer war das? Einer Krik, einer Krik. Ja, geil. Ähm, die holen Medi. Geil. White Cat. Das ist White Cat. Das ist White Cat in the 1v2. Geil. Was? Nein. No way. Nein, wie geil, bro. 15 Kills. 15 Kills. Es ist schon wieder Kieran gewesen. Oh, mein Gott. Es ist, es ist schon wieder Kieran gewesen, Chat. Ich hab noch gesagt, lass warten. Ja. Es ist schon wieder Kieran gewesen. Das sind die Earnings. Das ist der safe erste Platz. Komm, was wolle. Wo ist er? Ich glaube auch, ja. Wo ist Rose? Oh, wir sehen sogar nochmal die Sicht. Geil, okay. Pass. Oh, Mams. Ja, Scheiße. Oh, hey, der hat auch Posi da oben. Er hat auf den Baum gekämmt. Ist das krank? Warum kehrt dich ein? Mach dir keinen Kopf, Junge. Es ist Kieran zu dem Hammer. Ach, Kieran ist das. Das ist ein Schwache. Und dann wird den raus jetzt. Und den wird er auch raus. Und? Und den wird er auch raus. Warn, Mami. Guck, guck. Hugo makes 15 Kills. Ja, das war so krass. Guck mal, den Puls jetzt. Guck mal, den Puls jetzt, Chef. Letzte Runde entscheidet wirklich so. Ja, du bist so krass. Ja, irgendwie her, aber das war ich ja versiktet. Guck mal bitte den Puls. Du bist der beste Mann. 180er Puls. 180, Alter. Alter, das war ich noch. Sie stirbt einfach auf Lopper sein. Krass, du bist so krass. Du bist so krass einfach. Ich schütze dir. Das ist der Ruhrpuls. Ich hab mich wirklich. Oh mein Gott, du bist so krass. Boah, es schiebt mich ein. 184, Alter. Das ist doch pek, Alter. Ist das krass. Aber, was geht? Hey, das, also, ich glaub, ihr braucht, ihr braucht beide einfach einen Nerf. Ihr seid beide viel zu krass anscheinend. Ihr holt Phoenix back to back. Alter, wie krass. Weißt du, unser Geheimnis ist, wir werden nicht gierig. Wir werden nicht gierig. Oh, stopp. Boah. Ey, ich bin durchgedreht. Ich kann nicht mehr. Hey, dickes GG. Komplett geistig. Nee, GG. Also. Ich bin da durchgefahren, wirklich als... Wie so ein Fahrrad da hin und her. Das war so krass. Hauptsachs Fahrrad-Sunde. Alter, krass. Boah, das war so cool. Aber das merkt man bei euch. Guck mal, das habe ich auch schon die ganze Zeit gesagt. Natürlich, eizelspielerisch ist Kian auch krass. Und da weißt du, was das krassste ist? Rose und du, ihr geht die ganze Zeit auf richtig gute Rotations. Ihr geht einfach fürs Late Game. Und im Late Game habt ihr einfach die ganze Kills gut. Weißt du? Entschuldigung, rede Kian. Nein, rede du, Entschuldigung. Nein, nein, rede du bitte. Alles gut. Nein, rede du jetzt. Arma, sag, sie soll reden. Ja, okay. Okay, ich wollte sagen, bei mir, ich kriege ja meistens so ein bisschen Teammates von dir, die was drauf haben. Und ich, das Wichtigste ist einfach gegenseitig zu hören aufeinander und nicht gegeneinander zu spielen. Weißt du, wie ich meine? Wenn er was sagt, ich mache das direkt. Oh, MBK, 29. Ja, Team, zusammenspielen, ganz wichtig. Ich habe am Anfang ein bisschen Zweifel gehabt, bin ich ehrlich. Hallo? Nein, ich bin Retalk, ehrlich jetzt. Aber wirklich, Rose, egal was man ihr sagt, sofort, also top, hätte ich echt nicht besser erwartet. Das ist perfekt. Ja, entweder vierter oder dritter, würde ich auch sagen. Aber letzte Runde kann alles noch reinholen, Leute. Aber ich wollte nicht mal mitspielen heute, weil ich einen Termin hatte und dann dachte mir, komm, den wichtigsten Cup darf ich doch niemals verpassen. Ja, let's go. Earnings, back to back. Du hast letztes Mal auch Earnings geholt, Rose. Ja. Ja. Aber Kian auch. Ja, beide Earnings geholt. Danke, dass wir mitmachen durften. Ja, natürlich. Sehr, sehr, sehr. Ah, Mikael, wie geht es? Unser gestes. Ey, übel krass. Letzte Runde war echt Pech, aber egal. Schon mal safe. Und ihr seid gerade höchstwahrscheinlich. Ey, du kannst ready machen. Wir gehen einmal in die Standings. Danke, dass ihr am Start seid. Ich gehe wieder einfach hoch. Weißt du, darf ich noch eine Sache sagen? Immer. Ich hatte gestern Geburtstag und das ist jetzt mein Geburtstagsgeschenk von dir. Du hast Geburtstag? Und, was sind wir? Bist du jetzt schon 20? Nee, 23. Ja, 23 bin ich auch. Ja, 23. Ah, ein Dritter. Dritter noch. Aber da ist alles drinnen noch da oben. Du bist halt echt knackige Round, Mann. Knackige Round und dann ist alles drinnen, Leute. Das ist alles drinnen. Wie so eine Ober, aber geil. Feier euch. Einfach im Tierpack. Ja, ist doch süß. So Tiere streicheln. Ja, Tiere streicheln. Alter, einfach Dritter, ey. Boah, was? Das ist nicht geil. Wie knapp das ist. Ja. Guck dir mal die Standings an. Oh mein Gott, hä? Ihr seid mit einem Punkt nur weiter vorne. Boah, ist das crazy. Wie, wie kriegt man pro Win? 3 Punkte für einen Win und 2 Punkte pro Kill. Oh nein. Da ist nochmal richtig, das wird nochmal richtig spannend jetzt gleich in der letzten Runde. Das ist geil, sowas brauche ich auch. Das ist die Story, die wir erzählen wollen. Top 7 kriegt Preisgeld. Jeder, der in den Top 7 ist, kriegt safe Preisgeld. By the way, wir haben hier Punktgleichheit Top 7 und Top 8. Das ist auch sehr, sehr krass. Okay, diesmal verpasse ich den Start nicht. Ich gehe jetzt schon in den Fronten einfach. Die 50-Kil-Runde von Win und Dings. Maxi ist ja auch klar. Maxi, Hugo, ihr wisst Bescheid, ne? Nächstes Turnier. Das ist der Nerve, Digga. Ihr müsst euch separatisieren. Ihr müsst euch separatisieren. Aber fürs nächste Mal. Diesmal spielen wir alle ganz normal zu Ende. Ich denke, also ich weiß nicht, können ja auch mal die Teilnehmer hier in den Chat reinschreiben. Ich denke, bis jetzt ist eigentlich, soweit ich das sehen kann, auch von den Spielweisen her. Weil ich sehe ja auch die Spielweisen. Ich sehe jetzt nicht nur das Endresultat, aber ich sehe die Spielweisen und ich sage, es ist ziemlich ausgeglichen bisher. Also klar, der eine ist loster als der andere oder so, aber so die Spielweisen an sich, wie die Leute rotieren und sowas, ist mega geil. Ich glaube es nicht, wir sind einfach herrster Holy Shit. Geil. Okay, Ladies and Gentlemen, Papa ist raus. Adios, bye bye. Adios. So, ich will aber noch einmal hier in die Valorant-Kluft reingehen. Rex und Stivo, was geht, Jungs? Ups, was geht. Na, wie viele Erfahrungen nehmt ihr schon wieder mit? Einiges auf jeden Fall, aber es macht halt immer extrem Bock. Gerade weil man halt nicht so viel Fortnite spielt. Und dann halt gegen die ganzen anderen Creator zu spielen, wo man richtig tryharden kann, ist immer so spaßig einfach. Echt mega, mega nice. Liebe das. Ist wirklich immer ein richtig geiler Papa. Der Pleitenberg hat wirklich über nichts einfach. Das freut mich sehr. Ich hatte früher, wann war das? Das war ja Chapter 3 oder so. Da hatte ich Angst, dass ihr viel zu gut seid, weil ihr einfach Valorant-Aim habt. Aber ihr seid einfach, ihr seid immer die perfekte Mitte. Guck mal, ihr seid 15. Platz gerade. Ihr wichst die Leute nicht komplett weg. Du, aber alles, alles. Ich hab gesagt, Top 10 wär schon krank. Aber dass wir so weit vorne sind, heilige Scheiße. Aber das ist gut. Ihr dürft auch kein Fortnite trainieren. Wenn ihr anfängt, Fortnite zu trainieren, dann seid ihr beim nächsten Mal auch schon wieder restricted. Aber so passt es perfekt. Ihr seid gut genug, weil ihr ein richtig geiles Aim habt. Ihr seid richtig krass vom Aim her. Aber Gamesense ist halt einfach gefühlt null. Ach, du hieß nicht vorne. No. Naja, aber der Mann macht doch manchmal irgendwelche Fehler so, wenn man irgendwas misstlegt und so. Naja, das stimmt. Aber ja, das ist richtig geil, ja. So, letzte Lobby lädt gerade. Auf. Ich wollte gerade noch einmal... So, jetzt Concentration, Leute. Ja, nix für Kacken jetzt anfangen. Gibt es hier eigentlich auch am Ende so, wer wie viele Kids so gemacht hat? Irgendwie so ein Scoreboard oder so? Oder bleibt das im Umgekannten? Nee, ich glaube, das ist das nicht so. Lob gibt es nicht. Okay, geht los. So. Bis zum Team. 稍。 Okay. Okay. Gut, gut, gut. Okay, let's go. Na, war das nicht hier? Ja, stimmt. Ich werde auch gesehen. Und raus. Wir sind jetzt gerade dritter Platz. Also, erster wird schwierig. Aber wenn wir jetzt eine gute Runde machen, nochmal gewinnen sollten, paar Kills, also das ist definitiv möglich, Leute. Ah, ich komme perfekt. Ja, keiner kommt mit, also nix gesehen, nix gehört. Wollen sie das auch keiner? Top, top, top. Ihr lasst direkt um den Slipfer gehen? Ja. Was ist das für eine Bändiger? Äh, weiß gar nicht, oder? Luft. Ja, Luft. Luft! Luft, die Luft. Ah, sohne. Sieht auch gut aus. Top, top, top. Top! warum haben die alle kein visier freund ist nicht selbst blau ohne visier geführt habe ich nicht eine runde mit wie sie hier gespielt das krank ist irgendwie auch ich denke die siere gottes und bitte pappen leute bitte bitte pappen ok ich hab gott gut ich hab gott gut ich hab wirklich gut gut geil 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 ich habe hier splash ist hast du nur späsch ist gesehen ja ich habe zwei hier so eine grüne pappel zu groß sechs minis oder ein bg ja das gut ist gut ich habe noch ein bg oder wir nehmen sechs kleine mit näher nehmen die bg mit hier sind noch mal späsch ist wie fährst du jetzt davon sechs dann auch vier vier jahre ich weiß die weg du brauchst du dann nimm den bg aber auch die bunker hier nimm die nimm die nimm die splash ist und die minis mit nämlich splash und die minis mit hier sind noch mal die autobahn und jeder hoch brauchen wir gleich gehen weil da werden wieder welche sein das jede runde deswegen war direkt rechts gelangt dann schließen gar nicht erst auf uns holen die uns aus dem bus ich wollte gucken ich wollte gucken wer die sind wir brauchen jetzt auch krebs über jetzt definitiv auf krebs da liegt noch eine nähe genicht sind die sind die am haus noch was muss ja ist egal die kämpfen wir gehen hier links lang weiter hier links da ist wieder hier ist auch offen wo sind die denn hin die müssen noch von uns sein ja ist egal wie gehen wir da rechts das hätte ich gesagt vielleicht easy kills aber aber doch vor uns ist was geht was ab ja direkt vor uns hier links ja 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 geh weg yo chill was ist das erdbändiger brauche ich nur erdbändiger mit ok weil ich nur zwei bunker habe deswegen erdbändiger ist da hier so eine blaue autobahn an die die andere kamter ab vier sekunden 14 so hier kurz gucken aber hier können welche sein muss man bisher aufpassen weil wir waren jetzt auch welche und jetzt hier ich 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 ja der landet gerade habe ich gesehen ja ist egal das ist Reapers, das ist Reapers, ne da müssen wir nicht rein gegen den Reapers habe ich jetzt keinen Bock Leute, das ist so ein Zweller also es wird auf jeden Fall, dass wir jetzt ordentlich Ressourcen verlieren, das lohnt sich nicht wir gehen weiter hier rechts Zone irgendwo noch ein bisschen Loot, Loot tut gut Leute, oh hier guck mal da vor uns liegt was, ordentlich was aber wir fahren nur hin, wir fahren nur hin und gucken kurz Weg, weg, weg 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 Weg, weg, weg Oh, wir gehen in den Bunker rein Ich glaube nicht, dass hier welche sind Gut, 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 wir gehen rein Kurz rein, looten weg Und vielleicht noch mal eine Flow Baby wäre gut Hier ist noch eine Dings Pump, eine Dicke Pump Hier, Dicke Pump Oh, Flow Baby, nochmal nice Mal die Waffen kaputt Okay, komm mit Wasser, äh, Luft Gute, gute Leute, nochmal guter Refill hier Genau, so wusch Direkt neben mir Ja, fahr, fahr, fahr Oh Gott, oh Gott, oh Gott Spring, 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 spring Ja, ja, ja Nein Ist egal, ich hol dich Ich hol dich, ich hol dich Wer war das? Fix Hab deine Karte, easy, easy, easy Sauber Jetzt haben wir aber keine Luft Das ist die Scheiße Ja, ist egal, ist egal Am Bunker waren zwei Mad Kids, ne Ich glaub drei Mad Kids, Leute Ich muss zum Bunker, ich muss zum Bunker Ich hab Erdbändiger Oh, ich kann nichts liegen lassen Ist egal, ich muss Blu-Light liegen lassen Nur ein Mad Kid Ah, stimmt, ich hätte nur Visier upgraden können, ja Äh, erstmal Richtung Zone, erstmal Richtung Zone Okay Ich hab ein Soundbug Was für ein Soundbug? Ja, mach die ganze Zeit Bing, 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 bing Nee, das ist halt irgendwie ein Sturm Ach, okay Okay Du wirst beschossen? Du wirst beschossen? Ja, von rechts an irgendwo Ja, ich sehe das Ja, die sind hier vor uns Du musst links sagen Du musst links sagen Du musst links sagen Ja, hier links Ja, die kommen hinter mir her Oh, wer ist das? Nee, 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 nee Die sind da, die kämpfer Oh, der trifft auch jeden Schuss Ja, wir müssen hier zum Bunker Wir müssen hier zum Bunker Das ist einer drin Ja, nee, da ist einer drin Ja, nee, da ist einer drin Zwei drinnen, zwei drinnen Hast du jetzt auf den? Ja, aber nicht viel Ist egal Die sind Bleib, 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 bleib Komm links lang Komm links lang Komm links lang Oh nein, wir müssen auf den Zug, Leute Wir müssen auf den Zug Aber ich kriege es nicht hin Ja, fahr einfach Was machen die da? Wir haben komplett Angst Komm hier hoch, komm hier hoch Du musst hier irgendwie hochkommen Hier, hier, hier Hier ist auch noch ein Bunker Wir müssen hier Nee, hier im Bunker sind welche? Ja, ich laufe Richtung Zone Ja, laufe Zone Wir sind gleich hinter uns Das ist auch zwei Ja, ja, sehr gut Du bist ohne Sehr gut Du bist ohne Komm hier hoch Zu Ruine Ach, springen doch da hoch Hier ist nix mehr Hier ist nix mehr Warte mal, guck mal Wir brauchen noch ein bisschen Loot für dich Ist echt alles leer gesaugt Alter Nee, ich hab echt einen Soundbug Ah, okay Das hört nicht mehr auf Äh, bleib mal da oben Bleib mal da oben Bleib mal da oben Bleib du hier oben Ja, ich geh in den Busch Ja, ich geh in den Busch Ja, ich geh in den Busch Wir brauchen Loot, Leute Ich brauch alles Ich hab ein Adkit schonmal Ja Kannst du zu mir kommen Ja, bestimmt Komm mal, hier sind zwei Biggies Direkt Zwei Biggies Und nix Nimm mal die Nimm ein Adkit Und dann die zwei Biggies Kannst du eine Waffe kaufen Bei dem Bot Komm mal, ob du genug Gold hast 35 Gold Nee Hier, wir warten kurz Hier, wir warten kurz Hier Ich hab ne Art Also diese Nemesis Aber in Grau Ja Also wir müssen gucken Dass wir vielleicht Welche holen die Jetzt hier gleich reinkommen Wir müssen nicht Moven Okay, move Moves du schonmal Moves du schonmal Hier schön hier links lang Hast du Impuls Impuls kann das auch nicht Nee, gar nix Vorhin Schüsse Warte, warte Ich hab auch Soundpack Hä? Oh, was ist das für Soundpack? Cracked Ja, der ist von Die Leute, meine Schüsse Ich hab vor den Soundpack Ist das für nur Er laufe einer Zone Hier links lang Hier links lang Du musst hier links lang Du musst hier links lang Hier links lang Und dann kannst du gleich schriften Hier ist ein Rift Hier musst du hin Ja Ja, sehr gut Du kannst dich nicht so nirften Perfekt Wir sind hier gut Wir sind hier gut Wir sind hier top Beschossen von Keine Ahnung wo Ja, ja, ja Hier über mir Ja, ja Ist ja alleine Die zwei Nee, zwei Hab einen Hut gehittet Aber mehr nicht Hab noch neun Schuss Gehen da bauen Insel über uns Ja Deine Oh Gott Er ist crack Schieß den da bauen Weg Schieß den da bauen Weg Hattest du noch Heal Nee Doch Ein Biggie Drop mal Drop mal Warte Scheiße Und zwei Hinter dir Weg 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 Scheiße Ich gucke Dass ich jetzt einfach noch safe runterspiele Aber ich hab auch irgendeinen Soundpack Ich weiß gar nicht wie wir den Soundpack haben Das hatte ich noch nie gehabt Leute Da können wir nicht reingehen Hugo tot Bro Bro Ey Die treffen ja wirklich alles Bro Oh das Ich brauche die nicht challengen Leute Ich hab 100 Leben Ich mach einfach nur Place and Point So guck Dass ich hier vielleicht mitnehmen kann Ja Aber wenn ich mich einmal fokuss Und was ist das eh Ich muss gleich irgendwas aufsammeln Geht auch nix rum Hobs auch place and points mitnehmen Wo kam die denn jetzt auf einmal wieder her Alter Ist das crazy Was ist das crazy h Was ist das? 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 Das ist das? Was 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 ist das? Das hat das? Was ist das? 0 Punkte? Das ist das? 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 das? Das ist das? 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 das?